Herzlich Willkommen bei Rastalot Staffel 3. Ich bin sehr aufgeregt. Ich spiele Lise Grümel, die Heilerin des Dorfes. Und ich sag mal so, ich weiß von einer Sache, die passieren wird, die ist mit Chuckis und Ben abgesprochen und beim Rest habe ich gar keinen Schimmer. Ich bin richtig, richtig, richtig gespannt, was uns erwartet. Es sind auf jeden Fall wieder viele coole Leute dabei. Es gibt gleich noch eine Ansage vom König und ich habe Snacks, ich habe Getränke und ich werde euch das Ganze hier wieder uncut hochladen. Gestreamt wird auf Twitch und zwar jeden Tag fünf Stunden. Ich schaffe es einfach nicht, das zu schneiden, aber viele Leute wollen nachschauen, deswegen lade ich das uncut hoch. Ich hoffe, ihr vergebt mir, wenn deshalb so ein paar Kommentare an den Twitch-Chat drin sind, drinbleiben. Ich möchte mich ja trotzdem auch für Subs und so weiter bedanken und auch ein bisschen mit dem Chat kommunizieren. Das heißt, falls ihr mich nur auf YouTube kennt, Twitch lohnt sich, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, und wir legen jetzt einfach dann hoffentlich bald los. Gerade sammeln sich alle hier auf diesem wunderschönen Marktplatz neben mir. Das ist Froschmädchen, die spielt Rana Froschana in diesem Game. Und das ist Dragonia, auch Drachenkraut. Sie spielt meine Schwester. Und ich habe mir überlegt, eine RP-Stimme zu benutzen. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Drückt mir die Daumen. Besser könnt ihr Astibald von Flatterberg nicht kennenlernen für den Beginn eurer Chronik. Oh je. So. Sie ist sehr, sehr leise, ne? Er ist hier, um alles zu halten. Ja, du bist für mich sehr leise, tatsächlich. Für mich auch. Insofern freue ich mich auf spannende Gespräche. Lassen Sie, wer der Herr amt. Gute Zeit. Ich höre Sie, wer der Herr amt. Ich höre Sie sehr, sehr leise. Vielleicht sollten Sie sich etwas ranziehen, bevor wir über kurz und klein weiterreden. Grüße euch. Oh, hallo. Das ist mein Gut. Das ist der Kocko. Das erkenne ich doch. Und morgen. Ich glaube, dich auch. Ich freue mich, euch zu treffen in der nächsten Zeit. Oh, das war Panik-Fee. Das war Panik-Fee. Oh mein Gott. Panik-Fee ist dabei. Das wird so lustig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also es geht erst im RP los, wenn der Startschuss von Shackes gefallen ist, der da mit der Krone steht. Deswegen so lange werde ich noch ein bisschen Nicht-RP-Kommentare machen, auch mit anderen Leuten. Ich hoffe, dass ich mein Haus direkt finde. Ich habe eine Karte bekommen. Das heißt aber nichts. Letztes Jahr habe ich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde erst mal mein Zuhause gesucht. Ja? Dragonia! Ja? Ja? Was hast du schon wieder vor? Ich wollte... Oh. Hey, heißen Sie? Darf ich mir die Finger säubern? Ich bin ein Fremder. Vielleicht auch ein Bekannter. Ja, ja. Wer weiß. Hahaha. Ich lieb hast du noch. Ich habe so das Gefühl, dass die Leute dieses Jahr noch ein Stück verrückter sind als letztes Jahr. Wer weiß, was im Wasser ist. Und nicht das gute verrückt. Bitte? Ja, stimmt. Nun, was tuschelt ihr hier? Was? Äh, hallo. Gar nicht. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Ja, ja wunderbar. Wir sehen uns. Hatten wir schon das Vergnügen? Ich denke nicht, da ich neu in der Stadt bin. Oh. Oh, oh. Was machst du denn hier? Mein Recht einfordern. Oh ja. Recht einfordern. Und hast du denn deine Linke schon? Ähm. Nun, ich denke schon das letzte Mal, als ich überprüft habe, ja. Es freut mich sehr, eure Bekanntschaft zu machen. Ich glaube, wir sprechen später noch einmal. Sehr, sehr gerne. Ich habe sie nicht erkannt. Ich glaube, ich kenne sie als Streamerin, aber ich konnte es gerade nicht zuordnen. Okay. Also. Ähm. Ihr habt für eure Häuser in den Kisten, müsstet ihr Schlüssel finden. Ne? Damit ihr da auch wisst, wie ihr so eure Türen auf und zu kriegt und so weiter. Katazuri! Ähm. Dann, bevor wir es vergessen an dieser Stelle. Äh. Wir haben uns wirklich, also ich weiß nicht, wahrscheinlich können die meisten nicht nachvollziehen, wie viel Arbeit hinter so einem Projekt steckt. Und wir sind dann mit einem kleinen Team dran, die das alle quasi für lau machen. Ähm. Ja. Aber erstmal vielen, vielen Dank, Löwenanteil, an dieser Stelle. Danke, Löwenanteil. Ähm. Warte, dann war da noch eine andere Sache. Ich habe es schon wieder vergessen, Mann. Seid mein Löwe, eure Majestät. Ach, scheiße, süß. Du bist trotzdem nicht befördert. Äh. Äh. Ben Gork, jetzt fügt ihr noch was hinzu, und dann können wir hier den Anpfiff machen und loslegen. Ach, Geld, ja, Geld, 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 ja, Geld. Äh, Geld müsstet ihr auch in den Kisten finden, zu Hause. Bitte klaut es euch noch nicht direkt am Anfang, lasst uns erstmal hier warm werden. Ähm. Ihr kriegt jeden Tag da ein bisschen Geld rein, was euren Verdienst quasi widerspiegelt. Äh. Die, die ganz viel verdienen von euch, den nehmen wir das aber auch wieder zum großen Teil weg. Was? Nicht das Geld, was ihr so durch, durch irgendwelche Schämereien, äh, verdient, aber das, was ihr durch, äh, euer normalen Alltagsjob verdient. So ein bisschen, ja, genau du, ne? Genau du, ne? Diese scheiße Steuern! Wie gut, dass der Adel nicht arbeitet. Materialkosten, die Steuern. Auch Steuern, ja, ja. Okay, also. Der Adel zahlt hier Steuern? Fressen uns auch. Was? Die Adel Steuern! So, herzlich willkommen auch. Schönen guten Tag, auch vom SL-Team. Hallo, wir sind immer noch für euch da. Gork hat ja eben schon gesagt, es wird keinen Oberplot geben, außer den, den ihr erstellt. Das heißt, wir sind da, um eure kleinen Geschichten weiter zu fördern und zu fordern. Das bedeutet aber vor allem, dass wir euch auch brauchen im Sinne von Kommunikation. Das heißt, wenn ihr etwas plant, etwas vorhabt, irgendetwas braucht, etc. Dann kommt bitte zu uns. Das sind in dem Fall Gork, das bin ich, das ist Mairi, das sind Wurzel und Rabi und Sawyer. Wir sind eure SL, wie beim letzten Mal auch. Und ihr könnt uns sowohl über Ticket erreichen im Discord, als auch, wenn es ganz, ganz dringend ist, gerne per DM. Das hat das letzte Mal auch wunderbar funktioniert. Und wir versuchen euch aus euren kleinen Geschichten, die sich entwickeln, diese Woche Storys zu stricken. Es gibt natürlich auch Quests, die versteckt sind, die euch in Briefchen erreichen oder in wilden Tieren oder was auch immer. Ich bekomme einen Brief. Lasst euch überraschen. Ich weiß, dass ich den Brief verkaufe. Und viel Spaß. Wir starten gleich, ich habe schon gesehen, ihr seid alle schon voll in. Wir starten gleich offiziell mit dem König und einem Time-In, wie sich das gehört. Geil. Und ab dann sind wir sozusagen eine Woche lang Rastalotianer und Rastalotianerinnen. Wie eben schon gesagt, eure Türen stehen offen. Seid bitte so fair und geht nur in euer Haus. Ihr werdet es erstmal wieder finden müssen. Ihr habt dafür die Karte auf Discord, die euch helfen soll. Wenn ihr gar nicht klarkommt, schreibt Hilfe. Wir führen euch auch zum Haus. Und im Haus findet ihr dann alles weitere an Schlüsseln und so weiter und so fort. Wobei meine Mods haben die Karte. Vielleicht können die mich so ein bisschen Navi spielen. Teilt euch dann gleich erstmal. Mod Navi. Erstmal müssen wir hier immer wieder Startschluss. Wir starten nämlich mit einem kleinen Ingame-Invent. Dementsprechend König, bist du soweit? Ich bin so gut wie soweit. Ich wollte noch mal erwähnen für die allermeisten Belange. Ist wirklich diesmal das Rathaus ein kompetenter Ansprechpartner. Also bevor ihr anfangt irgendwelche Tickets zu schreiben, wenn euch irgendwelche Rohstoffe fehlen oder sonst was. Hier ist das Rathaus. Setz mal ein Haus hinter dieser Schenke irgendwo. Dann würde ich sagen, kurz eine schweige 10 Sekunden und dann würde ich sagen, geht's los. So, an die Spielleitung, das Stichwort. Es lautet Stichwort. Okay, ist passiert. Danke, reicht. Okay, dann geht es los würde ich sagen. In 3, 2, 1, 1, 2, 1. Let's go! Toll! Ja! Ja! Oh, auf die Knien. Der König redet. Volk von Rastalot, so schweiget! Jeder, der nun nicht schweigt, solle sofort hingerichtet werden. So, wir haben uns nun hier versammelt zum erneuten Male, um mal wieder darüber abzustimmen, ob jener schelmt dort hinten in dem Käfig. Alle drehen sich um, als die beiden von Flatterberg endlich freigelassen werden solle, nachdem er ein Jahr in jenem Käfig verbrachte. Nein, was hat er noch mal verbrochen? Zeig mal, liegt da Roshis Charakter rum? Bist du den H velen? Bist du den H velen? Wer weiß, wer weiß? Ich fahr mit ein geheimnisvoller Zeit. Herzliches ja, Herr H Nun endlich trotz all seiner Verbrechen gegen das Königreich von Rastalot nun dort befreit werden solle. So geschehen ist... Lass ihn! Der König! Ich liebe den König! Die zweite Chance, die ich nicht nur verdient habe, die ich auch nutzen will. So lasst ihn wissen, was ihr von ihm haltet. Ich gehe nun in mein Schloss und muss mich ausrufen. Wir lieben euch, Herr Bürgermeister, wir lieben euch. Schwierig. Schwierig. Ich erinnere mich nicht mehr, was er gemacht hat, ehrlich gesagt. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Nicht vor sein, dass der König so nett ist. So, er hat wie sitzt in einer wundervollen, friedvollen, harmonischen Stabschule. Niemand, nein! Ja, Rastalot! Oh, er wurde befreit. Schande! 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 Sieh doch ja unbrauch! Daher kann ich mir kein Urteil erlauben über diesen Mann. Oh, nein. Er ist doch ein Ärzt, durch seine flegelhafte, ekelhafte Präsenz! Warte auf! Er ist auf jeden Fall ein von Flatterberg! Na ja, oder? Ihr habt eine gar schöne Haut! Oh mein Gott, was passiert hier? Ich mache einfach mal die Heilerin. Liebe Lise, was ist passiert? Ich weiß es nicht, Dragonia. Was ist mit dieser Frau? Ich habe keine Ahnung. Es muss ein Unglück geschehen sein. Das hat bestimmt etwas mit diesem Gefangenen zu tun. Weshalb haben sie ihn dann freigelassen, frage ich dich. Naja, glaubst du nicht, dass jeder eine zweite Chance verdient hat? Nun, wenn das hier das Ergebnis der zweiten Chance ist, dann nicht. Nein, nein, das denke ich nicht. Naja, vielleicht hält sie ja auch nur ein Nickerchen. Mitte auf dem Marktplatz bei all diesem Lärm? Naja, hier ist das Wetter schön. Es sind viele Menschen um dich herum. Vielleicht sehen wir später nochmal nach ihr. Vielleicht ist dies ihr Ding. Wenn ich sie sehe, werde ich sie nach ihrem Befinden fragen. Das ist eine hervorragende Idee. Auf bald, auf bald. Nun denn, ich würde nochmal kurz zu mir nach Hause. Oh, Hasel. Was ist passiert? Ist sie ohnmächtig geworden? Wir wissen das nicht genau. Hallo, Hasel. Oh nein. Sollen wir nochmal versuchen, sie wiederzubeleben? Wir hatten doch schon mal so einen Fall. Ja, ich habe bereits alles in meiner Macht stehende versucht. Nun, Dragonia, würdest du noch einmal diesen einen Heilgriff anwenden, den ich dir neulich gezeigt habe? Ich gebe mein Bestes. Vergiss die Worte nicht. Äh, ja, richtig. Äh, ähm. Ja? Oh, mächtige Kalkwappe. Ich beschwöre deine Heilmacht. Blub, blub. Dragonia, nicht blub, blub, sondern blub, blub. Blub, blub. Im Ganzen. Blub, blub. Oh. Oh, mächtige, ähm. Kaulkwappe. Kaulkwappe. Ja. Ich beschwöre deine Heilkräfte. Quak, quak. Nein, blub, blub. Ja, fast, fast. Ist ein Unglück geschehen. Ja, sie ist ohnmächtig geworden. Wir hoffen, dass sie nicht gestorben ist. Diese ganze Aufregung hier, ich kann das verstehen. Ja, 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 ja. Vielleicht war es auch ein Attentat. Oh nein. Wer hätte es sein können? Nun. Wir können da, glaube ich, leider nicht helfen. Die Dorfbüttel. Das ist eine hervorragende Idee. Oder gibt es sowas hier nicht? Seid ihr neu im Dorf? Ja, ja, ich bin gerade quasi angekommen. Ich suche zuerst mal eine Schneiderei und dann den Königspalast. Ich soll hier als Hofchronist arbeiten. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Nun, der Palast ist in diese Richtung und die Schneiderei ebenfalls, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Oh, stimmt, direkt da vorne. Ah, okay. Dort. Dort links ist die Schneiderei und hinauf geht es zum Schloss. Es hat mich gefreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ja, vielen Dank, denn ich bin der Meinung, die Hose, die ist unwürdig eines Hofchronisten. Das muss noch geändert werden. So möchte ich nicht vor den König treten. Nein, wohl wahr. Das kann ich nicht verstehen. Das sieht ja wirklich aus wie ein Stallknecht hier oder ein Schweinehirte oder sowas. Ein Federhalter wäre angemessen, denke ich. Ja, das wird sicher alles im Palast zur Verfügung stehen. Im Palast? Wie aufregend. Dragonia, als wir letztes Jahr im Palast waren, sind nur schlimme Dinge geschehen. Ich gehe dort nicht wieder hinein. Das stimmt, ihr solltet euch aufpassen. Ich kann mich aber auch an sehr schöne Dinge im Palast erinnern. Herr Haseltraut, darüber wollten wir doch nicht mehr reden. Schöne Dinge? Gab es doch viele Bücher oder? Ja, die Bücherei war fantastisch. Ja, haben sie ganz alte Werke hoffentlich? Ja, alte und auch junge. Eigentlich alles querbeet. Ja, der Palast ist bekannt für viele alte Dinge. Ich hoffe, Rana wird es bald besser gehen. Ich werde mal vielleicht der Wache da oben Bescheid sagen. Irgendjemand muss sich ja jetzt mal kümmern. Ja, ich bin die Heilerin. Ich werde mein Bestes tun. Ah, ah, okay. Na dann ist sie an den besten Händen. Ich gehe mal weiter zum Schneider. Ein schönen Tag. Schönen Tag doch. Auf Wiedersehen. Schönen Tag. Auf Wiedersehen. Also ich fand die Hose gar nicht mal so schlimm. Was meint ihr, Mädels? Hm. Müsste ich von hinten sehen. Oh, hat er das gehört? Er dreht sich um. Er sagte, ihr Name sei Rana. Ja, vielleicht müssen wir ihren Namen in den Heilungszauber aufnehmen. Ist etwas passiert? Wir haben eine Ohnmächtige. Was ist passiert? Rana, 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 Froschana. Müssen wir mitmachen? Seid ihr Hexen? Blub, Blub, Blub. Blub, Blub, Blub. Blub, Blub, Blub. Oh, Rana. Oh, hallo. Oh, ist das der Kürbishändler? Nein. So sage ich. Rana. Hier, ich? Ja? Rana, erwache. War mir... Rana, erwache. Ach, verstehe. Warte, wir waren doch noch Nachbarn letztes Jahr, bevor ich ausgezogen bin. Ja. Es dauert ein wenig, bis die Heilung wird. Ach, Mensch, Frau von... Das ist ja toll. Ja, richtig. Sie haben nur irgendwelche Zaubersprüche gesprochen. Ja, ich habe doch direkt deine Stimme, Akane. Ähm, ich bin Heilerin und Worte haben Macht. Aber was bedeutet dieses Rana, Rana? Rana ist ihr Name. Nein, ich bin Antonis Kakalakis. Ja, ich... Der Name der Frau ist Rana. Ach so? Oh, ich verstehe. Ich hoffe, dass sie bald erwacht. Braut ihr vielleicht ein bisschen Wasser? Das kann man ihr über den Kopf leeren. Das... Hatte er denn ein bisschen... Ich weiß nicht, ob die nasse Haare so von Vorteil wären. Es wäre eine Möglichkeit. Es gibt gerade kein Wien. Ist nicht so schlimm. Mein Bart muss zu meiner Stimme passen. Meine Stimme ist quasi mein Bart. Und mein Bart ist meine Stimme. Aber diese Wasche könnte sie so erschrecken, dass sie aufwacht. Chat, sag mir bitte Bescheid, wenn Froschi fast da ist. Ich mache ein Blub-Blub-Alivenant. Äh, ja? Ach. Ich könnte mal unter den Kräutern schauen. Aber nur bei anderen. Ja. Ja, das finde ich gut. Vielleicht auch was gegen Rücken. Oh, gegen Rücken haben wir bestimmt auch etwas. Äh, zum Beispiel ein Rückgrat. Oh, ja, ein Rückgrat ist gut. Aber Moment, dann rolle ich ja durch... Rana, Rana. Ich glaube, man bekommt Rückgrat auf, wenn man sich mit dem König trifft. Hab ich mal gehört. Ja, ich hab mich noch nie mit dem König getroffen. So direkt. Es scheint sich um eine längerwierige Sache zu handeln. Vor einem Jahr sind einige seltsame Dinge im Palast geschehen. Vielleicht sollten wir sie mit... in die Hütte der... also in meine Hütte nehmen. Dort kann ich mich besser um sie kümmern. Können wir sie denn tragen? Hm, ich fürchte, dafür brauchen wir die Stadtwache. Im Namen des Königs! Ah. Haltet rein! Was machen Sie hier? Guten Tag. Wir haben eine Ohnmächtige. Ich glaube, Sie wollen die ausrauben. Könntet ihr sie in meine Hütte bringen? Ich bin die Heilerin. Was hat der Augen? Meine... Ja. Existenz? Stimmt, hat er einen Namen? Die sagt, dass die Heilerin sind. Ja, durchaus. Die sprechen auch durche Zaubersprüche. Er ist wunderschön. Rana. Rana. Das ist eine Bescheidung. Aber na gut, ja doch. Ich glaube, das sind Hexchen. Darf ich vorstellen, das ist der Praktikant. Er ist nicht ganz dicht. Er hat einen Stein als Haustier. Ulkrig. Nun, ich habe früher auch einen Stein als Haustier besessen. Sie sind recht possierliche Tierchen. Er ist als Kind gegen einen Staudamm geschwommen. Wo kriegt man denn so einen Stein? Also, es ist ja fantastisch. Ich weiß nicht, was ein Staudamm ist. Also, wir können ihn nicht tragen. Ich glaube, die hat sich schlafen. Ich glaube, ich kann ja nicht schwimmen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Naja, mit einem Haustier lässt sich schlecht schwimmen. Ja, das könnte doch nicht runterziehen. Das ist kein Haustier. Das ist mein bester Freund. Oh, wie heißt er denn? Er hat mich letztes Jahr durch viele schwere Zeiten gebracht. Raten Sie mal, wie sein Stein heißt. Jetzt warten Sie. Und? Sag es ihr. Stein. Stein. Oh, er hat wunderschöne Augen. Ja. Sie sind so schwarz. Ja. Nein, nein, bitte, bitte hören Sie auf. Ich bitte Sie, das war ein Spaß, als ob ich diese handlose Frau am Boden hatte. Ja, ich, ich, mein, mein Heil, meine Heilung ist gesprochen. Sie sollte bald wirken. Ich schaue eine Rücken. Aus deinen Kniescheiben. Oh, ja. Mensch. Das, äh. Blub, blub. Blub. Seht ihr, was ich meinte? Sie spricht sauber, spricht sie. Ja, genau. Scheiße. Ich sagst du Stein. Nein, 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 nein. Das funktioniert nicht. Für meine Knie und für mein Rücken. Dauert immer noch. Können wir Steini nehmen und ihn auf ihren Kopf werfen? Nein. Nein. Ich habe mir auch gesagt, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Der arme Steini. Wo müssen wir Steini mit ihr schmusen? Ach, der Scheiße, Störfried, das musst du ja. Wäre es denn möglich, dass ihr mir die Patientin in die Heilerinnenhütte tragt? Natürlich tragt das Liebesgut auch noch zu ihr. Wie, Liebesgut? Gut, Gott. Bitte. Ja, das ist doch die Heilerin. Ich bin sicher. Ich bin die... Habt ihr doch gesagt, sie ist Heilerin. Ja, ich bin die Heilerin. Ich versuche gerade meine Angst zu tun und zu überspielen. Ich hasse jetzt. Nun, ich verstehe, dass Wissenschaft auf manche wie Magie wirken muss. Wer ist es? Sie. Nein, aber diese Sprüche. Ich erkenne Zaubersprüche, wenn ich sie sehe. Sie. Nun, ja. Ich verkündet euch alleine. Höftigkeit, verstehe ich? Wie? Wer? Habe ich stark genug können? Ich bin mir sicher, ihr schafft das. Ja, ich schaffe deswegen. Ach so. Ja, jetzt leuchtet's ein. Okay, dann gehe ich mal zum Rathaus. Danke. Alles klar. Ganz viel Erfolg. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Ich würde sie ungern hier liegen lassen. Was kostet denn hier was für die Knie und Rücke? Sie ist auch gar nicht sicher hier. Das muss ich mit meiner Schwester Lise besprechen. Ja, vor allem, wenn dieser Lachsmann hier in der Gegend rumspielt. Oh, oh ja. Ja, er ist... Das ist ein Betrüger, denke ich. Er ist sehr speziell. Ich denke, wir sollten sie in die Heilerhütte bringen. Ich wohne dort hinten. Wache, ich habe eine Frage. Soll ich eine Zeichnung von ihr für dich anfertigen, oder willst du sie weiter anstarren? Ja, ich habe mich ja gesagt. Ich überlege noch, wie wir sie noch drüber transportieren, ohne dass wir sie verletzen. Das ist ein löblicher Gedanke. Das ist sehr schön. Ich frage den unten. Auch wenn er nicht so aussieht. Ja, natürlich gern. Auf dem kleinen... Also eigentlich ist er genauso stark wie Aussie. Nun, das mag ich nicht zu beurteilen. Ich werde mir das aufschreiben. Aber diese tierliche Frau wird er schon noch tragen, oder? Sehr schön, sehr schön. Ja, er sagt ja. Ich danke dir. 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 Dragonia. Ist das schön. Oh, hallo. Könntest du mir einen Gefallen tun und im Rathaus nachfragen, wie wir diese uns unbekannte Frau in die Heilerinnenhütte bekommen? Das wäre mir eine große Hilfe. Das Rathaus ist dort drüben. Danke dir. Ja, ich gehe. Aber wenn wir sie nicht können heben, können wir sie schieben vielleicht. Schieben? Nun, ich denke, das wäre nicht gut. Sie könnte einen Schädeltrauma erlitten haben oder ähnliches. Was bedeutet das? Ich bin kein Heiler. Das bedeutet, dass sie Schmerzen im Kopf haben könnte und wenn wir sie bewegen, auf die falsche Art, dann, nun, das könnte böse enden. So, verdammt. Dann habe ich vielleicht auch einen Schädeltrauma. Gut möglich, gut möglich. Ich habe auch häufig, wie sagt man das, Schmerzen im Kopf. Wenn Sie denken? Ähm, mein E-Mail. Nun, ansonsten hätte ich Ihnen empfohlen, das Denken einzustellen. Das kann ich leider nicht machen. Aber warum empfehlen Sie sowas? Nun, wenn es euch Schmerzen bereitet, dann solltet ihr es unterlassen. Das nennt sich präventive Medizin. Die Weinstube hat kein Wein. Das klingt gut, aber leider ist es nicht dieses Problem. Nun, dann kann ich nur empfehlen, dass Sie vielleicht mal eines Tages zu mir kommen und wir uns das Ganze anschauen, ob ich mich um die Kopfschmerzen kümmere. Aber mir kann ich sicher sein, dass Sie sind keine Hexe. Nun, spielt es eine Rolle, wenn ich Ihnen helfe? Ja. Ich denke, man kann sich nichts auf der Welt sicher sein, aber ich kann versichern, dass ich mich der Wissenschaft und der Pflanzen bediene und der Natur. Ich bin der Hexe. Ach so. Ja. Wie eine Hexe. Ja, ja, okay. Aber vielleicht komme ich vorbei. Wo ist diese Hütte? Äh, hinten am Ratsch. Ähm, wie heißt es? Wirtshaus in der Taverne und dann rechts. Es ist sehr schön da. Im Wald. Im Wald, ja. Okay, dann, äh, ja. Na, 77, wir müssen gehen. Auf bald, auf bald. Das ist die Frage, kann uns jemand helfen, Washi darüber zu transportieren? Äh, Ted sagt gerade, wir haben 78 Prozent. Äh, einen wunderschönen guten Tag. Ja, sagen Sie, haben Sie die Damen von Flatterberg irgendwo gesehen? Oh, äh, leider in letzter Zeit nicht. Ich, äh, kümmere mich gerade um diese ohnmächtige Dame. Oh, deswegen war ich nicht zu aufmerksam. Macht euch keine Sorgen, ich, äh, kümmere mich. Aber probiert es doch im Rathaus. Dort ist gerade sehr viel los. Da läuft jemand nackt. Alles wie immer in Rust-A-Lot. Jemand ohnmächtig. Jemand nackt. Ich wurde gerade beleidigt. Alles wie immer in Rust-A-Lot. Mal schauen, ob Dragonia jemanden findet. Oder Drache jemanden findet. Um, äh, hier die Ohnmächtige zu transportieren. Ich muss halt auch immer noch mein Haus finden. Like. Aber wenigstens ist es eine gute Möglichkeit, dass Froschi und ich uns jetzt ingame kennenlernen. Das ist ganz gut. Wisst ihr? Also, es ist... Wir können uns... jetzt auf eine gute In-Game-Art und Weise kennenlernen. I like it. Das gibt uns eine gute Möglichkeit. Sie wird bei dir im Haus aufwachen. Genau. Ich finde es grafisch auch hübscher als letztes Mal. Ja. Wir haben auch eine Karte bekommen, aber ich fürchte, die Himmelsrichtungen auf der Karte sind nicht übereinstimmend. Dragonia! Ich bin extra hergeeilt. Ich danke dir. Es ist ein riesen Andrang im Rathaus. Und ich weiß noch nicht mal, wer mein Ansprechpartner ist. Nach oben dürfen wir nicht einfach gehen, weil das ist verboten, weil da sitzen die wichtigen Leute und sind gerade im Gespräch. Und man muss Nummern ziehen und ich bin, glaube ich, an zehnter Stelle oder so. Oh nein, das hatte ich befürchtet. So schnell werden wir da leider nicht an Informationen kommen. Was sollen wir nun tun, Dragonia? Wir können nichts weiter tun, als erneut einen Heilspruch zu sprechen und zu warten. Denn nun, also mein Ehrgefühl und meine Pflicht verbieten es mir, eine ohnmächtige Frau hier mitten auf dem Marktplatz liegen zu lassen. Aber ich kann verstehen, wenn du mit deinem Tagesgeschäft fortfahren möchtest. Hast du denn heute etwas geplant? Ich bin heute dran mit Haushalt. Das sollte ich auf jeden Fall erledigen, sonst wird Hasel ein bisschen, du weißt schon, wie das ist. Ich verstehe. Na, verheiratet ist. Wie ist das denn aktuell mit Hasel? Bist du glücklich? Ja, ich glaube, wir haben uns gut eingelebt. Wir wohnen sehr zentral, das ist sehr großartig. Ich gehe morgens ab und zu auf den Markt. Ja, ich denke, es ist der Alltag eingekehrt. Wenn man das hier in diesem Dörfchen überhaupt sagen kann. Dabei warst du doch nie eine Freundin des Alltags. Das stimmt. Aber Versammlungen des Königs sind auf jeden Fall sehr aufregend. So wie heute wieder. Ich bin gespannt, ob das noch irgendwelche Folgen hat. Ich muss gestehen, Dragonia, ich habe überhaupt nicht richtig verstanden, wer dort freigelassen wurde. War das nicht der alte Bürgermeister? Ich bin mir unsicher. Du warst immer viel besser mit solchen Dingen, während ich mich um die Arbeit kümmerte. Hast du dich stets mit den Menschen hier verstanden? Das stimmt auch wieder. Aber andererseits sollte es auch egal sein, wer vor uns steht. Das hast du mir gelehrt. Es geht nur darum, zu helfen, wenn jemand Hilfe braucht. Wer das ist, woher kommt, wie er heißt, das ist doch absolut irrelevant. Wohl wahr, wohl wahr, Dragonia. Aber, nun, die Stadtwache konnte uns nicht helfen. Das Rathaus kann uns nicht helfen. So liegt das wohl an uns. wir können, glaube ich, einen Schutzzauber über sie legen. Und vielleicht schläft sie ja wirklich nur. Dragonia, rede nicht von Schutzzaubern. Ich meine natürlich einen Kreis aus Salz, der böse Geister fernhält. Das ist eine gute Idee. Wir dürfen sie nicht einfach hier so liegen lassen. Richtig. Nun, richtig. Nun, magst du mir zeigen, was ich dir vor zwei Monaten beigebracht habe? Du weißt schon, der Kreis aus Rosen Salz Der Kreis aus Rosensalz. Ähm, hm, ja. Oh. Ich will einfach mal so, drach ich den jetzt was auf. Äh, Rosensalz, Rosensalz, Rosensalz. Ich finde, ich habe kein Rosensalz dabei. Oh, ähm, hier, hier, nimm dieses. Ah, danke. Hm. Okay. Rosen sind rot, manchmal auch blau, doch ich weiß genau, grün ist diese Frau. So sei sie geschätzt, vor dunklen Geistern, dann wird sie hier im Schlafe ihre Freiheit meistern. Blub, 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 Blub. Oh, Dragonia, es freut mich so zu sehen, wie weit du mittlerweile bist, wie, wie groß deine Fähigkeiten geworden sind. Das war hervorragend. Danke, liebe Lise. Dankeschön. Dragonia. Es fühlt sich so gut an, erfolgreich zu sein. Ja, nicht wahr? Nun denn, so gehe du zu deiner liebsten Hasel. Wo wohnt ihr nochmal? Verzeih, ich bin etwas vergesslich. Alles gut, hinter der Schneiderin, oben, im ersten Stockwerk. Oh, wie wunderschön. Also, von außen die Treppe rauf und dann ganz oben. Wie wunderschön. Ich sollte bald mal wieder bei euch beiden vorbeikommen. Oh ja, ich würde sagen, ich mache schon den Haushalt und dann können wir ja unserer Arbeit nachgehen heute. Dann würde ich dich zu Hause besuchen. Sehr, sehr gerne. Oder hast du etwas Bestimmtes vor? Immer dieses faule Pack hier am rumliegen. Verzeihung, es ist ein medizinischer Notfall. Blub, 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 Rana, Rana, Blub, Blub, Erwache. Erwache, Rana. Ich, ähm, vielleicht, ich versuche mal, vielleicht hat sie diesen Knopf. Vielleicht. Okay, dieser? Hallo, seid gegrüßt. Oh, hallo. 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 Schönen guten Tag, Miss Flatterberg, richtig? Ja, genau, mit dem, mit dem Lachen. Ähm, ist hier denn alles in Ordnung? Ist sie wohl auf? Nun, ich bin gerade dabei, die letzten Heilungs, äh, Vorgänge zu, zu finalisieren. Oh, ein, ein Glück, ein Glück. Ähm, also seid ihr hier gut, äh, also, ja, ich hab mir nur gerade Sorgen gemacht, weil sie schon vorhin hier lag. Ja, sie ist, muss in der Aufregung, in Ohnmacht gefallen sein. Sie scheint ja auch neu hier im Dorf zu sein. Vielleicht ist sie so viele Menschen nicht gewohnt. Oh, das kann natürlich sein. Dann bekommt man ein kleines Flackern im Kopf und schon fällt man um. Dann hoffe ich, dass sie bald wieder wohl auf ist und dann machen wir uns sie wieder auf den Weg. Ja, wir tun uns am Möglichsten. Dragonia ist meine Auszubildende und sie ist mittlerweile sehr, sehr gut in der Heilung geworden. Oh, wundervoll. Ein, ein so, ein so wenig wichtiger Beruf. Dann, ähm, wohl auf und, äh, bis ein andermal. Auf bald. Auf bald. Okay, dann, äh, gehe ich mal meiner Wege und, äh, wir sehen uns später, liebe Lise. Bis später, Dragonia. Gut, wir waren eben schon beim Ratus und haben Bescheid gegeben. Jetzt werden wir mal kurz wieder nach Hause gehen, denke ich. Wundervoll. Wie sie einfach nicht aufsteht, ne? Gitaria, wusstest du nicht, wo die Friseursens aufzufinden ist? Wieso steht sie nicht auf? Ich muss noch in mein Haus und meinen Schlüssel abholen. Froschi. Ja, vielleicht kann ich dir noch ein wenig dran erinnern. Möchtest du da jetzt hin? Froschi. Froschi. ich teabäcke dich, bis du aufstehst. Froschi, ich teabäcke dich jetzt wach. Ich teabäcke dich wach. Ich teabäcke dich wach. Komm. Schnüffel an meiner Unterhose und wach auf. Schnüffel an meiner Unterhose. Ich meine, schaut mich mal an. Seien wir ehrlich. Komm. Langes Haar hat mir besser gestanden als das hier. Komm. 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 Ich heile diese Frau. Möchtest du mitkommen oder möchtest du Mutter Bescheid geben, Eleonora? Bitte? Sind Sie Frau Krümmel? Gut, ich komme dann auch gleich wieder. Ja, ich bin Frau Krümmel. Ja. Oh, schönen guten Tag. Ich bin vom Postamt und ich habe einen Brief für Sie. Oh, für mich? Ja, ja. Leider weiß ich den Absender nicht, aber er sagte, ich soll an die Heiserin Krümmel geben. Ja. Vielen Dank. Das ist eine halbe Ewigkeit. Oh, danke sehr. Sie ist erwacht. Guten Tag, Gnädigste. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Auf dann. Auf dann. Gnädigste, geht es Ihnen gut? Geht es euch gut? Sie ist wieder in Ohnmacht gefallen. Oh nein. Oh nein. So viel nervös hier geschnüffelt. Ja, genau. Was ist denn los? Radar. Radar. Frau Schana. Wir drei und Yoshi und Sandstein. Genau. Okay. Nein, Yoshi. Das ist mein Aspekt hier. Wieder rausgeschmissen worden. Oh no. Ich denke, ich werde dann mal tatsächlich. Hallo. Sie ist ja immer noch ohnmächtig. Ja, sie wurde kurz, sie kam kurz zu Bewusstsein und dann ist sie wieder in Ohnmacht gefallen. Ich denke, oh nein. Vielleicht waren meine Heil Fähigkeiten zu umwerfen. Mein Name ist Onkelchen. Ja, das muss es gewesen sein. Nun, ich, ähm. Was ist hier passiert? Sie ist einfach ohnmächtig geworden. Oh mein Gott. Wie war das schon zu der Zeit, als der König seine Ansprache gehalten hat? Was ist da passiert? Ja, ich denke, es war zu groß, die Aufregung. Vielleicht, ja, ja. Das ist nicht gut. Ja. Nun, es wäre großartig. Die Frau ist eine Hexe. Die in dem weißen Blusen ist eine Hexe. Hört nicht auf ihn. Es wäre großartig, wenn wir sie in meine Hütte bringen könnten. Hört ein bisschen zu, was die machen. Sie spricht komische Worte und verhofft, dass sie aufmacht. Wer seid ihr denn? Und sie haben schöne Spucke. Ich bin Antoniska Galagisch und sie? Ich bin Toho-Bär-Trotzen-Platz. Müller! Ich stelle mal kurz ein Ticket. Wo? Damit sie mir, ähm, so? Ja, ja. Kein Problem. Was ist nun? Was übeln Sie denn für einen Berufsbuch aus? Solltet ihr mir Rana, Frau Schana, in die ich habe versucht, diese Hexe loszuwerden, aber die Wachen wollte mir nicht helfen. Hexe? Ja, ja. Sie hat eine Hütte im Wald. Warte, irgendwie klappt das alles nicht. Und sie spricht komische Worte zu einer bewusstloser Frau. Ja, falls Sie den Sperr auflegen, ähm, ähm, mhm, das sind alle Anzeige meiner Hexe. Da müsst ihr aber aufpassen mit euren Wormen. Entschuldigung, wieder über die Schultern. Ich vergesse, auch wenn ich es sehr genieße. Könnt ihr gern zu mir ins Haus kommen und dann bekommt ihr. Ich habe ein Ticket erstellt und hoffe, dass sie bald abgeholt wird. Ich bin der Müller. Der Müller. Spucken Sie auch in das Mail? Na, aber natürlich. Oh, mit dem Gewissen, wie sagt man, extra. Das ist schön. Etwas, ja. Ja. Hat jemand so viel Sponshop geguckt? Nun, flüstert wieder komische Worte. Ich höre es. Komische Worte? Nein, nein. Ich habe... Das ist ihr Name. Rana ist ihr Name. Das habe ich vorher schon gesagt. Ja, also, ich habe es schon versucht, aber... Hm. Atmet sie denn noch? Ich... Ja, ja, sie atmet noch und auch ihr Herz schlägt kräftig. Ja, ja, ich bin mir sicher, dass du Interesse an ihrem Herz hast. Natürlich. Was soll ich mit ihrem Herzen essen? Bisschen Rackchen. Was? Nun gut, ich muss mich um mein Brot kümmern. Auf bald. Bis dann. Auf bald. Nun, ich, ähm, werde ein paar Kräuter aus meiner Hütte holen in der Hoffnung, dass ich sie damit retten kann. ich beeile mich. Dann werden wir hier aufsiehen. In einer gewissen Hinsicht, ja. Ich erinnere, haben Sie das Schweißonkelchen genannt vor einiger Zeit? Ja. Froschi steckt noch in den Einstellungen. Ja, ich habe gerade mit dem, ähm, mit der Spielleitung geschrieben, dass sie mir Froschi in die Heilerhütte bringen. Die Frage ist nur, finde ich meine Hütte? Das wird die Herausforderung. Also hier ist so ein Baumhaus, da ist der Quacksalber. Wartet, ich habe eine, ich habe, ich habe eine Karte, da ist der Quacksalber. Wenn da der Quacksalber ist, dann ist hier Baum. Viel Baum, noch mehr Baum. Boom. Ich wohne doch hier irgendwo. Hallo. Vielleicht leitet mich auch das, äh, Mottenavi. Aber ich glaube, hier, guckt mal, hier war doch mein Teich. Das ist mein Froschteich. Right? Das ist mein Tümpel. Süden. Ich muss in den Süden. Ja, das hier sollte mein Haus sein, tatsächlich. Schon gefunden. I guess. Ich komme nicht rein. Aber ja, das ist meine Hütte. Ding ist nur, ich komme nicht rein. Meine Hütte hat ein Upgrade bekommen. Wie hübsch. Wie hübsch. Oh, schaut, wie schön. Oh mein Gott. So. Da ist ja nichts mehr drin. Oha, wie hübsch. Wie hübsch das alles ist. Oh mein Gott. What? What? Die Frage ist nur, wo ist mein Kram? Wir gucken uns alles gleich nochmal genauer an. Ich will nur erstmal den Schlüssel und so finden, den es ja angeblich geben soll. Und mein Geld, I guess. Aber in welcher? Sie haben doch was gesagt von, das liegt in den Boxen. Oder? Mich hat schon jemand ausgeraubt. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wie hübsch das alles ist. Ich kann nicht mehr. Die Tür war offen, weil ich noch nicht abgesperrt hatte, tatsächlich. Nee. Das ist mein Kleiderschrank. Das ist natürlich cool. Aber ich habe so viele Kisten hier drin. Ich weiß nicht, welche die richtige ist. Wir gucken uns auch gleich nochmal den Kaktus an. Hier, guckt mal. Hier sind meine Schlüssel. Wofür auch immer. Und was haben wir hier? Ah, hier ist meine Geldbox. Sehr schön. Also, das hier ist mein, mein Schlafzimmer. So. Hold down, use menu. Also, hier kann ich ab. Okay, aber ich kann diese Tür hier nicht abschließen. Oder muss ich dafür den Schlüssel in die Hand nehmen? Nee, wartet. Okay, nee, ich kann sie nur öffnen und klopfen. Okay. Okay, wir fangen mal an. Also, wir haben hier ein kleines, das ist mein, mein, ich habe eine Katze an der Wand. Ich habe eine Katze an der Wand. Oh mein Gott, das Gesicht dieser Katze. I love it. Wie hübsch ist das denn bitte? Holy fucking shit. Auch mit diesen Leuchtpilzen. Und sie haben mir meinen Bananenkaktus gegeben. Ich wurde bei der Einrichtung gefragt, was ich denn unbedingt brauche. Und ich habe gesagt, den Bananenkaktus. Ich habe im Schlafzimmer noch ein Bild übersehen. Wartet. Oh mein Gott. Ich werde Albträume haben. So. Aber ich würde sagen, das Geld hier nehme ich tatsächlich direkt mal mit. So. Und jetzt werde ich dann gleich das RP auch weitermachen und den Brief lesen. erstmal schauen wir uns hier um. Oh, guckt mal. Bücherregal. Ah ja. Kann ich die jetzt abschließen? Tatsächlich. Ah, guckt mal. Open door lock. Jetzt ist sie gelockt, right? Ja, guckt mal. Das heißt, ich kann mich jetzt hier richtig einschließen. Das ist natürlich nice. Das machen wir mal. Schließen erstmal die Tür hier vorne ab. Ne. Perfekt. Ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Da liegt sie. Da liegt Rana. Ich setze mich mal kurz hin und gehe mal kurz aufs Klo. Also wenn Froschi wach wird, könnt ihr ihr bitte Bescheid geben. Und dann machen wir das RP weiter. Ja. Ich setze mich mal kurz hin. So. Hello, da bin ich wieder. Jetzt gucken wir uns mal ingame. Dieser Brief wurde versiegelt und kann nicht gelesen oder bearbeitet werden. Wartet. Lol. Aber das ist nicht schlimm, weil Ben hat schon gesagt, vielleicht gibt es damit Probleme und er hat mir den Brief vorab geschickt. Das heißt, ich kann ihn euch einfach vorlesen. Und zwar steht in diesem Brief Liebste Liesel, seit du uns verlassen hast, liegt zu Hause einiges im Argen. Nach dem Tod deiner Frau Mutter musste ich viel Gold in die Hand nehmen, um unsere Familie über die schwere Zeit zu helfen. Dabei bin ich, wie es scheint, auf eine betrügerische Familie hereingefallen und habe nun wohl einige Ersparnisse in eine Taverne gesteckt, die es gar nicht gibt. Liesel, wenn du auf dieser seltsamen Insel etwas Gold verdient hast, bitte ich dich, mir ein wenig davon zu schicken, damit wir wieder schuldfrei sind. Mit 2000 Goldstücken wäre mir geholfen. Ich bin sicher, die hast du mittlerweile mit deiner medizinischen Ausbildung wieder eingenommen. In Liebe und Hoffnung und Erwartung Christian Krümmel. Wir müssen Geld beschaffen, liebe Leute. Wir müssen Geld beschaffen. Wir müssen Geld beschaffen. Das ist, das ist das Ziel. Haust du vorne? Kiste, Liese Krümmel. Ah ja, guckt. Froschi ist wach. Nee, sie liegt ja noch da. Oh, welch Unglück. Welch Unglück. Aber nun, lieber Twitch-Chat und liebe... Oh, ihr seid erwacht. Ich habe mir große Sorgen um euch gemacht. Hallo. Oh, hallo. Wo bin ich? Was ist geschehen? Ihr seid ohnmächtig geworden auf dem Marktplatz und ich habe euch hierher gebracht in meine Hütte. Hallo, ich bin Liese Krümmel, die Heilerin. Oh, Gott. Ja, das ist mir natürlich ein bisschen unangenehm. Das muss es nicht sein. Das, ja, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Hallo, ich bin Rana Froschana und ja, ich bin die neue Seherin in diesem Dorf. Oh. Und das ist mir wirklich ein bisschen unangenehm, aber ich fürchte, das hatte mit der Menschenmenge zu tun, weil, wissen Sie, ich bin jemand, der durchaus oft auch Dinge empfängt und offen ist für die Geister der anderen Leute. Und wenn so viele Menschen auf einem Platz sind, dann empfange ich manchmal einfach zu viel. Nun, das, das verstehe ich. Ich denke, dass es heute passiert. Ich danke Ihnen vielmals. Bei wem darf ich mich bedanken? Ich bin Liese Krümmel, die Heilerin des Ortes. Die Heilerin des Ortes auch noch. Ich danke Ihnen vielen, vielen vielen Dank für Ihre Hilfe. Nicht dafür. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Ja. Ach, schön haben Sie es hier. Nicht wahr? Ich habe im letzten Jahr renoviert. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden. Vor allem die Bilder an der Wand verdeutlichen meine Profession und meine Leidenschaft. Ihre Leidenschaft wofür? Für die Heilung und die menschliche Anatomie. Unverkennbar. ja, das ein kundiges Auge erkennt das sofort. Ich, ähm, dies hier nenne ich Kopfbehandlung. Ah, ähm, ja, damit treffen Sie den Nagel auf den Kopf, würde ich sagen. das wahrscheinlich falls ihr jemals Kopfschmerzen habt, meldet euch sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall, das scheinen ja sehr professionell ihre Arbeit zu verrichten. Durchaus, 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 ja. Ja, meine, meine Familie hat wirklich des öfteren auch mit, ähm, Heilerinnen zusammengearbeitet. Das ist ein Zufall. Ach, wahrhaftig. Hier in ihrem Haus. Ja. Nun, ähm, darf ich, darf ich euch noch etwas zeigen? Oh, natürlich. Ich bin eine Seherin, ich sehe gerne Dinge. Haha, da verschickt mich. Schaut. Schön habt ihr es hier. Dort, in der Ecke. Das ist der Bananenkaktus. Ihm verdanke ich einen Großteil meiner Kräfte. Der Bananenkaktus. Ich, ähm, ja, sehe schon, ich, ähm, ja, ich spüre gewisse Energien, die von ihm ausgehen. Nicht wahr? Da auf jeden Fall sind, ähm, Schwingungen hier im Raum, die habe ich unten bislang nicht gespürt. Nicht wahr? Ich, äh, ich würde euch gerne noch ein, ein Bild zeigen, da ihr ja offensichtlich meine Kunst teilt. Schaut. Oh. Das, ist das, ähm, selbst gemalt? Nein, nein, so etwas würde ich mir niemals anmaßen, ein so großartiges Meisterwerk selbst geschaffen zu haben. Aber ich sehe in Ihnen durchaus auch eine sehr kreative Ader, also. Nun, im, im, also, wenn Sie es so sagen, ja, nun, im anderen Zimmer hängt ein Bild, ein, ein, ein Selbstversuch. Ich meine, es ist nichts Großartiges geworden, aber es ist. Boah, meine Neugierde ist geweckt. Ich habe, ich habe mein Bestes gegeben. Ich nenne es Katz. Ich brachte wahrscheinlich gerade ab. Kennen Sie diese Bilder, ähm, was sagt ihr? die so mehrdeutig sind? Die, wo man, wenn man genauer hinguckt, immer mehr entdecken kann? Nicht wahr? Ich habe sie meiner verstorbenen Katze Porzug gewidmet. Ihr seid so kreativ und talentiert. Vielen, vielen, vielen Dank. Zu gütig, zu gütig. Sprachlos. Sie lacht einfach nur. Nun, ähm, gebt mir einen Augenblick, ich muss meine Dinge ordnen. Ist es mir gestattet, ein wenig an eurem Feuerchen zu verweilen? Sehr, sehr gerne. Nun, ich, ich frage nur ungern, doch, könntet ihr versuchen, die Kiste neben meinem Bett zu öffnen? Ich möchte sicher gehen, dass, dass das Schloss, äh, tut, was es soll. Die andere, direkt neben dem Bett. Dort vorne links. Und jetzt habe ich Froschi ins Schlafzimmer gekriegt. Also, ähm, von ihrer Truhe gehen aber ganz spezielle Schwingungen aus. Ich, ähm, ich, ich fürchte, ich bin nicht an der Lage, sie zu öffnen. Und die Truhe dort vorne neben dem Bett? Ich, ähm, liebe Frau, ich, ähm, es ist mir ein bisschen unangenehm, das, ähm, zuzugeben, aber wissen Sie, ich, ähm, in meiner Berufung ist es durchaus in meiner Natur, ähm, sehr viel Empathie an den Tag zu legen und sehr viele, oh, das ist das, ähm, sie wirbeln sehr viel Staub auf, junge Frau. Ähm, das ist durchaus angebracht, ähm, sehr viel Peingefühl für Stimmungen und Schwingungen zu entwickeln und, ähm, denke, in ihrem Schlafzimmer, ähm, ausgerechnet neben ihrem Bett, Dinge zu berühren, das, ähm, geht mir doch etwas näher, was ich, äh, zugeben möchte. Nun, aber, vielleicht sollten Sie, ja? Es würde, es würde mir wirklich viel bedeuten, wenn Sie prüfen könnten, ob das Schloss richtig verschlossen ist, neben dem Bett. Nun, dann, ähm, ähm, ich, ich, ich gebe mein Bestes. Ich, ähm, danke euch. Ich sehe das Loch. Perfekt. Aber, können Sie auch etwas hineinstecken, oder? Ich, ähm, habe derzeit nichts zum hineinstecken, fürchte ich, aber, ähm, ich denke, das ist auch Sinn der Sache, einer verschlossenen Truhe. Nun, sie ist verschlossen, das, das höre ich gerne, vielen, vielen Dank. Ich wollte nur sicher gehen, in letzter Zeit hat mir die Truhe ein wenig Probleme bereitet. Ich dachte, sie wäre abgeschlossen, sie war es nicht. kleine Wichtelstahlen, mein Geld. Oh, weh. Ja, ich fürchte nur mit der Truhe hier, ähm, könnte es möglicherweise so sein, dass man sie öffnen kann. Nun, das, das ist in Ordnung, in dieser Truhe lagert nichts Wichtiges. Ja. Ich danke euch. Ihre wahren Schätze neben ihrem Bett. Durchaus. Ich muss sicher gehen, dass, ich muss sicher gehen, dass mein Geld ordentlich verwahrt ist. Wenn ihr versteht. Das ist wahrscheinlich durchaus, durchaus, das klingt nach einer sehr vernünftigen Einstellung, junge Frau. Ihr habt es so schön hier. Danke sehr. Ihr habt eine so schöne Atmosphäre in eurem Haus geschafft. Sehe das. Vielen, vielen Dank. Ihr habt schon sehr viele, dieses Haus wimmelt vor Geschichten und Heilkundigkeit. Ich gebe mir Mühe. Nun, aber falls ihr mich entschuldigt, ich bin mir sicher, nach ihrem Ohnmachtsanfall wollen sie auch zunächst einmal sich zu Hause ausruhen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich bin tatsächlich noch sehr neu in der Stadt und muss mich erst berechtfinden, aber das dachte ich mir. Es ist sehr, es ist sehr beruhigend zu wissen, eine solche kräuterkundige Frau in direkter Umgebung zu wissen. Ich habe auch, oh, ich kann euch noch etwas zeigen, das euch sehr gefallen wird. Ja. Falls ihr gestartet habt, kommt heraus. Ich schließe die Tür hinter euch. Nun, falls das Schloss tut, was es soll und nun alles verschlossen ist. Gebt acht. Ich zeige euch etwas. Bleibt gerne dort unten stehen und achtet auf den Teich. Dort leben die Froschmädchen, müsst ihr wissen. Sie lassen sich herbeirufen, die Froschmädchen. Versteht ihr mich? Ich verstehe euch. Nun, Froschmädchen, Froschmädchen. Quack, Quack. Nun, kann ich etwas beitragen zu eurem Zauber? Sehr gerne. Ähm... Sie haben meinen Froschmädchen kaputt gemacht. Eure Darbietung hat mir äußerst gut gefallen. Danke. Ähm... Die Froschmädchen haben heilende Kräfte, müsst ihr wissen. Mhm. Das, ähm... Das ist ja so ein Zufall. Mein Name lautet Rana Froschana. Ein Zeichen des Schicksals? Ich, ähm... Ich denke auch. Es kann kein Zufall sein, dass... Ähm... Ich denke, ich habe euch gesehen. Es war wahrscheinlich Schicksal, dass ich ausgerechnet in eurem Haus er will. Ich denke auch. Nun... Aber nun solltet ihr zu eurem Haus gehen. oder tragt ihr euren Haustischschlüssel und euer Geld bei euch? Ähm... Ich, ähm... Denke, ich werde mich erst mal umschauen müssen. Ähm... Fürchte... Soll ich euch zum Marktplatz bringen? Ich habe noch nichts bei mir. Ähm... Das müsst ihr vermutlich nicht. Ich denke, ich führe mein Haus bereits. Immer Richtung Nord-Süd. Woher wussten Sie das? Ich kenne den Weg. Ich dachte, ich werde die Seherin unter uns... Verzeiht. Ihr kennt den Weg. Auch... Auch ich empfange manchmal Schwingungen. Ah, ich verstehe. Nun gut. Ähm... Ich empfange auf jeden Fall direkt in der Umgebung hier ähm... Schwingungen, die mich anrufen, zu Ihnen zu kommen. Ich werde definitiv auf Sie zurückkommen, Frau Grimmel. Sehr, sehr gerne. Wir werden in Zukunft ähm... Ihr dürft mich Liese nennen. ...einander zu tun haben. Danke, Frau Liese. Das freut mich sehr. Ähm... Nennt mich gerne Rana. Es ist schön, deine Bekanntschaft zu machen, Rana. Auf bald! Ebenso. Auf bald! Ah, ich lieb's! Direkt mit Froschi gebondet! So, jetzt gehen wir zu Tragonia, also zu Drache und, ähm... Lesen ihr den Brief vor. Ich musste direkt mein Discord öffnen, da... da der Brief ja sonst ingame nicht funktioniert. Meanwhile checke ich auch mal kurz, ob noch was auf dem Rastalot-Server geschrieben wurde. Mein Ticket wurde geklärt, perfekt. So. Ey, ich hab vergessen, wie langsam mir in diesem Game läuft einfach. Aber, ey, Leute, ich find mich mittlerweile richtig gut zurecht, ne? Oh, guck mal, sie haben Schilder angebracht, auf denen nichts steht. Okay. Oh mein Gott, nein, das macht mir Angst. Kann ich da was draufzeichnen? Hm. Oh, hier vorne ist schon wieder irgendwas los. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nein. Oh, nein. Die Prinzessin. Hm. Das ist nicht gut. Ich geh zu Tragonia. Wir brauchen einen Plan für das Gold. Exakt das ist meine Aufgabe diese Woche, lieber Twitch-Chat. Die Aufgabe für diese Krümel ist für diese Woche möglichst viel Gold zu beschaffen. Denn, äh, der Vater hat Geldprobleme. Äh, nachdem wir nun, äh, Rama-Froschaner auf die Beine geholfen haben, aka Froschis, äh, Internetprobleme. In-Game überbrückt haben. Ähm, schaue ich mal. Ich glaube, Dragonia wohnt hier oben. Wenn mich nicht der alles trügt. Sprich mit der Prinzessin. Also, ich hab halt, also, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ich würde auf jeden Fall es mal beim Meister probieren. Der hat nämlich viel Cola. Das weiß ich. Der Onkelchen, der macht sowas. Der nimmt immer nur das, Ich könnte Leute vergiften und dann heilen. Das ist eine Option tatsächlich. Ich könnte Leute irgendwo runterschubsen und dann Brüche heilen. All das kann passieren. Dragonia! Dragonia? Dragonia? Oh, süßes Bärchen. Okay. Ja, das ist, äh, das ist... Hm. Nun. Hasel! Hasel? Hallo? Hallo! Ja, siehst du? Ja, ich bin, ich bin, oh, warte einen Moment. Ich glaube, wenn ich heute hier hinab springe, ist das keine gute Idee. Ja, der wurde mir schon vorgestellt. Das war der nämlich, der uns... Hasel? ... Sie ist weggelaufen. Hasel, hier bin ich. Hier. Ha, hallo. Hasel, hast du, hast du Dragonia gesehen? Ja, sie wollte gerade los zur Arbeit, also zu dir. Oh. Quasi. Oh, nun. Sie ist vor zwei Minuten los. Nun, dann, vielen, vielen Dank, dann mache ich mich auf den Weg. Danke dir. Ja. Ja, ja, ja. Dragonia, so auf den Weg zu mir, ich auf den Weg zu mir, aber welchen Weg ist sie denn dann gelaufen? Nicht den kürzesten auf jeden Fall. Hm. Ich finde, das ist so schön gemacht, weil man erkennt, das Dorf vom letzten Jahr durchaus wieder. Aber sie haben auch viele Dinge neu und schön gemacht und das macht mich sehr glücklich. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Haus. also wirklich riesen Props an die Spielleitung und die Modda, weil das ist einfach absolut geil geworden. Also wirklich absolut, absolut geil. So. Jetzt hoffe ich, dass wir Dragonia dort finden. Und sie nicht woanders hingelaufen ist. Wir sind dann, glaube ich, durch die Hintertür raus. Vielleicht ist sie durch die Vordertür gekommen. Das kann durchaus sein. Hier ist die Taverne, da können wir nachher noch einen Snack zu uns nehmen und was trinken. Maybe. Da wohnt der Quacksalber, das ist unser Konkurrent, aber zum Glück kann der nichts. Das rettet uns ein bisschen an der Stelle. Lassen Sie eine Taverne, da gibt es immer was zu holen. durch das Buschwerk nach Hause. Dragonia? Dragonia? Meine Stimme ist selbst nervig, wenn ich so rede. Oh mein Gott. Dragonia? 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 Oh. Ihr habt schon Bekanntschaft gemacht. Ja, gerade eben erst. Hallo, liebe Lise. Wie großartig du doch bist, dass du dieser Frau geholfen hast und es funktioniert hat. Ich kann auch so viel von dir lernen. Das ist so großartig. Ja. Ja, 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 ja. Dragonia, wir haben, Dragonia, wir haben etwas sehr, sehr Wichtiges zu bereden. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Geheime Heiligensachen, ja. Ja. Da möchte ich natürlich nicht stören. Aber liebe Dragonia, kommen Sie doch gerne später wieder auf mich zurück. Es würde mich sehr freuen, Ihnen meine Dienste anbieten zu können. Sehr gerne. Sehr gerne. Wie lieb du bist, liebe Rana. Freut mich sehr, euch, eure Bekanntschaft zu machen. Ich bin hoch erfreut. So, liebe Menschen in meiner direkten Nachbarschaft. Auf bald, Rana. Auf bald. Schön. Auf bald. Dragonia, es ist etwas schreckliches Geschehen. Dragonia. Was? Ich habe einen Brief bekommen, Dragonia. Ein Brief? Ja, wir sollten das nicht hier auf offener... Von ferner Lot? Nein, wir sollten das nicht auf offener Straße besprechen. Komm, komm in mein Haus. Du hast umgebaut, habe ich gesehen. Ich habe das vorhin schon bewundert. Ja, ja, ja. Schon vor einer Weile irgendwie habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt. Aber nun... Ich bin auf jeden Fall... Oh, was für schöne Bilder. Nicht wahr? Nicht wahr? Sie sind so ausdrucksvoll. Danke. Sie zeigen meine Leidenschaft für Anatomie. Aber Dragonia, darum geht es doch jetzt gerade gar nicht. Du hast recht. Ein Brief. Ein Brief. Ich habe einen Brief erhalten und es ist furchtbar. Dragonia? Hier. Ja, ja. Erzähl doch. Liebste Lise, seit du uns verlassen hast, liegt zu Hause einiges im Argen. Nach dem Tod deiner Frau Mutter musste ich viel Gold in die Hand nehmen um unserer Familie über die schwere Zeit zu helfen. Dabei bin ich, wie es scheint, auf eine betrügerische Familie hereingefallen und habe nun wohl einige Ersparnisse in eine Taverne gesteckt, die es gar nicht gibt. Lise, wenn du auf dieser seltsamen Insel etwas Gold verdient hast, bitte ich dich, mir ein wenig davon zu schicken, damit wir wieder schuldfrei sind. Mit 2000 Goldstücken wäre mir geholfen. Ich bin sicher, die hast du mittlerweile mit deiner medizinischen Ausbildung wieder eingenommen. In Liebe und Hoffnung und Erwartung. Christian Krümmel. Ach du meine Güte, 2000 Goldstücke, ich habe noch nicht mal den Lohn für heute bekommen. Ich, meine ganzen Ersparnisse belaufen sich auf 200 Goldstücke Dragonia und das habe ich innerhalb eines Jahres verdient. Ach du meine Güte. Aber es klingt sehr dringend, ich weiß nicht, was ich tun soll, Dragonia. Das verstehe ich, vielleicht kannst du den König um Hilfe bitten oder die Prinzessin. Den 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 Dagonia, wie wirkt das denn? Naja, du bist schließlich die Heilerin und was würde ein König in seinem Landsblick in seinem Land nur tun ohne Heilung und das wäre doch alles sehr tragisch, wenn du zum Beispiel gehen müsstest oder so, weil es deinem Vater so schlecht geht und naja. Dragonia, ich kann wegen Familienangelegenheiten nicht zum König rennen. Ja, aber wie sollen wir in so viel Geld kommen? Ich, ich dachte, ich weiß es nicht, vielleicht müssen wir anfangen, für unsere Heilung Geld zu verlangen. Nur ein wenig. Na gut, wenn du das für eine gute Idee hältst, ich vertraue dir. Nun, würdest du mir den Gefallen tun und zwei Goldstücke dann bei Rana einsammeln? Sie ist neu, sie wird das nicht hinterfragen. Sag einfach, wir haben, wir haben vergessen zu, das Geld direkt zu nehmen und Ja, ja, das klingt einleuchtend, ja, das sollte doch bestimmt kein Problem sein. Nimm direkt zehn, zehn Goldstücke, zehn Goldstücke sind ein guter Anfang. Zehn ist ganz schön viel, dafür kriegt man immerhin zwei Äpfel. Nun, ja, wir haben ihr Leben gerettet. Es sollte ihr durchaus zehn Goldstücke wert sein. Das stimmt auch wieder. Und? wir müssen ja schließlich irgendwo anfangen. Sie wird das bestimmt verstehen. Ich denke doch auch. Nun gut. Ähm. Ja, ich muss Rana ausnehmen. Es tut mir so leid, dass du das mitmachen musst, liebe Lise. Es tut mir so leid. Ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben. Ich, okay. Ich bin Feuer und Flamme, schließlich. Du weißt ja, ich bin schuld am Ableben meiner Mutter, unserer Mutter. Das ist wahr. Dementsprechend möchte ich dir dabei helfen, dass es deinem Vater auf jeden Fall ja, schnell wieder gut geht. Ich denke, das bin ich dir auch schuldig. Ich danke dir. Nun, dann geh du zu Rana und ich mache mir Gedanken, wie wir weiter an das Geld dafür kommen können. Alles klar. Na gut, Lise, gehen wir es an. Wir werden das Geld schon irgendwie zusammenbekommen. Ich spreche vielleicht auch mit dem Jäger. Mit dem hatte ich vorhin schon ein kleines Pläuschchen und er möchte aus seinen Kniescheiben einen Bart. Wenn ich ihm dabei helfe, gibt er mir vielleicht auch ein paar Almosen. Eine gute Idee und ich werde mit dem Meister reden. Immerhin verwaltet er das Geld des Königs. Nun, er wird sicherlich sicherlich eine Idee haben, wie wir an das Geld kommen. Das ist eine hervorragende Idee. Vielleicht hat der Cockring auch einige Ersparnisse. Oh ja, ich werde fragen, ob er uns mit dem Cockring helfen kann und wir sehen uns, Dragonia. Ich danke dir für deine Hilfe. Zehn Goldstücke. Zehn. Okay. erst mal Froschi ausnehmen. So muss das her. Keine Erbarmen. Keine Erbarmen. Vor allem muss ich dazu sagen, dass Froschi und ich vorab so ein bisschen gesprochen haben, wie wir gemeinsam das RP gestalten wollen. Das heißt, die weiß von diesem Brief. sie weiß aber nicht, dass ich beschlossen habe, weil wir wussten ja nicht, dass ich sie behandeln muss. Das heißt, dass sie jetzt mein erstes Behandlungsopfer ist. Ist ein bisschen lustig, weil sie wusste, dass ich dem ersten, der ersten zu behandelnden Personen quasi richtig viel Wuchergeld abknöpfen will. Und sie wollte das eigentlich mitbekommen und dann fragen, was los ist. Aber jetzt wird sie einfach ausgenommen. Und ich lieb's, weil Froschi weiß das natürlich, aber Rana, Froschana hat keine Ahnung. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zum Meister in der Hoffnung, dass der ein bisschen Kohle für uns hat. Alternativ den Schlüssel zur Schatzkammer des Königs. Da hat uns jetzt das Internetglück schon mitgespielt, dass Froschi quasi kein Internet hatte und jetzt am Anfang diese Spielstartschwierigkeiten, weil wir dadurch einfach jetzt echt gut ins RP einsteigen konnten. Aber ich habe auch noch so andere Sachen mir überlegt. Wir können eben Leute irgendwie krank machen und dann wieder heilen. Sehr schön machst du das. Oh, ist das Kokkok? Nein, nein, das ist Gerte. Oh. Ich bin der Hühnerbauer hier. Ich bin Fred. Guten Tag, Fred. Hallo, Gerte. Es freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Ja, das ist ein ganz feines Wun. Ja, ich schätze Menschen, die gut zu Vögeln sind. Gebt gut auf euch acht. Ja, ja, also als Hühnerbauer muss ich das ja sein. Hä? Ach, stimmt. Da haben sie ja nicht. Wenn du Scherz hörst, kannst du doch nicht überall hinkacken. Bitteschön. Das Huhn sieht krank aus. Wir können ihm Tiermedizin verkaufen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Leute, erinnert mich daran, dass wir demnächst Tiermedizin verkaufen. Das ist genial. Das ist genial. Wenn jemand hustet oder so, wir, das ist, ich meine, aber ich glaube, für Lise ist es noch ein bisschen zu früh. Lise kommt noch nicht so auf die Idee, aber langfristig werden wir natürlich sagen, so, ja, oh, das sieht aber jemand krank aus und so. Das machen wir. Das machen wir. Wir verkaufen Zuckerkügelchen und so und Scheiß. Gott, bis ich da oben beim Schloss bin. Das dauert ja ewig und dann ist der Meister wahrscheinlich nicht mal da. Huch, da reitet jemand auf dem Schweinchen. Okay. Erst Tiermedizin verkaufen und dann das Huhn hinterrück schlachten. Der Twitch hat so gute Ideen. Wir müssen den Leuten auch einreden, sie sehen plass aus. Das sind alles sehr gute Ideen. Ich glaube, jetzt gerade ist es für Lise noch zu früh, weil Lise ist ja eigentlich der Nette. Also wir können nicht direkt anfangen. Leute auszunehmen, aber langfristig hat der Twitch-Chat jetzt schon gecheckt, wo das Ganze hingehen soll. Wir werden dieses ganze Dorf von vorne bis hinten ausnehmen. Von vorne bis hinten. Inklusive verkauften Potenzmittel an den Meister. Alles. Wir werden alles tun. Wir können Stolperräte verteilen, damit Leute sich Beine brechen und sie geheilt bekommen müssen. Alles. Ich habe so viele Ideen. Ich habe so viele Ideen. Wir könnten die öffentlichen WCs unter Kontrolle bringen. Nee, das ist, ich bin ja Heilerin. Das muss ja schon. Und die Sache ist, wir haben auch das Heilerin-Monopol. Das heißt, wir haben Traits, die kein anderer Charakter sagen kann. Ja? Sie haben nicht zufällig den Herrn Henker gesehen, oder? Oh, nein, leider nicht. Wisst ihr zufällig, ob der Meister noch im Schloss verweilt? Ich habe ihn reinkommen sehen, aber leider nicht, ob er wieder entschwunden ist. Also, meine Vermutung liegt nahe, dass er noch dort ist. Nun, dann werde ich es nachsehen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Viel Erfolg. Gleichfalls. Dankeschön. Sieht so schön aus. Jetzt hoffe ich mal, dass wir beim Meister nicht irgendwie in eine Story reinkrashen. Res war letztes Jahr in Rastalot richtig dolle beschäftigt, tatsächlich. Wir könnten auch ein Virus entwickeln, damit Leute krank werden und wir haben das Gegenmittel. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit Medizin Asche zu verdienen, auf richtig moralisch verwerfliche Scheißart. Ich liebe es. Wir können einen Drogenring aufbauen. Oh, der Twitch hat die besten Ideen. Wir könnten Leute abhängig machen von irgendeinem. Es gibt so großartige Ideen. Großartige Ideen. Also ich habe eben mit Rana Froschana, aka Froschi, schon vorab ein paar Methoden abgeklärt, wie Wahrsagerinnen und Heilerinnen gemeinsam die Asche verdienen können. Die Frage ist, macht Tragonia damit? Trachi weiß noch nicht von so viel. Seid gegrüßt. Weiß noch nicht von so viel. Das heißt, ich bin gespannt, wie sie darauf reagiert, weil Trachi ja eigentlich einen sehr netten Charakter spielt. Aber ja, wir haben halt die Wahrsagerin auf unserer Seite. Das heißt, sie kann so sagen, ich sehe voraus, dass du krank wirst. Du solltest der Heilerin Geld geben, damit sie deine Aura reinigt und sowas. Also, das kann schon sehr, sehr, sehr lustig werden. Sehr, sehr, sehr lustig. Wir bitten jetzt aber eine Audienz beim Meister in der Hoffnung, weil er ist halt der Einzige im Game, der Ahnung von Geld hat. Der verwaltet ja das Vermögen. Vielleicht hat er auch eine Quest für uns, damit wir Geld verdienen, indem wir was für den Meister tun. Seid gegrüßt. Maybe. Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück. We will see, we will see. Sowas wie, genau, bringt mir fünf Fühnerfedern oder so. Vielleicht kann ich dem Meister ein total überteuertes Potenzmittel antreten. Mal gucken. Auf jeden Fall, schauen wir mal, ob wir da ein bisschen Cash bekommen für unsere große Quest der 2000 Goldmünzen. Seid gegrüßt. Guten Tag, die Dame. Seid gegrüßt. Ich, äh, darf ich passieren? Das ist ja sehr schön. Ja, doch. Solange ich keine Waffe habe, darf sie in den Hof. Nein, ich trage keine Waffe bei mir, nur meinen scharfen Verstand. So jobt der Wof. Dieses wettleidige Lachen. I can't. Was war Justin? Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ihr seid doch, entschuldigt mich, die Zufel, ist das richtig oder verwechsellich? Nein, ich bin die Heilerin. In Ordnung, in Ordnung. Ja, nicht die Zufel, nein. Wollt, ist das Ziel, die, die, die Burg, die, das Schloss? Ja, ich bin auf dem Weg zum Meister. Gut, der müsste sogar noch da sein. Ich habe eben gerade mit ihm gesprochen, den solltet ihr also dort antreffen. Perfekt, vielen, vielen Dank. Super, dann wünsche ich noch viel Erfolg. Gleichfalls. Danke. Okay, er ist also noch im Schloss, wir sind also nicht umsonst diesen ganzen fucking Weg hier hochgelaufen. Vielleicht will Lise auch endlich mal ein Pferd, weil, oh mein Gott, es dauert ewig, bis man irgendwo angekommen ist in dieser Fußlaufgeschwindigkeit. Aber das Schloss sieht so schön aus, ey. Da steht ein Pferd, wir könnten es klauen. Nein, Lise ist nett. Lise ist nett. Wir sind die nette Lise-Grümmel. So. Ist meine Kamera eingefroren eigentlich im Game? Ja, ne? Und keiner sagt was. Guten Tag. Oh, vielen Dank. Danke sehr. Keiner fragt nach. Vor allem, wie die Cam eingefroren ist, ne? Warte durch, äh, mach das mal kurz. Das ist auch so ein geiles Standbild erkannt. Mann, das ist auch... Sie war einmal zu viel als einmal zu wenig. Hallo Kamera. Genau das. Warte, ich mach sie mal außen wieder an. Bitte, das ist Platzhalter Screenshoten. Das ist schon ein gutes Standbild. Hä? Vor allem... So. Hallo? Ah, cool. Cool, 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 cool. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Okay, I'm sorry, Chat. Ich weiß nicht genau, was gerade los ist. Jetzt? Ist komplett weg. Auch schön. Hä? Warte, ich geh mal kurz in-game auf ein Klo. Ist hier irgendwo ein Klo? Nee. Kacke. Nee, hier ist kein Klo. Okay. Ich würde mal ganz kurz die Kamera ausgeschaltet lassen. Und die Kamera hier in echt auch ausschalten. Vielleicht ist sie überhitzt. Und sie mal ein bisschen abkühlen lassen. Ich hoffe, ihr könnt ganz kurz damit leben, dass ihr mich nicht seht. Aber ich denke doch. Gebt mir so in drei Minuten. Um 19.40 Uhr probiere ich es nochmal, die Kamera anzuschalten. In der Hoffnung, dass es dann klappt. Ja, die Kämme einfach zu heiß. Man kennt es. Man kennt es. So. Die Frage ist, lass ich mich ja auch einfach so durch. Guten Tag. Sag gegrüßt, warte Frau. Ich bin auf der Suche nach dem Meister. Der müsste in der Burg sein. Ist der in seinem Zimmer? Das wissen wir nicht. Ich, nun, ich, 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 ich kenne den Weg zu seinem Zimmer und hoffe, ihn dort anzutreffen. Meistens liegt er ja doch im Bett. Gott, hier ist alles abgebrannt und so. Sie kennt den Weg. Klar kenne ich den Weg zum Zimmer. Hoffe ich. Was ist hier denn passiert? Holy fucking shit. Seid gegrüßt. Kok, Kok, bist du's? Oh, wir haben uns so lange nicht gesehen. Hallo, Kok, Kok. Wie groß du geworden bist. Und wie schön dein Gefieder. Ah, es ist so schön, dass es dir gut geht. Ach, Kok, Kok. Du weißt, dass du jederzeit zu mir kommen kannst, nicht wahr? Ja, so ein schönes Huhn. So ein schönes Huhn. Ich, wir sehen uns bestimmt später wieder. Ich, äh, ich, äh, ich bin auf der Suche. Bis bald, Kok, Kok. Ich liebe Kok, Kok. Ja, danke. Seid gegrüßt. Oh. Seid gegrüßt. Ist hier alles, benötigt ihr eine Heilerin? Ja. Äh, das ist normal. Oh, in Ordnung. Na dann. Kann ich, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ja, ich suche den Meister. Das ist sehr gut, den suche ich auch. Mhm. Dann müsste da unten jemanden bezahlen. Ich glaube, da ist eins oben drüber. Okay, vielen Dank. Ich werde ihn nach unten schicken. Ich werde jetzt mal nicht hinterfragen, wie sie schon gekommen sind, aber das ist okay. Ah, Maester. Heilerin. Es ist schön, als... Geht es euch gut? Ja, es geht mir immer besser als Davidoff, wie es scheint. Ja, so wie immer. Davidoff, was ist geschehen? Ich kann ihn looten. Ich bin die leider runtergefallen. Dankeschön. Dasselbe ist unserem Freund hier vorne leider auch geschehen. Wir benötigen eine neue Trompete. Wir brauchen auch... Wir müssen auch bezahlen den Bestuhler. Den Bestuhler? Der Bestuhler. Ja, der wartet vorne am Thron. Nun, wofür soll ich ihn bezahlen? Also einmal haben wir einen neuen Thron anbestellt für Prinz Willi. Der kostet 30 Dollar. Und anscheinend hat der ehemalige Henker, der jetzt in Rente ist, sich einen Schaukelstuhl für 70 Dollar gestellt. Nun, dann werde ich ihm die Rechnung zuschicken. Wo soll ich... Bei wem soll ich... Wo ist der Schreiner? Der unten vorm Thron. Oh, in Ordnung. Meistlichkeit. Ich danke euch. Ich werde mich darum kümmern. Werter Heilerin. Ja, ich habe ein Anliegen, aber ich möchte nicht stören. Und nun, das ist... Macht euch keine Umstände, denn in Rücksicht nimmt sich heute niemand. Ja, das ist wohl wahr. Nun, aber... Wie kann ich euch helfen? Es ist eine sehr private, delikate Angelegenheit. Das ist kein Problem. Tut einfach so, als wären wir nicht hier. Ich strebe mich um. Ist das privat genug für euch, oder sollen wir... Nun, ich würde lieber in euer Zimmer. Ich würde empfehlen, dass wir einfach in eine Ecke gehen. Mein Zimmer ist sehr gefährlich zu betreten. Oh, okay. Aber der Bestuhler wartet noch unten. Kümmert euch doch gerne erst um den Bestuhler. Ich warte so lange hier. Ich werde den Bestuhler bestuhlen und dann werde ich zu euch zurückkommen. Oder ihr folgt mir, wie ihr euch willigt. Ich bleibe hier lieber zurück. Ja, das ist eine weise Entscheidung. Ja, durchaus. Du. Ja. Du heilen, heilen. Heilen? Braucht ihr Heilung? Für... Ja. Für was genau? Wo schmerzt es? Oh. Dort. Nun, ähm... Ich lasse mich das ansehen. Tut das weh? Hier? Ähm... Ich... 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 Ich verstehe. Ja, warte deinen Augenblick. Blub, blub. Blub, blub. Wie... Wie ist es jetzt? Besser? Ehm... Besser? Ehm... Es freut mich, dass ich helfen konnte. Gern geschehen. Fünf Gold. Scheiße, ich hab vergessen, das Gold zu berechnen. Ich muss nur kurz unter den Stuhl settern. Und das kommt nicht gut. Den Cam Link neu anschließen. Huch. In der Hoffnung, dass es was bringt. Hä? Wir sind näher als die Flutterbells. Hat es was gebracht? USB-Port wechseln? Maybe. Ich stelle mich jetzt mal kurz hier in die Ecke, neben die Figur. Und wechsle mal kurz den USB-Port. Ich schaue mal in die Kamera, aber ihr seht mich ja gar nicht. Ich habe den USB-Port gewechselt. Ah, hallo Chat. Chat, da bin ich wieder. Tut mir total leid. Ich verstehe nicht, warum das manchmal passiert. So. Hi. So. Ich schenke mir jetzt noch einen Schluck Cola ein, während wir hier auf den Meister warten. Ey, was passiert denn hier schon wieder alles? Holy fucking shit, ey. Ich habe die Kamera angemacht und sie sogar angegangen. Das war der beste Flirt, den ich heute hatte. Zumindest der erfolgreichste. Ich mache für solche Fälle ein Foto von dir und blende das ein. Das wäre smart. Das wäre richtig smart. So. Huch. Da. Da bin ich wieder. Ah, da kommt er schon. Ja. Danke für eure Geduld. Immer. Immer wieder. Ein anstrengender Tag. Nicht mehr als im letzten Jahr. Ich verstehe. Aber auch nicht weniger. Ich verstehe. Nun, Werder Meister, es ist mir ein wenig unangenehm, mit diesem Anliegen zu euch zu kommen. Allerdings wüsste ich nicht, mit wem ich sonst hätte sprechen sollen. Nun, ich rede frei heraus, wenn ihr erlaubt. Mein Vater, Christian Krümmel, hat sich hoch verschuldet. Und nun... Das tut mir sehr leid. Ich... Ich weiß nichts über Geld. Ich meine, ich lebe hier und ich kümmere mich um die Menschen und bekomme im Gegenzug Kartoffeln. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich an 2000 Goldstücke kommen soll. 2.000 Goldstücke? Ja. Nun, ihr bietet eure Dienstleistungen als Heilerin im Tausch gegen Kartoffeln an? Gegen Kartoffeln, neue Kleidung, eine Frisur, was ich eben so benötige. Und Kartoffeln, habt ihr schon mal was von den Talern in diesem Königreich gehört? Durchaus. Manche Menschen haben weder Kartoffeln, noch können sie besonders gut mit der Schere umgehen. Und dann bekomme ich Taler. Aber in den letzten Jahren habe ich gerade einmal 200 Stück davon gesammelt. Ich weiß nicht, wie ich in diesem Tempo meinem Vater helfen soll. Habt ihr euch schon mal überlegt, ob ihr eventuell eure Dienste gegen Taler anbieten würdet? Meine Dienste? In der Tat. Wie? Ihr seid Heilerinnen. Das ist wahr. Und ihr meint, ich soll sie gegen Geld anbieten? Das wäre eine Möglichkeit, zu gehen normalerweise die Menschen in diesem Land mit Geld um. Oh, das ist ein guter Rat. Gibt es denn etwas, wobei ich euch helfen kann? Nun, äh, mir geht es sehr gut, aber ich hätte da eventuell jemanden, der eure Hilfe gebrauchen könnte. Nur müssten wir noch mal über euren, nennen wir jetzt mal Verdienst reden. Ja? Wie oft am Tage heilt ihr Personen? Nun, per Tag? Nun, es kommt nicht täglich jemand zu mir. Es sind mehr so... Oh. Eine Person im... Ja? Aber ihr seid die Heilerin. Durchaus, durchaus, aber auf magische Art verletzen die Menschen sich hier einfach nie. Ach, ihr solltet einfach nur lang genug in Nähe des Königshofes sein, dann werdet ihr merken, wie schnell sich Leute hier verletzen. Ich, ähm, was würde denn eine Heilung bei euch kosten? Nun, was auch immer ihr im Austausch... Ach nein, nein, ihr meintet Thaler. Thaler würde sie kosten. Richtig. Wir reden hier von Bezahlung für eure Dienste. Ja, was wäre ich euch dann wert, Meister? Ihr seid für mich unbezahlbar. Was geht mir um eure Dienste? Was wären meine Dienstleistungen denn wert? Hm. Naja, wenn wir davon reden, dass der König schwer verletzt ist, wäre es natürlich sehr viel Geld wert. Wäre es nur ein Davidoff, dann... Naja, wenn ein Grasheim umknickt, würde sich auch niemand darum scheren. Also, es kommt immer ganz darauf an, wer verletzt ist und wie krank diese Person wäre. Ich verstehe, aber der König verletzt sich doch niemals. Können wir dann... Na, habt ihr seine neue Tochter kennenlernen dürfen? Ja, das durfte ich. Und wie ist eure Meinung? Sie war sehr höflich zu mir. Sehr höflich, ähm... Weshalb fragt ihr? Nun, wie lange habt ihr mit ihr gesprochen? Zwei, drei Sätze. Mehr haben wir nicht gewechselt, bevor sie davon sprach, dass sie ihre Bestimmung... So, ba, 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 ihr kennt das sicher. Welch ein Glück ihr hattet. Nun, wenn man dieser Prinzessin etwas länger zuhört, gibt es ein, zwei Erscheinungen neben dem Blut in der Trommelfälle, die einem das Bedürfnis bekommen lassen, dass man eventuell taub werden möchte. Oh. Nun, ich habe Kräuter, die eine vorübergehende Taubheit hervorbringen, die benutze ich zum Allraunen ernten. Ihr seid kundig bei Kräutern, sagt ihr? Na, durchaus. Nun, ähm... Welche Wirkungen haben eure Kräuter denn noch? Jede nur erdenkliche Wirkung. Generell bieten meine Dienstleistungen alles, was ihr euch vorstellen könnt. Also, ihr könntet auch Kräuter finden, die sehr negativ eingestellte Menschen durchweg glücklich machen? Durchaus, natürlich. Oder eventuell auch farbenblind? Ja? Nun, ähm... Ich habe da eine Idee, die ich allerdings mit dem König besprechen müsste, oder eventuell mit dem kleinen Finger des Königs. Seid gegrüßt. Der König... Der König sucht mich. Ihr sucht den König. Ich... Ich habe keine Ahnung, wo der König ist. Ich glaube, Raths... Oh, ich habe ihn bereits geheilt. Oh... In den letzten Minuten, als ich unten war? Ja. Was war das Leiden denn? Er hatte Schmerzen. Ich habe den Knopf gedrückt. Habe das Blub, Blub heraufbeschworen. Und dann ging es ihm besser. Nun, ihr habt Dienstleistungen im Hofe des Königs erbracht. Ich denke, es ist mehr als angebrachtes. Kriege ich jetzt Geld? Ja? Hat es euch die Sprache verschlagen? Meister? Meister? Ich glaube, wir haben auch das gut. Oh, soll ich... Wartet, ich habe... Ja, es ist alles gut. Braucht die Heilung? Ich... Ja, nein, ich... Ich habe mich an ein... Altes Versprechen erinnert, das ist... Ähm, nun, ihr habt... Dienste im Königsbeschloss geleistet. Die möchte ich euch selbstverständlich vergüten. Oh. Nun, die private Heilung... Unsere Soldaten... Soll natürlich nicht... Un... Bezahlt bleiben. Ähm, richtig? Natürlich nicht. Was denkt ihr, was wäre ein angemessener Preis in Talern, um meinen unserer Soldaten zu heilen? Ja, wie beurteilt ihr meine Dienstleistung? Ankommen, würde ich meinen. Nun, Soldat Patti war betroffen und hat nun keine Schmerzen mehr. Das wage ich zwar zu bezweifeln, aber das wäre doch sicherlich etwas mehr wert. Was haltet ihr von 15 Talern? Das ist ja deutlich mehr sogar als einer. In der Tat, das ist 15 Mal so viel. Werte Heilerin, was würdet ihr davon halten, wenn ich euch 15 Taler für die Heilung unseres Soldaten geben würde? Oh, das wäre zu gütig, zu gütig. Einfach direkt Cash abgegriffen. Ha! Es kann durchaus sein, dass ich eure Dienste in Anspruch nehmen muss. Nun, ich... Werte Hellerin, hier ist eure Bezahlung. Danke sehr. Sollte es in diesem Hofe noch mal zu solchen Beschwerden kommen, oder sollte das Bedürfnis bestehen, dass jemand farbenblind wird, werden wir natürlich auf euch zukommen. Sehr, sehr gerne. Ich danke euch für die schnelle Hilfe und den guten Tipp. Entschuldigung, ganz gut nicht. Ich werde euch in den nächsten Stunden vielleicht haken, man weiß es noch nicht so genau, aufsuchen. Ich warte auf euch. Habt noch viel Erfolg. So. Lise hat herausgefunden, am Hof des Königs gibt es mehr Geld zu holen. Wir brauchen einen Preiskatalog. 15 Taler dafür, dass wir vielleicht einen Soldaten geheilt haben. Maybe. Wir wissen es nicht sicher. Aber großartig. Großartig. Es wäre jetzt wahrscheinlich Storytelling-technisch besser gewesen, wenn wir Rana kostenfrei geheilt hätten und jetzt erst zu ihr gehen würden. Auf bald. Das ist vor, nein. Sichere Reise. Danke sehr. Wäre klüger gewesen. Aber ich glaube, wir lassen Lise Grümel durchgehen, dass sie direkt bei Rana Cash gerochen hat. dann los, beeil dich, Kok, Kok. Hm. Aber wie viel kriegen wir wohl, wenn die Prinzessin verletzt ist? nur eine Frage. Oh, vielen Dank. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Wir könnten auch eine Krankenversicherung etablieren. Hervorragend. Hervorragend, lieber Twitch-Chat. Oder eine Lebensmittelvergiftung am Hof. Ihr habt wirklich gute Ideen. Ihr habt wirklich gute Ideen. Ich glaube, also ich glaube, Lise kriegt die 2000 Goldstücke durchaus zusammen, wenn wir so weitermachen, würde ich jetzt mal schätzen. Das Ding ist, ich hätte halt gerne ein Pferd, aber jetzt unsere Sparnisse für ein Pferd auszugeben, ist halt Storytelling-mäßig Quatsch. Dementsprechend machen wir das nicht. Das heißt, ich muss laufen. So. Einen schönen Tag noch. Stadtwachen rasten aus. Ja. Seid gegrüßt. Hallo, Heinerin. Hallöchen. Hallo. Hi. Also. Es ist so schade, dass Coppelius nicht dabei ist, weil mit seiner Rolle hätten wir tatsächlich sehr gut zusammen harmoniert, Froschi und ich, und hätten ihn verwendet, um irgendwie so eine kleine Massenpanik auszulösen, damit die Leute bei uns präventive Medizin kaufen. Also wir haben schon, wenn es dir in der Rüstung zwickt, die diese dich zusammenfliegt, Twitch hat, das ist hervorragend, aber rustlos, aber rustlos, das nehme ich. Wenn es dir in der Rüstung zwickt, die diese dich zusammenfliegt. Perfekt. Das ist mein neuer Slogan. Bitte, liebe Mods, könnt ihr das in den Mod-Channel schreiben? Könnt ihr das bitte? Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und wenn jemand mal nicht weiter weiß, wenn jemand an einem Punkt an seinem Leben ist, an einem Scheideweg angekommen ist, an dem jemand nicht weiß, wohin mit sich, dann kann er uns aufsuchen und wir haben einen Lichtblick für die Person. Ja nun, dies klingt mir doch sehr produktiv und dem Frieden auf der Insel förderlich. Mir fiel tatsächlich erst heute auf im Gespräch mit dem Chronisten. Ich liebe Maurice. Guten Tag. Seid gegrüßt. die genaue Theologie der Raute eigentlich 300? 300 Münzen pro Tag? 300 Münzen pro Tag! Holy shit! Wie sollen wir das denn schaffen? 300? Uiuiui, da müssen wir uns aber echt was einfallen lassen. Da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen. Da müssen wir ja wirklich arbeiten. Oh, da muss Lise, das muss Lise, da muss Lise sich jetzt echt Gedanken machen. Ich meine, ich habe schon Ideen, aber ich glaube, wir bringen Lise noch nicht auf diese Idee. Könnte eine Apotheke eröffnen, einen Platz, also so einen Stand am Markt vielleicht. Moment, Moment, die Hand existiert doch gar nicht mehr. Aber welche Hand sucht ihr? Ich bin, ich bin Ragedius von Weberlichingen, ich bin quasi die Hand des Königs. Nein, nein, Moment, ich möchte nur klarstellen, dass die Hand des Königs ein Posten nicht mehr ist, der existiert. Rätselwichtig, macht das schon, ich bin adentlich. Könnt ihr? Wir drei, also wir drei seid nur meine Privatwache und ihr müsst für meinen Schutz garantieren. Kommt mit, wir haben etwas zu helfen. Okay, Privatwache, okay. Es ist alles so wild. Russell hat einfach komplette Eskalation. So, da musst du Dragonia wohnen, wir klopfen da mal. Warum ist hier schon wieder jemand nackt? Ach, ich habe keine Fragen mehr. Ja, dann mach das mal, ich muss mal kurz hoch. Hasel? Ja? Hast du Dragonia gesehen? Hallo. Oh, Dragonia. Wir haben dich gerade entdeckt, schau mal, ich bin mit Rana. Guten Tag. Hallo Rana, Dragonia. Ist das die Bewusstlose? Ja. Ja, richtig. Dragonia, könntest du kurz mit mir kommen? Es geht? Hallo, hallo. Ja, ich komme. Freut mich sehr. Ich bin Haseltraut. Entschuldige mich gerade für einen Moment. Freut mich auch sehr. Dragonia, ich war bei Maester und er sagte, wir sollen Thaler für unsere Dienste nehmen. Nun, was haben wir ja bereits getan? Hast du die Thaler von Rana bekommen? Ja, habe ich sogar. Sie hat mir sogar zwei Thaler mehr gegeben. Aber sag ich dir das nicht, weil ich habe ihr gesagt, dass ich dir nichts sage und jetzt sage ich dir, dass du ihr nichts sagst. Nun fühle ich mich fast schlecht. Aber dadurch, dass der Maester mir diese Empfehlung gegeben hat, fühle ich mich nicht mehr so schlecht und ich habe direkt einen Soldaten geheilt und 15 Münzen bekommen. Dragonia! Wie großartig, wie großartig. Doch. Ich habe auch etwas sehr Außergewöhnliches gehört. Ja. Und zwar, erinnerst du dich noch an die Stelle von damals, wo die Insel fast runtergekracht wäre? Ja, natürlich. Ähm, wir haben von einem der Hasslinger gehört, dass dort immer noch Geister unterwegs sein sollten. Er meinte zwar, die haben kein Geld, aber vielleicht finden wir etwas anderes Aufregendes, was wir teuer verkaufen könnten. Ja, ja. Bei einem Sammler oder so. Dragonia, das ist natürlich eine hervorragende Idee. Doch nun, ich sollte mich wirklich auf das konzentrieren, was ich kann, denn bis Ende der Woche muss ich das Geld zusammen haben. Das sind 300 Thaler an einem Tag, Dragonia. Und ich habe gerade einmal 27. Das stimmt. Danke. Wie soll ich nur 300 Thaler an einem Tag verdienen? Wenn ich pro Heilung 15 Thaler bekomme, dann müssen sich am Tag 20 Menschen bei mir einfinden mit einem Gebrechen oder einer anderen Beschwerde. 20 Menschen, Dragonia. Ich arbeite in der Taverne. In der Taverne. Hm. Da hast du absolut gereicht. Du kannst, oh Gott, dein Haus verkaufen vielleicht? Dragonia. Du könntest bei uns einziehen. Ich kann doch nicht mein Haus verkaufen. Die zum Greifen, Horst. Naja, wir hätten noch einen Dachboden, der sehr gemütlich aussieht. Das sollten wir bis Ende der Woche nicht das Geld zusammen haben, nehme ich dieses Angebot gerne an. Ich glaube auch. Aber du solltest zuerst mit Hasel darüber reden. Ach ja, stimmt. Du hast eine Frau, Dragonia. Das weiß ich doch. Lass uns mit dir reden. Vielen Dank für die Einladung. Seid gegrüßt, Macher. Seid gegrüßt. Ich bin die neue Wehrin hier. Ich bin auch nicht hier. Falls ihr mal meine Dienst sind, Mein Name ist Vater Valentin. Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Von der heiligen Raute. Hallo, ihr beiden. Hallo. Dragonia, würdest du... Habt ihr fertig gesprochen? Könntest du... Oh, Hasel, wir müssten eine kleine Sache ansprechen. Es ist ein herrlicher Tag. Würdest du mal kurz kommen? Ich bin auf einer Tour den Tag für... Verzeiht, es ist eine Familienangelegenheit. Ihr versteht sicherlich. Ich verstehe, es ist alles so. Ja, 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 ja. Nur eine kleine Kleinigkeit. Meine kleine Schwester hilft mir. Das ist sehr baulich. Ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen. Kann ich euch auch behilflich sein? Oh, ich fürchte nicht, aber zu gütig, zu gütig. Nein. Habt ihr euch mittlerweile hier zurechtgefunden? Ach, ein wenig. Ich habe schon ein paar Dinge gesehen und ein paar neue Leute getroffen. Die Leute hier sind ja sehr offenherzig. Und wir haben den Friseur gesehen. Seid ihr auf entsprechendes Huhn getroffen? Oh, wie schön. Und das Huhn, von dem da vorne gesprochen wird, das habe ich auch gesehen. Welches Huhn? Das hat tatsächlich sogar gesprochen. Oh. Oh, hier ist es so laut. Seht ihr das hier öfter? Nun, wir können vielleicht ein Stückchen nach vorne gehen. Ja, ich muss mich sowieso demnächst noch einmal zu meinem Haus begeben, denn ja, ich bin Heilerin und ich habe meine Utensilien in der Kiste vergessen. Ich war ein wenig durch den Wind, als ich aufgeboten bin. Oh, ich verstehe, ich verstehe. Das ist kein Problem. Und Dragonia? Liebe Lise, das, über was wir gerade gesprochen haben, ist absolut kein Problem. Oh, Dragonia. Ich bin so froh. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, aber es tut gut zu wissen, dass ich nicht ohne Dach über dem Kopf enden werde. Nun, ich begebe mich kurz zurück und hole ein paar Heilkräuter für den Notfall. Ihr könnt mich gerne begleiten, wenn ihr wollt. Geister? Ja, nun, dann lasst mich zuerst bei der Hütte vorbeigehen und dann begleite ich euch gerne. Aber, liebe Lise, wenn du noch andere Arbeit zu tun hast, weil wir dich wirklich nicht aufhalten. Nein, 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 alles, alles in Ordnung. Ich versuche, mich nur ein wenig zu orientieren. Ich verstehe. Hier ist nichts zu sehen. Tralladifu, Tralladifu. Dragonia? Tralladifu. Hallo, meine Damen. Hattest du nicht ein Pferd? Ich hatte ein Pferd, in der Tat. Aber ich glaube, bei der großen Flut haben wir doch alle Pferde aus der Stadt gerettet. Ja, das haben wir. Ich weiß nicht, was danach mit ihnen geschehen ist. Vielleicht waren sie so zermischelt, dass man gar nicht mehr zuweisen konnte, wer welches Pferd besitzt. Möglich, möglich. Eine Tragödie. Das ist das. Das waren noch aufregende Tage. Oh, ja, Hassel ist wundervoll. Das stimmt wohl. Richtig. Naja, man spricht ja nicht einfach so über die Tätigkeiten der angeheirateten Menschen, oder? Oder macht man das so? Oh, die junge Liebe. Hallo, hallo. Oh, hallo, der Albuquerque. Guten Tag. Oh, ja. Oh, okay. Sie schienen nicht sehr erfreut darüber zu sein, dass es eine neue Taverne gibt. Deswegen war ich etwas verwundert. Ah, ich verstehe. Ja, das kann ich mir wohl denken. Komm, so ans ist nie so angenehm. So, Rana, Froschana verraten wir heute nämlich noch nicht, was Sache ist. Das ist... Ich habe ihr schon einen Hint getroppt mit dem Dach über dem Kopf. Ich denke, Froschi wird den Hinweis auch aufnehmen und demnächst fragen, was ich damit meinte. So, und vielleicht sagen wir es ja dann. Vielleicht auch nicht. Muss man mal gucken. Muss man mal gucken, wo meine Bandagen gelandet sind. Aber, liebe Rana, ich bin so gespannt, was es mit diesen Geistern auf sich hat. Damit scheinst du nicht doch... Dagonia wieder Full Force-Abenteurerin. So, oh, Geister. Liebs. Nicht. Aber dann begeben wir uns gleich auf den Weg. Und ich meine, wenn ich damit heute kein Geld verdiene, ist es eigentlich Story-mäßig nur gut, weil Lise dann morgen noch mehr Grund hat, Leute zu bescheißen. Ich nehme übrigens nie den Weg zu meinem Haus. Ich laufe hier immer durchs Gebüsch. Ich bin mir sicher, es gibt auch einen Weg. Ich benutze ihn nur nie. Aus mir unerfindlichen Gründen. Aber es bedeutet, dass wir dort vielleicht Geister finden. Das wäre natürlich cool. Ich gehe mal zur Vordertür rein. Ich könnte den Bürgerkrieg anzetteln, dann verletzen sich viele Menschen. So. Bandagen. Bist du schon drin? Ja, ja, ja. Ich habe die Vordertür genommen. Okay. Ich habe die Kräuter geholt. Sag mal, liebe Lise, hast du denn mittlerweile dein Sollt bekommen für den Tag? Ja. War da was für mich mit dabei? Für... Nein, dein Sollt sollte bei dir gelandet sein. Oh. Na schön. Dann muss ich heute Nachmittag nochmal danach schauen. Aber solange ich mit euch unterwegs bin, dürfte ich ja keine Probleme kriegen. Wohl wahr. Wohl wahr. Nun. Der Wunder hält sich auch noch in Grenzen, aber nun. Wo, wo wolltet ihr nachschauen? Du? Ja? Eine ganz geheime Mission. Wir wollen Geister sehen. Geister. Und Rainer kann sogar Geister hören. Ist das nicht aufregend, liebe Lise? Wir werden Geister sehen. Und wie hilft mir das dabei, mein... mein Ziel zu erfüllen? Vielleicht. Naja, die Geister sprechen mit dir. Vielleicht wissen sie, wie man an mehr Geld kommt. Nun, ich... Ja, nun. Ich lasse mich auf die Sache ein. Für heute. Ich verstehe. Ähm. Nun, wir müssen auf jeden Fall den Ort finden, wo diese... wo diese verfluchte Insel... auf den Boden viel... Ich dachte, du kennst den Weg, Tagonia. Nein, nicht deswegen. Hatte ich dich gefragt. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Nun, gemeinsam haben wir doch gute Chancen, unser Ziel zu erreichen, nehme ich an. Ich sehe auf jeden Fall einen lustigen Tag, auf uns zu kommen. Also, mein Glaube ist, erinnerst du dich noch an den Steinkreis, liebe Lise, wo plötzlich alle nackt waren und sich ein Portal aufgetan hat? Ja, ja, ja. Dort, wo ich den Leuten niedergeschlagen habe. Oh, das ist noch eine aufregende Geschichte. Ja, dort waren Menschen, die den Maester verletzen wollten und der Maester war zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr wichtig für ganz Rastalot. Das stimmt. Ich schätze jedenfalls... dass ihr es so für euch sorgen könnt. Ich schätze, wir müssen in den Süden. Ja. Ja. In den Süden. Auf nach Nord-Süd. Das sieht so sehr auffällig aus. Nach Nord-Süd, ja. Deine Orientierung war schon immer... ...himmelsrichtung. Außergewöhnlich. Wie aufregend. Wir sind auf einem Abenteuer. Wir spielen Detektiv und es geht um Geister. Und wo genau kam nun der Hinweis her? Von jemandem, den wir getroffen haben. Ich vergaß den Namen Dragonia. Ich glaube, du kanntest die Person, richtig? Ja, liebe Lise, das war einer der Hasslinger, die damals bei dem geheimen Treffen mit dabei waren. Oh, ich erinnere mich. Hasszorn und irgendwas anderes noch? Hasszorn. Ja, richtig. Und Wutlingen. Wutlingen. Ah, ja. Hasslinger. Irgendwie sowas. Nun denn, machen wir uns auf den Weg zu den Geistern. Ich liebe die Natur. Ist das nicht wunderschön? Auf jeden Fall. Hier gibt es auch so viele Kräuter. Geht ihr regelmäßig in die Natur, um Kräuter zu sammeln oder habt ihr einen eigenen Kräutergarten? Hm. Einen eigenen Garten nicht, aber wir, ich glaube, bei Lise zu Hause sind auf jeden Fall einige Kräuter, die sie drinnen anpflanzen. Ja, ja, ich pflanze die meisten Kräuter selbst an. Okay. Sehr lobenswert. Jetzt müssen wir so weit laufen, ne? Das sieht auf jeden Fall nach dem richtigen Weg aus. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe kein gutes Gefühl, Dagonia. Das ist alles eine Frage der Einstellung, liebe Lise, okay? Wir folgen dem Fluss, nicht wahr? Gegen die Strömung, das war auch schon immer mein Motto. Oh, ihr werdet ganz nass, Dagonia. Aber es ist ja schön. Dagonia verletzt dich nicht. Ach nein. Es ist doch nur Wasser. Was sie haben für Russell Lord zur Cockhock den eigenen Twitch-Account eingerichtet. Ich liebe alles. Puh, wo sind wir denn hier gelandet? Seid ihr sicher, dass es der richtige Weg ist? Natürlich. Ich bin ja richtig sicher. Schau mal, hier sind wir da viel. Okay, ich bin mir nicht so sicher, but let's fucking go. Da kommt die Quelle her. Hier gibt es Pilze. Kann ich die sammeln? Das sind Fliegenpilze. Damit könnte ich Leute vergiften. Dagonia? 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 Hilfe! Hilfe! Was ist passiert? Dort drin ist es zu dunkel. Ohne Feuer sehen wir nichts. Oh. Das muss ich mir genauer anschauen. Dagonia, geh dort nicht hinein. Ähm, ähm. Ähm. Ja, ihr habt recht. Wir brauchen definitiv, definitiv ein Licht für die Nacht. Besitzt eine von euch möglicherweise eine, eine Fackel? Leider nein. Da hätte ich früher dran denken sollen. Nun aber. Vielleicht kommt ja aber auch nur der Fluss raus. Das war auch nicht unser Ziel. an dem Ort, wo ich hinwollte. Unser Ziel. Dagonia, wo wolltest du hin? Ähm, noch weiter südlich. Noch weiter südlich. eigentlich noch südlicher. Berg vorbei. Ich kann Leuten den giftigen Filz geben, damit es ihnen schlecht geht und dann heile ich sie wieder. Das ist der Spirit, Leute. Ich bin gespannt, aber wenn uns da der Hasslinger hingeschickt hat, ist es tatsächlich eine Spielleiter-Quest. Das heißt, sie werden da irgendetwas für uns vorbereitet haben. Sind wir hier wirklich richtig? Vorsicht. Äh, nur für Interesse. Hast du ein paar Bandagen dabei, liebe Lise? Natürlich. Sehr gut. Oh, ein Wildschwein. Wie aggressiv sind Wildschweine? Hallo, kleines Wildschwein. Oh! Lise, pass auf, das sind wilde Tiere. Oh, es ist sehr wild. Lauf weg. Oh, Dragonia, hilf mir. Hilf mir, Dragonia. Hilfe, Dragonia. Dragonia, ich bin gefallen. Nein, wenn ich liege, komme ich nicht auf meine Tasche heran. Warte, ich komme an deine Tasche. Ich komme an deine Tasche. Ähm. Ich, ich heile dich. Hat das Wildbein euch etwa auch angegriffen? Hilf mir, Rana, dreh sie mal ein bisschen. Wir haben dich gleich wieder, wir haben dich gleich wieder auf den Beinen. Oh, mein Bein, mein Bein schmerzt so sehr. Oh meine Güte. Dragonia, das war keine gute Idee. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass hier einfach Wildschweine auftauchen. Wie absurd ist das denn? Dragonia, mein Bein schmerzt so sehr. Wir müssten bald wieder auf, auf unseren Weg kommen. Auf den, das tut so weh. Sollen wir uns hier vielleicht ein wenig ausruhen? Wo das Wildschwein mich angegriffen hat? Auf gar keinen Fall. Ich würde vermuten, dort oben wäre ein besserer Ort, um sich kurz auszuruhen. Liebe Lisa, du bist die Heilerin. Wenn dir jemand helfen kann, dann du selbst. Glaub an dich. Sei so, wie du bist. Mit dem verletzten Knöchel komme ich niemals den Berg hier hinunter. Aber da unten ist der Weg, auf den wir müssen. Dragonia, du musst mich stützen. Okay, komm mit. Kann ich irgendetwas tun? Ihr könntet die andere Seite stützen. Ich bemühe mich. Wir stützen dich. Au. Au. Ah. Oh. Oh. Möchtest du einen Pil... Okay. Einen Pilz? Die Pilze hier sind giftig, Dragonia. Oh, ich wollte sie in die Taverne bringen zu Hasel. Vielleicht kann sie eine Suppe draus machen. Das ist keine gute Idee. Hasel würde krank werden und das wollen wir nicht. Nun. Ich spüre, dass euch noch etwas anderes belastet als euer gebrochenes Bein. Kann das sein, liebe Lisa? Nein, mir geht es gut. die Wege haben sich gekreuzt. Unser Weg mit diesem Weg. Seht nur. Und nun, Dragonia, links, rechts. Ähm, hier entlang. Ist das nicht aufregend? Ich hatte genug Aufregung für heute, wenn ich ehrlich bin. mir kommt gerade ein Gedanke. Liebe Lisa, ist das hier nicht der Weg zu dem Turnierplatz? Ich weiß es nicht. Das war doch auch so ein unfassbar langer Weg. Kann durchaus sein. Vielleicht laufen wir in die falsche Richtung, Dragonia. Ja, vielleicht laufen wir in die falsche Richtung. Warum ist davor niemand auf die Idee gekommen? Nun, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dies scheint wirklich wahr und wahrhaftig der Turnierplatz zu sein. Doch, dort ist auch jemand. Das ist nicht der Turnierplatz. Ist es der Turnierplatz? Was, was ist hier nur geschehen? Ich glaube, hier war der Turnierplatz. Schau mal, er ist zusammengebrochen. wütet sich ja im Sturm. Guten Tag. Ich hatte nicht damit gerechnet an diesem alten Ort jemanden, oh, die Frau Heilerin und die Frau mit dem Tier im Namen. Seid gegrüßt. Und die andere Frau mit dem Tier. Was, was macht ihr hier? Dragonia, was machen wir hier? Wir sind den richtigen Weg gegangen. Oh, ihr wolltet hierher? Äh, der? Nein, ich verstehe nicht. Hier ist doch die Stelle, an der die Insel runtergefallen ist. Das meint ihr dir doch. Oh, nein, nein, das ist, das ist der ehemalige Turnierplatz. Nein, niemals. Ich weiß doch, wo wir sind. Oh, Dragonia. Oh, das tut mir unglaublich leid, aber hier hat das Turnier stattgefunden vor einem Jahr und die Insel ist da längst. Also Richtung Norden? Weit, ja, Nordosten. Nordost. Dragonia. Nord Süden. Ah, da war was. Oh, beim Haus des Fischers. Ich erinnere mich. Dragonia. Ich habe gesagt, hier geht es zum Turnier. Ihr wolltet mir nicht glauben. Schön, dass ihr es so weit gebracht habt. Also ich meine, der Wald ist da. Ihr könnt euch verteidigen bestimmt. Nun, noch ist kein Kraut für Orientierungssinn gewachsen. Fürchte ich. Was treibt euch denn hierher an diesen abgelegenen Ort? Ich sammle vergangene Dinge. Vergangene Dinge? Vergangene Dinge. Wie Pilze? Wollt ihr noch mehr Pilze haben? Ich habe einen Wurm. Nein, nein, ich glaube, ein Wurm. Ihr habt mir einen Wurm vor die Füße geworfen. Entschuldige dich, Dragonia. Das war nur lieb gemeint. Das ist sehr, Vergängliche Dinge scheint der Herr sehr zu mögen. Nicht vergänglich, vergangen. Ach, die Frau Haseltraut muss euch sehr lieben. Ja, nun. Das tut sie. Nein, nein, es sind tatsächlich, ihr habt doch was von Geistern erzählt, Frau, mit, hier, wie heißt das, mit dem Amphib im Namen? Rana, Frau Schana, mein Herr. Richtig, Rana, das Amphib, genau, ja. Wie bitte? Ihr habt doch von den Geistern geredet. Ja, in der Tat, also, ich bin sehr interessiert gewesen, nach euren Erzählungen, ähm, die Geister aufzusuchen und ihre Geschichten zu hören. Herz von Rastalus, äh, Rastalus erweckt wurde, ist dieser Ort, alle Orte, alle alten Orte dieser Insel, voller Magie und Geister. Man muss sie nur suchen und finden. Oh, wir sind an einem alten Ort. Ich geh mal Geister suchen. Dragonia! Ja, nun, das, das klingt aufregend, ich, ich fürchte, wir sollten uns um, ihr solltet, ihr solltet. Ihre Schwester kümmern, liebe Liese. Das, ähm, ist eine Bürde, eine große Schwester zu sein. Ha, ja, ich denke nicht, dass hier große und wilde Tiere unterwegs sind, aber dennoch solltet ihr aufpassen. Ja, ein paar Wildschweinen sind wir tatsächlich schon begegnet. Was sollen wir tun, wenn wir einem großen Tier begegnen? Schnell laufen, wenn ihr nicht bewaffnet seid. Oh, oh nein. Was für ein weiser Rad. Den hab ich kaum sehen. Oder ihr sucht euch Begleitung mit Waffe. Das, oh, das. Möchtet ihr uns begleiten? Ja. zunächst solltet ihr eure Schwester dringend zurückholen, bevor sie hier Teil des Ortes wird, nicht wahr? Oh, das, da habt ihr wirklich recht. Habt Dank. Nun, vielen lieben Dank. Und dann folgt den Weg zurück in den Ort. Einfach den Weg zurück folgen. Dem Weg. In Ordnung. Wir danken euch. Ja. Dragonia! Ja. Also, ihr seid, Spielleitung so, ihr seid am falschen Ort. Geht zurück. Den ganzen Weg zurück. Ihr Pisser, ich hab euch ne Quest gegeben. Wie inkompetent kann man sein. Wie enttäuschend. Hier sind keine Geister. Dragonia. Das sagt ihr. Ich spüre die Anwesenheit der Geister tatsächlich durchaus. Wir so... Meint ihr, wir können dem alten Mann überhaupt vertrauen? Wir sollten tun, was er gesagt hat und den Weg zurück ins Dorf nehmen und dann den Ort suchen, an dem die Insel fast auf die Erde gefallen wäre. Richtig. Nordost hat er gesagt. Oder war es Nord-Süd? Oder? Nord-Süd hat eure Schwester erwähnt. Nord-Ost war tatsächlich die richtige Richtung. Wir rufen hier... Aber da geht es nicht zurück. Was suchst du da? Erinnerung, Dragonia. Ich verstehe. Fühlte hier etwas? Nein. Ich erinnere mich nur daran, an den Tag, an dem ich verflucht war und stumm und ein ganzes Turnier gehalten habe. Das war der Tag des Turniers. Reicht echt. Unser Haus hätte fast gewonnen, wenn ich mir nicht den Knöchel verstaucht hätte. Wohl wahr. Nun denn, lass uns zurückgehen. Ich war stolz im Haus Rotze. Das war nach Zeiten. Im Haus Rotze. Richtig. Team Rotze hätte fast gewonnen. Aber ich hab's verrotzt, äh, verkackt. Ähm. Nee, Haus Kacke war jemand anders. Ach, ihr seid so witzig, Dragonia. Hörst du das, liebe Lise? Ich bin witzig. Das weiß ich doch, Dragonia. Ich lache viel über... mit dir. Schön. Ah, ist das anstrengend. Das Ding ist halt, ne? Ja. Meinst du, wenn wir viel laufen, sehen wir mehr Geister? Knurrt euer Magen genauso wie meiner? Vielleicht wird uns das Laufen auf den Geist gehen. Ha. Ähm, bei mir ist es noch in Ordnung. Ja, ich fürchte, bei mir geht das auch noch. Aber ich habe ein paar Bären gesammelt. Nun, leider bin ich keine kundige Bärensammlerin, aber falls ich euch etwas abgeben kann... Oh, dort vorne ist, glaube ich, das Wildschwein. Wenn wir auf dem Weg bleiben, bemerkt es uns vielleicht nicht. Meinst du? Wusstet ihr, dass auch in einem Tier ein ehemaliger Geist stecken kann? Nein. Wollt ihr versuchen, mit dem Wildschwein zu reden? Ihr habt nicht zufällig im vergangenen Leben irgendjemanden verärgert? Natürlich nicht. Ich bin nett. Manchmal. Meinst du, Frosch, ihr braucht gleich Heilung? Possible. Hier sind halt überall Pilze und damit könnte ich Leute vergiften, damit ich sie danach heile und ihr Geld ausnehme. Das wäre das, was ich brauche. Aber diese ist noch nett, also tun wir das erst morgen. Hier ein Friendly Reminder. Denkt daran, genug zu trinken und zu essen. Liebe Leute. Rastalot ist ein langer Tag mit vielen Dingen geschehen. Wir sollten mal kurz ein bisschen auf Rana warten. Oh, das ist wohl wahr. Geht's deinem Knöchel besser? Ja, ja. Die Bandage hat sehr geholfen. Ah, sehr gut. Das ist alles so schön gemacht. Aber es ist so friedlich hier. Sehr im Vergleich zum letzten Jahr, als wir diesen Weg gegangen sind. und ich rede mit dem Meister zurück. Ich erinnere mich noch gut. Naja, wie gesagt. Bären habe ich auch gesammelt. Ja. Äh, das Turnier war dort an Ort und Stelle. Und das ganze Dorf war anwesend. Habe ich jetzt gegessen? Nee. Hm. Sind das Bären? Wir sind blaue Bären. Ich fürchte, nun, ihr seid die Kreuzag-Kundvertretterin, aber ich würde euch eher raten, die blauen Bären zu verzehren. Lise, ihr habt auch gerade welche gegessen. Euch geht's gut, oder? Ja, durchaus. Blaubeeren sind sehr nahrhaft. Hm. Ich liebe Blaubeeren. Sehr schön. Oh, wir sind so weit in die falsche Richtung gelaufen. Tragonia. Zuerst war es die richtige Richtung und dann war sie plötzlich falsch. Dafür kann ich auch nichts. Ah. Wir haben noch eine Person getroffen. Ich glaube, dass alles einem höheren Zweck dient. Nun, was soll dieser Zweck sein? Ich wurde von einem Wildschwein angegriffen, also... Aber war das nicht aufregend? Ihr werdet noch sehen, liebe Lise. Ihr werdet noch sehen. Das war durchaus aufregend, aber aufregend ist nicht immer gut, Tragonia. Das hast du letztes Jahr schon immer gesagt. Und schau, was für tolle Abenteuer wir erlebt haben. Würdest du irgendwas davon bereuen? Du meinst, als die Insel fast untergegangen ist, super viele Tiere starben und eine Inselfasse auf unseren Kopf krachte und unser Dorf von Untoten überfallen wurde? Ja, doch, durchaus. Ich würde viele Dinge anders machen. Oh Gott, was ist hier passiert? Ja, ich denke, genau die Erlebnisse, die ihr beiden gehabt habt, haben euch zu dem Menschen gemacht, der ihr heute seid. Ja, nun... Lasst uns zusammen nach Nordosten gehen. Nach Nordosten. Liebe Mohnblumen. Falls wir heute dort überhaupt noch ankommen. Nun, es scheint, eure Schwester ist keine Optimistin, liebe Dragonia. Bitte? Ihr scheint keine Optimistin zu sein. Nein, nach allem, was ich erlebt habe und gerade erlebe es. Der Optimist muss mir leider sehr fern. Weißt du was? Vielleicht können wir uns hier ein Pferd ausleihen. Wir bräuchten zwei, Dragonia. Hier stehen drei. Ja, wir bräuchten nur zwei. Hm. Hallo? Ist jemand hier? Ja? Hallo? Jemand da? Wie schön sie sind. Das sind wirklich sehr hübsche Pferde. Und seine ruhige Aura. Durchaus. Die Pferde sind so schön. Wusstet ihr, dass auch Tiere eine nahe Verbundenheit zur Natur und der Geist der Welt haben? Besonders Pferde. Tiere sind Natur. Dass sie der Natur nahe stehen, ist wenig verwunderlich. Nun, man könnte meinen Menschen sein, auch sehr natur-natürlich und natur-bunden, aber nicht jeder ist dazu in der Lage, die Geist der Welt zu führen und zu sehen. Wohl wahr. Schau mal, diese Wildschweine scheinen nett zu sein. Vielleicht liegt es auch einfach an dir, liebe Lise. Nun, Dragonia. Ich bin lustig. Schon vergessen? Ähm, was treibt die Prinzessin? Wollen wir wirklich in die gleiche Richtung laufen wie die Prinzessin? Das macht das Ganze doch noch viel aufregender. Liebe Dragonia, euer Humor wird euch noch weit bringen. Ja, zum Beispiel zu der Stelle, wo wir die Insel fast auf unserem Kopf gehabt hätten. Ja, ja. 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 Ich verbinde mich jetzt tatsächlich noch mal. So. Dann sinkt mein Hunger nicht so sehr. Nordosten. Mal schauen mal, den hat's die Tür aus der Angel gehauen. Hallo? Starker Wind wohl. Hier lebt keiner mehr. Hm. Das waren, glaube ich, die Folgen des Hochwassers damals. Gut möglich. Aber das Toilettenhäuschen steht noch. Nordosten wäre diese Richtung. Ich glaube, wir müssen dem Weg folgen. Das ist immer eine gute Idee. Ja, ich werde nach dem Erlebnis vorhin garantiert nicht mehr vom Weg abkommen. Ich werde noch vor einem Wildschwein erschlagen hier. Ich habe das Gefühl, mein Charakter ist schneller als die anderen. Ähm, Sonnenblumen, ja. Ich glaube, Sonnenblumen. Das passt. Wie sieht es mit euch aus, liebe Lise? Bitte? Was ist eure Lieblingsblume? Der Bananenkaktus. Das habe ich kaum sehen. Mir gefällt seine Form. Der Bananenkaktus sieht nicht jeder kommen. Das dachte ich mir. Da muss man schon sehr geschickt sein. Ja, er ist eine empfindliche Pflanze. Eine empfindliche Pflanze. Manchmal sticht er auch. Wenn man mit ihm nicht umgehen kann, kann er schmerzen. Das ist wahr. Naja, aber zustechen ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Da muss man aufpassen. Oh, ich erinnere mich. Haben wir hier nicht den Hirsch mit dem mächtigen Geweih getroffen? Durchaus. Wir sind ihm gefolgt. Den Herr des Waldes? Ja. Er hat ein geweihtes gemächt, äh, mächtiges Geweih. Hier endet der Weg. Ach nein, hier geht es weiter. Oh, wie schön es hier ist. und so schön und dann so schnell einschläfernd. Das ist so und 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 so Dagonia? Rana? Ich komme. Wir sind hinter dir. Ihr seid nämlich langsam. Hast du schon geistert gesehen? Richtig. Ich habe das Gefühl, wenn ich seitwärts laufe, bin ich auch etwas langsamer. Dann lauf nicht seitwärts. Ja, aber es ist unhöflich, mit Leuten zu sprechen, während sie mit dem Rücken zu einem stehen oder gestanden wird. Wo sind wir hier? Ich folge bloß dem Weg. Wo siehst du einen Weg? Nun, hier unter meinen Füßen. Ich vertraue dir, Lise. Was? Gleich steht wieder Ben da und sagt, nein, ihr seid wieder in die falsche Richtung gelaufen, ihr Tölpel. Aber es ist Nordosten. Es ist schon der richtige Weg. Habe ich da gerade was gehört? Ein Wolf. Oh, ein Tier des Waldes. Oh, ein Tier des Waldes! Ein Tier des Waldes! Zur Hilfe! Ein Wolf! Ja, komm schnell mit! Wir verstecken uns hinter den Fässern. Du meinst, es wird uns retten, Dragonia? Ja, dann sieht es uns nicht mehr. Schnell hier hin. Auf, mein Fass! Oh! Oh nein, das hat mich entdeckt! Dragonia, komm zu uns hinauf! Oh nein, es erwischt mich! Oh, dort hinten sind mächtige Tiere. Hirsche! Ich logge ihn fort. Dragonia, was sollen wir tun? Nun, ich schätze innerhalb dieses Gebiet sind viele Geister, die diesen Ort beschützen wollen. Rana, gebt Acht! Hinter euch! Da ist ein Speer, ich versuche ihn zu kriegen. Ein Speer? Oh mein Gott, ähm, ich bin zu ungeschickt. Doch, kann man ihn aufheben? Ich bin zu ungeschickt, ich weiß es nicht. Oh nein, wir sind gefangen. Die Wölfe umkreisen uns. Wir hätten vielleicht etwas zur Selbstverteidigung mitnehmen sollen, bevor wir hier hin sind. Mensch. Das wäre klug gewesen, Dragonia. Ein leeres Bruch liegt da. Ich versuche noch, meinen Speer aufzuheben. Rana, ihr seid zu weit entfernt, ihr müsst schreien. Oh, danke für den Hinweis. Nun, liebe Lise, Hilfe, ich bin dem Tode nah. Oh, Dragonia! Ich denke, der Wolf hat mich erwischt. Das Wald ist, komm uns zu Hilfe. Die Geister des Waldes? Rana, so wirkt eure Magie. Ich komm nicht in meine Tasche, ich brauche Hilfe. Was tun wir denn jetzt? Ich weiß es nicht, Rana sprach etwas von Geistern des Waldes, aber... Geister des Waldes, ich beschwöre euch, helft uns. locket diese Wölfe fort. Huh? Nun, sie scheinen sehr an euch interessiert zu sein. Ich merke schon. Pferdemist. Ähm, warum geben die Geister des Waldes uns Pferdemist? Das, ähm, was wollen uns die Geister des Waldes damit sagen? Ich bin... Rana, gib Acht! Ich bin ein kleines Versteck. Ich bleibe einmal hier oben und, und versuche, mich... Rana, gib Acht! Versucht euch umzusehen, ob ihr irgendwelche praktischen Gegenstände finden könnt. Lise, hilfst du mir mit dem Verband? Ich sehe einen Totenschädel. Okay, wir sollten wirklich schnellstens hier gehen. Dies hier scheint ein mystischer Ort zu sein. Ich fürchte, wir haben die Geister des Waldes erzürnt. Dragonia, Dragonia, ich... Dragonia, ich weiß nicht, wie ich mit dem Verband umgehen soll. Ich auch nicht. Ich habe es verlernt. Nur, liebe Lise, ihr habt doch von euren Kampftechniken gesprochen. Seht ihr das? Was? Die Geister des Waldes kamen uns zu Hilfe. Oh. Nun seht euch um. Oh. Was ist das? Mein Laut. Hört ihr das? Das sind die Geister des Waldes, fürchte ich. Sie... Sie haben uns geholfen. Was... Ich... Was ist geschehen? Rana, ihr müsst mächtig sein. Ihr könnt sein sicher. Oh, was passiert? Oh, ich danke euch. Geister des Waldes, vielen, vielen lieben Dank für eure Hilfe. Ich danke euch. Mein Fuß. Was passiert hier? Die Tochterheit ist immer Willkommen. Die Tochterheit ist immer Willkommen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich kann mich irgendwann wieder bei euch verantworten. Das ist einfach krass. Das geht jetzt. Das war beeindruckend, Rana. Nun, die Natur hat viele Facetten und so wie ihr euch mit Heilkunde auskennt, nun ja, habe ich einen guten Draht zu den Geistern, schätze ich. Das ist wahrlich beeindruckend. Doch nun, wo... Wir sind hier, wo wir sein sollten, nicht wahr, Dragonia? Ja, aber ich bin immer noch total geschockt. Ich wäre einfach beinahe gestorben. Dieser Wolf hat mich einfach erwischt. Dass mein Bein überhaupt noch dran ist, ist ein Wunder. Ich würde nicht sagen ein Wunder, es ist ein Zeichen. Es ist ein Wunder. Wenn ich keine Bandage dabei gehabt hätte, dann wäre ich hier einfach gestorben. Fühlt euch geehrt, der... der Gott des Waldes hat euch geholfen. Die Geister sind auf unserer Seite. Sie haben all diese Wölfe getötet. Was meinst du, was sie mit uns tun könnten? Woher weißt du, dass sie auf unserer Seite sind? Weil sie uns nicht haben töten lassen. Und sei dir gewiss, sie hätten es tun können. Oh, wie beruhigend. Und sie haben nicht nur mich gerettet, sie haben nicht nur mich gerettet, sondern auch euch. Also sie scheinen euch auch zugewandt zu sein. Ist das... Kennst du die Geister? Was haben sie zu dir gesagt? Nun, sie haben eigentlich nicht viel gesagt, außer, dass ich immer willkommen sei und, ähm, dass sie uns geholfen haben. Das hier scheint ein sehr mystischer Ort zu sein. Ich habe dort vorn einen magischen Gegenstand entdeckt. einen mystischen Schädel. Aber was? Kommt ihr nicht? Ich stehe immer noch so unter Schock. Wie konnte das passieren? Seit wann sind die Tiere so aus? Schau es hier. Auf dem Wagen. Auf dem... Oh, tatsächlich. Ich denke, ihr müsst auf den Wagen gehen. Es, ähm... Oh. Was hat das zu bedeuten? Das hier ist ein sehr mystischer Ort und, ähm... Ich schätze nicht, ohne Grund wollten die Wölfe ihn beschützen, weil ich denke, dass nicht jeder Mensch hier Zutritt haben soll. Und? Ich komme nicht auf den Wagen hoch. Ich bin auch was machen wir nun mit diesem Schädel. Der ist gestattet. Ich muss mich hinsetzen. Nun, ich denke, wir sollten... Wir dürfen uns hier umsehen, aber ich glaube, alles, was wir nicht mitnehmen sollen, das werdet ihr schon spüren. Nehmt nur, was ihr tragen könnt. Ich verstehe. Oh! Ein Geist! Da ist ein Geist. Lise, da ist ein Geist. Dragonia entspannt sich. Diese Geister im Wald? Das ist ein Geist. Ein Geist. Entspann dich, Dragonia. Was hält euch hier? Ich bin Teil des Waldes. Andere sind hier, als sie keine Ruhe finden. Andere sind hier, weil sie zu den Tieren gehören. Andere sind Plagen. Wohl wahr. Und wozu gehört ihr? Wozu gehört ihr? Pass auf, Rainer. Dragonia. Geh nicht so nah ran. Es ist ein guter Geist, da bin ich mir sicher. Können wir euch irgendwie behilflich sein? Was wünscht ihr? Ich brauche nichts von euch. Nichts von uns. Nun, ähm, lieber Geist des Waldes, es scheint mir auch, wenn meine Freundinnen es nicht zugeben wollen, dass sie irgendetwas belastet, möglicherweise. Habt ihr irgendetwas, um ihnen zu helfen? Geld. Cash. Wir brauchen Geld. Ich verstehe nicht. Was ist das? Dragonia, du kannst doch einen Geist nicht um Geld... Dragonia. Ich dachte, er wollte helfen. Nein. Wir helfen den Geistern, nicht andersherum. Wenn er nichts von uns braucht, dann von jemand anderem vielleicht. Nun, ihr braucht Geld, wie es mir scheint. Rana, Geist. Ähm, Nun, ich danke euch, dass ihr uns beschützt habt vor den Wölfen. Das war eine sehr große Geste. Ich, ähm, ich würde euch gerne wieder besuchen, wenn es mir erlaubt ist. Es steht euch frei, herzukommen. Vielen Dank. Es gibt aber einen Ort, wenn ihr etwas braucht oder etwas wollt, wo man in Wasser tief im Schacht eine Münze geworfen, dem Herz entgegen einem anderen einen Wunsch tun kann. Legt nieder eine Schrift. Für euch könnt ihr euch nichts wünschen, aber für andere im Guten wie im Schlechten. Und das Herz mag es geben oder nicht. Wo befindet sich dieser Ort? Hier? Wo Felsen liegen über dem Herz, wo eine Ader tief in den Boden reicht. frisches Wasser und kaltes Licht. Frisches Wasser und kaltes Licht. Ich danke euch für diese weisen Worte. Ich denke, wir werden uns zurückziehen und, ähm, und uns an euren Rat halten. Vielen, vielen vielen Dank für eure Hilfe. Ich danke euch. Auf bald. Ihr habt mich gerufen. Es ist nur höflich zu kommen. Halt! Was ist mit dem Schädel? Dagonia. Wovon spricht ihr? Na, schau doch mal, Geist. Da! Siehst du, schau mal, Geist. Viele sind auf dieser Insel schon gestorben und manche bleiben. Oh. Dagonia, es gibt viele Formen des Geistes und manche hält es hier. Ein Schädelgeist? Wie geht mich? Es kamen früher welche mit Schiffen. Die starben. Oh, ein Schiffsbrüchiger. Diesen hier? Ich weiß nicht, was ihn tötete. Rohn. Vielleicht waren es ebenfalls die Wölfe. Warte, kann nur Rana dich rufen oder können wir alle das? Es ist nichts, was ihr inne wohnt, sondern die Dringlichkeit der Bitte. Manche nur, deren Stimme klingen etwas lauter. Also, wenn ich dringend aufs Klobus, dann kannst du mir so ein... Oh, hallo? Hallo, Geist. Ach, da bist du. Ich fürchte, unsere lebensbedrohliche Situation mit den Wölfen hat den Geist zu uns kommen lassen, richtig? Ihr rieft und hattet Angst. Ich war neugierig. Die Wölfe sind unruhig. Ihr König hat Hunger. Ihr König. Es gibt einen Wolfskönig. Wie haufregend. Alle Tiere haben ihre Könige. Natürlich. Das stimmt. Haben Geister auch einen König? Nein. Gut. Nicht meine Art. Wir sind einfach. Ich bin auch. Traurige Kinder. Ihr seid auch. Ja, wir sind auch. Weiß ich. Ihr seid auch. Wir sind alle. Ihr seid von Fleisch und Welt. Ja. Nun, schön. Ich denke, wir sollten vielleicht zurückkehren. Was meint ihr? Eine gute Idee. Wir sollten den Geist ruhen lassen und seine Worte ernst nehmen. Ja, und uns was wünschen an dem Ort, wo man Wünsche kriegt. Ja. Wo Stein und Herz und wo man den Stein ins Herz wirft und dann eine Münze rauskommt. Es klang sehr nach einem Brunnen, wenn ihr mich fragt. Andersrum, Dragonia, man wirft eine Münze hinein und einen geschriebenen Wunsch und dann erfüllt das Herz den Wunsch. Nun, wenn es sich um alte Dinge handelt, sollten wir alte Bewohner dazu befragen. Wer ist der älteste Bewohner, den wir kennen? Einer der Jäger zum Beispiel, der wollte aus seinen Kniescheiben ein Bart machen. Vielleicht weiß er auch etwas übers Herz. Vielleicht gibt es auch Kniescheiben, die einen einen Wunsch erfüllen. Lasst es mich nur euch mit auf den Weg geben. Ich würde euch nahelegen, nicht so viel Preis zu geben, was ihr heute hier gehört habt. Das ist wahr. Könnte in den Ohren vieler Menschen Schaden anrichten. Das ist wahr. Ihr habt den Geist gehört. Der Wunsch kann gute Wünsche erfüllen, aber auch durchaus Schaden zufügen. Warum wackelt mir eine Knoll dazu? War lag an der Ecke dahinten. Habt ihr nicht im Sinn, um was für einen Ort es sich handeln könnte? Nun, es gibt einen Ort, an dem das die Insel wurde von einem Herz getragen, nicht wahr? Richtig, das Herz der Insel. Und das bedeutet, dass ich meine, sie sprach von einem Herz unter Stein und es könnte sich dabei um das Herz der Insel handeln. Aber kaltes Licht? Ja, dort oben. Da vorne ist Schnee. Schnee ist kalt. Wasserader. Einer Wasserader? Ihr meint die Stelle, die wir vorhin gefunden haben? Einer Wasserader und möglicherweise auch einem Brunnen. Kennt ihr die Tradition? Viele Menschen werfen Geld oder Münzen in einen Brunnen und wünschen sich etwas. Nicht vielen wird der Wunsch auch erfüllt, aber Aberglaube etwas zu opfern und einen Gefallen zurückzubekommen. Das kenne ich wohl. Ha, muss eine Tradition aus Fernerlot sein. Habt ihr denn schon bereits einen Wunsch im Sinn? Nun, da ich mir für mich selbst nichts wünschen kann? Nein, nein, ich habe nichts im Sinn. Ich wünsche mir was für dich, liebe Lisa. Wobei, auch ich könnte mir etwas für Vater wünschen, nicht wahr? Oder funktioniert das nur für Menschen, die hier in Rastalot leben? Aber ich könnte mir ja das für deinen Vater, für dich wünschen. Das stimmt. Ach, Rana, was soll ich sagen? Nachdem ihr unser Leben gerettet habt, schulde ich euch wohl etwas. Ich habe Geldsorgen, Rana. Mein Vater hat sich hoch verschuldet und hat mich um Hilfe gebeten. Er hat niemanden außer mich. Dragonia ist zwar meine Schwester, aber wir teilen nur unsere Mutter, die nicht mehr unter uns weilt. Nun würde ich ihm gerne helfen. Mir ist fürchterlich kalt. Dragonia, Dragonia, kehrt zurück. Dragonia, komm zurück. Eure Schwester ist durchaus der eigenwillig, scheint. Das ist, fragt nicht, fragt nicht. Nun, und jetzt liegt es an mir, 2000 Goldmünzen aufzutreiben, eine Summe, Fußspuren. Schaut mal. Fußspuren. Fußspuren? Das sind unsere eigenen. die man hinterlässt, wenn man durch den Schnee wandert, Dragonia. Ja, aber ich habe noch nie so ein Tier gesehen. Was soll das sein? Das seid ihr selber. Ich habe mich fertig. Willst ihr unter euren Schuhen verbirgt sich eine Sohle und diese hinterlässt? Wohne im Schnee. Aber doch nicht so etwas. Seid ihr durch Matsch gelaufen? Ich. Na doch, ich weiß, was meine eigenen Fußspuren sind, aber doch nicht das. Meint ihr den gelben Schnee? Das waren Tiere. Die verrichten ihr Geschäft im Wald. Nun, apropos Geschäft im Wald. Ich würde, also, falls es euch nichts ausmacht, mal eben hinter den Busch huschen. Natürlich. Mach das. Ich gehe jetzt pinkeln. Also, in echt gehe ich pinkeln. Im Spiel setze ich mich mal hier hinter den Busch. So. Dass mich auch niemand beim Pinkeln beobachten kann. Ich bin gleich wieder da. mit. Vielen Dank. Hallo. Da bin ich wieder. Hallo? Hallo? Rana? Dragunia? Rana? Hier oben. Ich bin hier unten schon. Okay. Willkommen zu dir. Und ich nehme an, als Heilkundlerin verdient ihr nicht genug, als dass ihr diese 2000 Goldstücke schnell genug auftreiben könntet? Ach Rana, ich möchte ehrlich zu euch sein. Für heute habe ich für meine Dienste nie Thaler genommen, sondern lediglich Kartoffeln oder einen neuen Haarschnitt, was auch immer die Leute mir im Gegenzug angeboten haben. Lediglich der Maester, der Verwalter des königlichen Schatzes, hat mir geraten, nun meine Dienstleistungen gegen Bezahlung anzubieten, da sie so wertvoll seien. Und ich das Geld brauche. Also? Da hat er nicht Unrecht. Also verkaufe ich nun meine Dienstleistungen an alle, die mich fragen. Nun, das klingt vernünftig. Wisst ihr, in meiner Familie ist es sogar braucht, dass meine Zunft quasi arbeitet mit den Freuterkundlerinnen Hand in Hand. Und inwiefern? Oho. Nun, es ist durchaus bekannt, dass sie ja in durchaus auch Nutzen ziehen von bestimmten Kräutern und umgekehrt. Und ich denke, dass es durchaus auch von Nutzen sein könnte, dass wenn Menschen mich besuchen mit bestimmten Sorgen, da scheint es ja durchaus naheliegend, dass ich ihnen nicht nur von den anstehenden Problemen erzählen kann, sondern auch von den direkten Lösungen in der Nachbarschaft. Oh, das würde dir tun? Nun, ich bin durchaus froh, solche lieben NachbarInnen zu haben und wäre durchaus froh, euch zu helfen. Und ich denke, man geht Hand in Hand, nicht wahr? Oh Rana, euch schicken die Waldgeister. Das ist so selbstlos. Wow. Was kann ich euch im Austausch dafür bieten? Nun, ihr könnt ja im Gegenzug auch von mir berichten, wenn die Leute Probleme haben. Möglicherweise, ihr sprecht ja auch mit den Menschen, wenn ihr sie verarztet. Das stimmt. Wenn sie weise Ratschläge wollen oder Auskunft, was die Zukunft betrifft, dann schickt sie gerne auch zu mir. Das mache ich. Eine hervorragende Idee, Rana. Und so war der Plan geboren, die ganze Nachbarschaft auszunehmen. So langsam kriege ich echt Hunger. Ich würde mich ein klein wenig beeilen. Eine hervorragende Idee. Tragonia, auch mir knurrt der Magen. Lasst uns in der Taverne einkehren. Ah, in der Taverne kann man gut essen, ja? Ja, durchaus. Das ist manchmal ein wenig teuer, aber dafür ist es sehr lecker und man erhält den neuesten Klatsch und Ratsch des Tages. Vor allem. Seitdem Hasel dort arbeitet, schmeckt es noch viel besser. Und es ist ein wenig günstiger für uns. Nicht wahr, Tragonia? Ich hoffe doch. Ich habe die Preise nicht verglichen, um ehrlich zu sein. Na und ich gebe dir ein wenig das Geld, das wir heute eingenommen haben und du bittest deine Frau um das Essen. Ja, das klingt großartig. Ich hoffe, sie ist da. Ich kann es nicht fassen, dass wir einen Geist getroffen haben, der uns von einer unfassbaren Quelle der Macht erzählt hat. Wir können uns damit alles wünschen. Wir können damit anderen alles wünschen. Und jetzt bin ich fast gestorben, liebe Lise. Die Weberlichen dürfen davon niemals erfahren, das wäre das Ende des Königs. Das stimmt. Das heutige Erlebnis bei euch zu behalten. Oh, das können wir gut. Wir haben schon einiges hinter uns. Tragonia, wirklich, ich rede mit niemandem darüber. Hallo, ich habe meinen Mund geschlossen, so wie unsere Wohnungstüre. Eure Wohnungstüre ist stets weit geöffnet. Aber möglicherweise würde eine Goldmünze pro Tag in den Mund etwas weiter schließen. Tragonia. Mir? Äh. Nun etwas Taschengeld hat noch niemandem geschadet. Mein Mund ist mindestens zwei Münzen wert. Eure Schwester ist gut im Verhandeln, liebe Lise. Passt dir hinter den Ohren. Meine Schwester weiß einfach, was ihr Mund wert ist. Und zwei Münzen sind zu wenig, Tragonia. Okay, vielleicht muss ich mir noch ein bisschen Referenzen einholen. Das kann schon sein. Ich werde mal rumfragen, was die Leute so denken, was mein Mund wert ist. Nein, Herr... Nein, nein, Tragonia, tu das nicht. Tu das nicht. Na schön. Ich würde euch auch davon abraten. Ich fürchte... Das könnte Missverständnisse verursachen. Oh, ich bin... Mir ist schon ganz schwindelig vor Hunger. Ja, wir sollten uns echt beeilen. Kannst du noch? Ja, ein wenig. Wir sind auch wirklich sehr, sehr viel gelaufen jetzt. Und ich bin fast gestorben. Habt ihr das mitbekommen? Ich auch, Tragonia. Falls du dich erinnerst, das ist ein Wildschwein. Richtig. Ich bin so, so, so froh. Schließlich sind wir erfolgreiche Heilerinnen. Wenigstens etwas, ja. Wenigstens etwas. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt Hunger. Ich bin müde. Und erschöpft. Und ich fürchte mich ein wenig davor, was heute alles in der Taverne berichtet wird. Nur die Frage ist, Tragonia, war das nun der Ort, an dem die Insel beinahe auf die Erde gefallen wäre? Es war auf jeden Fall so nordöstlich wie möglich. Und außerdem haben wir ja einen Geist getroffen, der spricht schon alles dafür. Hm, wohl wahr, wohl wahr. Da müssen wir lang. Ich sehe sie schon. Oh, ich freue mich so sehr auf die Kartoffeln. Ja. Ich hasse Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln. Ich ebenso. Kartoffeln sind der wahre Schatz, der ist wahre Gold. Das Gold der Erde, das sage ich auch immer. Oh, wirklich? Ja. Nun, eure Kartoffelliebe habe ich euch doch direkt eine Nasenspitze angesehen. Ja. Man sagt mir oft, ich habe ein Kartoffelgesicht. Oh, Ratten in meinem Bier? Das ist ja wirklich eklig. Skandalös. Die haben Ratten da drin. Jetzt hören Sie doch mal auf, ihr solltet was zu erzählen. Zum Rattenhaus. Sie haben nicht mal ein Ratten. Sie haben nicht mal ein Bier bestellt. Ab jetzt gehe ich nur noch zum Feuer schlund. Und Sophie steht fest. Was? Ich war schon so oft hier drin. Hier gibt es keine Ratten. Hä? Ganz bestimmt nicht. Habt ihr frische Ratten am Spieß? Nein, hier gibt es keine Ratten. Das war einer, der nicht so weit ist. Der hat nicht mal ein Bier bestellt. Ich habe ihn wiedererkannt. Dragonia. Das war doch einer der Mitarbeiter vom Feuer schlund. Ja. Lausiger Lügner. Nun, ich kehre schon immer hier ein. Ich werde heute nicht meine Gewohnheit ändern. Jedenfalls redet er mir. Denn ich war hier schon so häufig in dieser Tarene. Guten Tag. Was steht denn auf der Speisekarte? Auf der Speisekarte. Auf der Speisekarte. Wir haben Hühnchen. Wir haben Fisch. Kartoffeln und Äpfel. Oh, Kartoffeln. Und wir haben Reh. Kartoffeln klingen großartig. Könnte ich für uns drei Kartoffeln bekommen? Drei Portionen Kartoffeln. Komm sofort. Dazu etwas zu trinken. Oh, für mich nicht. Nein, danke. Wollt ihr etwas trinken? Hallo, guten Tag. Hier wurde auch umgebaut. Guten Tag. Oder Mäster. Oh, Mäster. Grüßt euch. Heinerin, ich hätte da eventuell ein Anliegen an euch. Ja, sehr, sehr gerne. Ich würde nur gerne... Hast du das bis nach dem Essen warten? Ja, mir ist ein wenig schwindelig. Ich frage mich um dich. Ich, äh, wer versucht mich zu finden, sollte euer Mahl erledigt sein. Oh, das wird eine Tagesquest. Ihr könnt mit uns speisen, lieber Mäster. Hier geht es irgendwie im Moment, sind die Menschen sehr beschäftigt mit sich selber. Ich, äh, habe überraschend sehr viel Tagesfreizeit. Wie viel macht das? Das wären dann einmal neun Taler, bitte. Dass auch ihr Magen durchaus gefüllt werden könnte, lege ich da richtig hin. Ich, äh, führe meinen Magen durch... Oh, das war ein wenig zu viel. Könntet ihr mir den Rest zurückgeben? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich habe Kuchen in meiner Tasche. Kuchen? Ihr habt immer Kuchen dabei. Danke sehr. Hier ist noch die dritte Kartoffel. Ich müsste jetzt nur noch eventuell verhindern, dass unser ehemaliger Henker gehängt wird und eine Prinzessin verschwindet, während die zweite ein rosa Pony haben will und was keiner bezahlt. Meister, ich bin bereit. Ich sollte das eventuell... Oh, das ging doch schnell als erwartet. Rana, eure Kartoffel liegt hinter euch. Ja. Oh, wie lieb. Vielen lieben Dank. Wisst ihr, wir sprachen ja über die, äh, diese Idee, dass eure Heilkräuter eventuell gewisse Wirkungen haben können. Durchaus. Könntet ihr euch vorstellen, dass ihr ein Gebräu anmischt? Testweise. Nennen wir es eine Probier-Version, die folgende Sachen schafft. Erstens. Oh, wie aufregend. Die Person, die es zu sich nimmt, sollte sehr, sehr freundlich werden. Ja. Freundlich werden. Zum Zweiten, sollte sie farbenblind werden. Farbenblind? Ja. Und zum Dritten irgendetwas Positives. Vielleicht, ähm, freundlich. Irgendeine dritte positive Eigenschaft. Hm, wie wäre es mit optimistisch? Optimistisch klingt großartig. Denkt ihr, ihr könntet etwas in dieser Art Testweise mal zum Probieren, äh, anbauen? Hm, durchaus. Durchaus. Nun, ähm, wie lange würde es in etwa dauern, so etwas anzufertigen? Ich denke, morgen früh sollte ich damit fertig sein. Großartig. Nun, ich, äh, würde, sollte dieser Test positiv verlaufen, äh, natürlich mich, äh, im Namen des Königs sehr verbindlich zeigen. Ähm, äh, wir sollten morgen nach dem Test darüber sprechen. Sehr, sehr gerne. Meister, ihr kennt euch doch sehr gut mit Geld aus, nicht wahr? Nun, äh, ich kenne mich damit aus, wie man es nicht ausgibt im Moment, ja? Ja, ähm, Dragonia hatte eine Frage. Nun, schieß es los. Kriegen wir Geld? Nein, Dragonia, die andere Frage. Achso. Ähm, wir würden gerne eine Kniescheibe in einen Brunnen schmeißen und eine... Nein, 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 Dragonia! Ja, die Frage mit deinem Mund. Oh, natürlich. Ähm, werter Meister, was würdet ihr sagen, wie viele Münzen ist mein Mund wert? Ich schreibe es Ihnen auf, richtig? Euer Mund. Natürlich. Ich, äh... Guten Durst. So, Frage ist er. Auf den König. Für euren Mund. Ihr habt doch da sicher Erfahrungen, wie viel ihr normalerweise für einen Mund gebt. Nun, äh, in der Tat, aber es kommt immer ganz darauf an, was dieser Mund macht. Und was der Mund macht, geht es durchaus... Leise sein. Ach, werdet ihr denn eventuell, was ihr mit eurem Mund machen möchtet? Naja, nichts, nämlich nichts sagen. Ach, schade. Ich soll euch dafür Geld geben, dass ihr nichts sagt. Naja, ich wollte eher eure Einschätzung hören, damit ich eine Basis habe, mit der ich verhindern kann. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Ihr möchtet Locken bieten, dass ihr geweigt und dafür möchtet ihr Geld haben. Genau das. Habt ihr denn Informationen, die es wert sind, verschwiegen zu werden? Aber Hühner dürfen hier rein? Boxer meinte das. Leid gegrüßt. Hat das nicht jeder? Ich habe hier noch keinen Hohen drin gesehen, zumindest kein Leben. Nun, wenn es keine besonders super, 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 super wichtigen Geheimnisse sind, die niemand hat und darf, dann wird es schwierig, dafür einen Geldbetrag zu verladen. Und was, wenn es super, 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 super heimlich und aufregend und abfällt? Könnte es jemandem schaden, wenn ihr dieses Geheimnis zufällig teilt? Vielleicht. Ist diese Person sehr vermögend? Das weiß ich nicht. Ja, ist sie sehr. Oh. Nun gut, dann komm mit. Könnte diese Person euch verschwinden lassen oder umbringen? Das weiß ich nicht. Ich hoffe doch nicht. Weil das ist eine große Sache, wenn man jemanden mit viel macht und viel Geld sagt, bitte zahlen mir Geld, ansonsten werde ich eine Information ausplaudern. Dann gibt es immer noch die große Unterscheidung zwischen Okay oder Lebensende. Aus dem Bauch heraus, Wetermeister. Wie viele Goldtaler würdet ihr dafür einschätzen? Dafür, dass ihr schweigt? Ja. Für meinen Mund. Also, wenn es mich betreffen würde und es wäre eine Information, die sehr, 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 sehr peinlich wäre, würde ich sagen, das ist mindestens zwei Goldstücke wert. Wenn es jetzt eine Information wäre, die dafür sorgen könnte, dass ich sterbe, verhaftet werde oder irgendetwas ganz, ganz, ganz Schlimmes passiert, dann wären es vielleicht 20 Goldstücke. Oh, das heißt, sowas wie ein böser Wunsch oder so, der dich für immer verfluchen würde, wäre schon auch 20 Goldstücke wert, richtig? Ja, also, wenn man mich verfluchen würde und ich müsste Geld bezahlen dafür, dass ich nicht mehr verflucht bin, das, ja, wenn man sich freikaufen könnte, wenn man das Geld hat, dann ja. Habt ihr das Geld? Also, man kann es am besten so machen. Fragt diese Person, wie noch immer ihr um sein Geld erleichtern möchte, doch einfach, wie viel Geld hast du, dich kostet die Erlösung genau die Hälfte von dem Geld, was du hast. Und wenn es weniger ist, als ihr jetzt glauben würdet, also nehmen wir jetzt einen sehr, sehr reichen Mann, der wird sicher nicht weniger als 10 Goldstücke bei sich tragen, meistens. Und wenn er sagt, ich habe nur ein Goldstück bei mir, dann würde ich sagen, das glaube ich euch nicht, dann kommt morgen wieder, wenn ihr fünftet. Okay, ich möchte all dein Geld oder ich verfluche dich. Das ist ein guter Anfang. Ich glaube, das hat sie ernst gemeint. Nun, ich denke, er hat es ihr so beigebracht. Ich weiß, wie ich dir etwas ganz Böses wünschen kann. Und deswegen gibst du mir jetzt dein Geld. Oder deine Kniescheibe. Oder dein Bart. Okay, ähm, wir sind in dem Bereich, den nennt man Erpresso, werte Dragonia. Naja, du hast doch gesagt, dass ich das so machen muss, Meister. Ich würde mir niemals anmaßen, dass ich selber auf so eine Idee kenne. Dann lasst euch lieber nicht auf derlei Geschäfte ein, denn die Antwort könnte euer eigener Tod sein, wenn ihr es so, ich sage mal, freundlich macht. Aber ihr habt mir dazu geraten, was, äh, ich verstehe nicht. Ihr fragtet, wie teuer euer Mund sein sollte. Ja, darauf habt ihr mir keine Antwort gegeben. Ihr habt dann nur gesagt, ja, ich soll der Person sagen, sie soll mir die Hälfte ihres Geldes geben und jetzt bin ich passiert. Okay, so wie ich sehe, wollt ihr und auch ihr eventuell ein paar Goldstücke verdienen, ist das richtig? Ja, für mich trifft das zu. Brauchen wir nicht alle etwas, um zu überleben? Nun, ähm, habt ihr nicht eventuell schon mal die Idee gehabt, euch, äh, gegen Geld eure Leistung anzupreisen? Wir haben eine Heilerin, du warst, äh, die, äh, Lehr, warst Lehrling der Heilerin? Und euer Beruf war? Ich bin eine Seherin, werter Herr. Seherin? Nun, das sollte doch eine großartige Kombination sein. Nun, ich sehe Dinge, durchaus, ja. Was seht ihr in meiner Zukunft? Nun, wisst ihr, sag ihm, dass er sieht, dass er mehr Geld gibt. Ich weiß es nicht, ich bin der Herr so umgefallen und dann bin ich wieder aufgewacht und dann waren sie weg. Wisst ihr, Münzen haben immer zwei Seiten und, ähm, ich sehe einen durchaus sehr erfolgreichen Weg für euch, der aber auch sehr steinreich ist. Und dann, nun, ihr solltet sehr aufpassen, wem ihr vertraut. Das glaube ich auch. Äh, Prinz William hat das gesagt. Ähm, ich bin von der Post. Nun. Die Heilkundigen hier sind Menschen, denen man vertrauen kann. Mhm. Na, das weiß er wohl. Spricht wahr? Naja, ihr habt soeben versucht, mich um mein Geld zu erweißen. Aber nur weil ihr das mir vorgeschlagen habt. Das jetzt umzudrehen wäre ganz schön gemein. Wisst ihr, Dragonia ist, ist ein Lehrling und sie ist durchaus gewillt zu lernen. Und ich denke, sie hat versucht, ihr gerade erworbenes Wissen von euch abzuwenden. Äh, Titus Drachenfels. Äh, William hat mich eingeladen. Ah, ich frage euch mal direkt. Wollt ihr auf Ehrlichem oder auf egal welchem Weg ihr Geld verdient? Ja, auf Ehrlichem natürlich. Auf bald. Selbstverständlich. Ich möchte ja, dass dieses, dass diese Taverne hier weiterhin... Natürlich. Alles andere wäre... Krauenhaft. Unherrlich. Entgegen meiner Natur. Bis jetzt. Nun dann. Hm, ihr könntet eure weissagenden Fähigkeiten im Königshaus anbieten. Eure Dienste, werte Heilerin, sind bald ohnehin vonnöten und... Und ich? Und ich? Und ich? Äh, denke ich, wird im Rahmen der Tätigkeit mit der Heilerin ebenfalls notwendig sein, weil ich denke, das wird ein sehr, sehr wichtiger Auftrag werden. Richtig. Ich bin mir sicher, der König möchte... Möglicherweise... Möglicherweise lässt du deinen Mund außen vor, Dragonia. Das ist nur so eine Idee. Aber du wolltest mich doch für meinen Mund bezahlen. Ach, Dragonia. Ich habe dir davon abgeraten, das tatsächlich irgendwo anders zu sagen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Aber ich wollte mir doch nur Referenzen einholen. Ähm, ja, und ich habe von einer Art Taschengeld gesprochen. Das war eine herzliche Geste, mehr war es nicht. Ich denke, die Verwendung des Mundes wird sicher auch irgendwann nochmal wichtig. Aber ich denke, heute werden wir uns jetzt erstmal auf die Arbeit konzentrieren. Ich werde... Werte Seherin, welchen Preis verlangt ihr für die eben geleistete Tätigkeit? Nun, meine Kunst besteht daraus, das zu nehmen, was ich mein Gegenüber leisten kann. Also gebt mir, was ihr für angemessen haltet. Denn seid euch bewusst die Geisterwelt, beobachtet uns. Und, ähm, nun, um positives Karma zu sammeln, gebt mir das, was ihr für angemessen haltet. Nun, wenn ich mir jetzt sagen möchte, dass je mehr ich zahle, umso besser meine Zukunft aussieht. Dann, ähm, wird das natürlich etwas schwierig für mich. Werte Heiterin, was gab ich euch noch für die Heilung heute? 15 Goldmünzen. Nun, findet ihr 15 Goldmünzen? Wäre ein angemessener Preis für eure Leistung? Das, ähm, kann ich nicht entscheiden. Darüber entscheiden die Geister. Aber seid euch gewiss, sie sind fair, wenn ihr denkt, dass das ein fairer Preis ist? Nun, es ist der Preis, den ich jetzt festlege für eine Weissagung. Hier ist eure Bezahlung. Danke euch. Ich werde dem König berichten von der Weissagung und vielleicht wird er ja eure Dienste jedenfalls bald in Anspruch nehmen wollen. Darüber würde ich mich freuen. Und? Nun, wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich, ähm, habe meinen Auftrag, äh, weitergeleitet für die Probe. Ja. Ich kenne jetzt von meiner Zukunft und muss jetzt noch verhindern, dass die Königskinder meine Robe pink färben und den König in Unheil stürzen. Oh, pink würde euch gut stehen. Ich bin mir sicher. Ich fühle mich auch sehr wohl in pink. Nun, gehabt euch wohl. Wir sehen uns bald wieder. Gehabt euch wohl. Durchaus, das Gefühl hatte ich auch. Hä? Hä? Raus. Magst du rein? Das gehört ja rein, hallo. Das ist ja kein Sau. Nein, hier ist so schön. Ist das nicht so schön? Ich werde mal fragen, ob der Wirt etwas mit meinen Pilsen anfangen kann. Vielleicht eine Suppe oder sowas. Eine gute Idee, Dragonia. Warte, Dragonia. Nimm gerne meine Pilze auch noch mit. Oh, sehr gut. Oh, warte, ich habe auch ein paar gesammelt vielleicht. Oh, oh, oh. Vielleicht. Ich weiß allerdings nichts damit anzufangen. Möglicherweise sind sie giftig. Das müsst ihr entscheiden. Vielleicht können wir sie verkaufen. Ich werde für den Bild ein paar verschlagen, ja. Ich danke dir. Okay. Und danach? Jetzt kackst du ja noch rein, oder was? Oh. Verschwinde. Ja. Danach gehe ich auf die Suche nach einem Wisstum, was. Ja, eine hervorragende Idee. Der kalte Strahl oder sowas. Ja. Ja, eher, Dragonia. Der, das helle Herz und kalter Strahl. Sowas in der Art. Genau. Ähm, Dragonia, dann mach's gut. Bis gleich. Liebe Lise, kann ich dich unter vier Augen sprechen? Ja, lass uns irgendwo hingehen, wo es nicht ganz so laut ist. Hallo? Ist er jetzt hier? Ja, natürlich. Was kann ich für dich tun, Dragonia? Äh, Drana, entschuldige. Ich höre dich nicht. Könnt ihr mich jetzt gut hören? Ja, ja, nun höre ich euch. Okay, ähm, nun, liebe Lise, ich habe euch und eure Schwester wirklich sehr gern, nur mir ist nicht umhin, dass eure Schwester sehr gerne redet. Und ich weiß. Und ich frage mich, frage mich, in, nun, inwiefern es uns hinderlich sein könnte, ähm, dass sie möglicherweise von dem Geheimnis weitererhält. Jetzt kackst du schon wieder hierhin. Geh raus, bevor du noch ins Kupftopf landest. Ja, ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich, ähm, will ganz ehrlich sein. Ich möchte dich fragen, ob es sinnvoll ist, sie weiterhin einzubeziehen, bis wir das Wissen darüber, wo wir hin müssen und was wir genau tun müssen, gelüftet haben. Nun, ich weiß nicht, ob es dir bereits aufgefallen ist, doch so viel Dragonia auch redet, sind die Worte, die sie sagt, meist nicht richtig. Sie führt uns in den Süden, wenn wir in den Norden wollen, sie redet von Stahl statt Fels. Es ist nicht so, als würden die Menschen mit dem, was sie sagt, etwas anfangen können. Okay, das beruhigt mich wirklich sehr. Also ja, sie wird reden, aber wenn wir sie alleine auf die Suche schicken, wird sie auf keinen Fall etwas finden, denn sie wird in die falsche Richtung laufen, nach West-Ost statt nach Nord-Süd zum Beispiel. Und dann, nun, werden wir niemals dort ankommen, wo wir ankommen wollen. Gut, dann vertraue ich dir da durchaus. Das beruhigt mich wirklich sehr zu hören. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass das unserem neu gewonnenen Wissen irgendwie im Weg stehen könnte und auf einmal das ganze Dorf von diesem Geheimnis erfahren würde. Das wäre schrecklich. Das wäre, denke ich, nicht das, was wir wollen. Ja, wir sollten, ja, ich verstehe den Einwand, den Eindruck erweckt Dragonia häufig und schnell, aber achte einmal darauf, was sie so erzählt und du wirst feststellen, es ergibt wenig Sinn. Nun ja, du hast recht, die Geschichte mit dem Bund hat ja am Ende doch auch eine ganz andere Wendung genommen, als ich eigentlich angedacht hatte. Zum Beispiel das, ja, oder die Tatsache, dass wir erst gegen ein Wildschwein gekämpft haben und zu einem völlig falschen Ort gelaufen sind, statt dorthin, wo die Geister uns eigentlich haben wollten. Nun, ich bin davon überzeugt, dass es unserem gemeinsamen Abenteuer gehört hat. Das ist sehr gut. Ja, nun... Ich sehe, ich denke an ein höheres Ziel und glaube, dass... Ich glaube an das Schicksal. Ja, ich habe heute am Markt gearbeitet und... Ja, ich auch. Und ich habe schon gesehen, dass sich unsere Wege kreuzen. Ich bin sehr gespannt, wohin uns unser gemeinsamer Weg noch führen wird. Ich ebenso, ich ebenso. Nun, wollen wir uns auf den Weg machen? Das klingt nach einer guten Idee. Die Frage ist nur, wohin, Rana? Was sagen dir deine Kräfte? Also, meine Theorie wäre... Verzeiht, verzeiht. Darf ich noch einmal kurz stören? Natürlich. Natürlich. Ich wollte sie nicht aufhören, verzeiht. Ähm, ich kam in der ehrenvollen Kneipe nicht umhin, wir wünschen ein wenig das Gespräch mit dem Meister zu belauschen. Also, nicht belauschen, aber ich habe Teile vielleicht gehört. Und, ähm, ich wollte einmal fragen, wenn man jetzt vielleicht für seinen eigenen Nutzen einen Trank in dieser oder jener Formel nötigt, wäre das möglich? Nun, ihr könnt mich gerne für Tränke aller Art beauftragen. Also, ich bräuchte einen Trank, der jemanden, ich sage mal, der nicht ganz klar bei dem Verstand ist. Ähm, ich sage mal, für eine gewisse Zeit gefügiger macht, sagen wir es mal so, dass er etwas zugänglicher ist für Vorschläge, wenn ihr versteht. Oh, das klingt aber gar nicht mal so freundlich, wenn ich ehrlich sein darf. Ich bin Heilerin. Versteht ihr? Ja, natürlich, natürlich. Das wäre jetzt auch nur rein theoretisch erst mal gedacht. Wir sind einfach mal so Gedanken in die Augen geworfen. Also, theoretisch wäre ein solcher Trank durchaus im Rahmen der Möglichkeit. Mhm. Und wenn er etwas Gutes bewirkt, wäre ich auch bereit, ihn zu brauen. Also, ich gehe gerne ganz offen und ehrlich. Es geht um meinen sehr, sehr guten und geschätzten Freund, meinen Meister sogar, den Herrn Beblasius, der Großbauer. Ja, ja, kenne ich. Ja, er ist nur leider inzwischen etwas, ja, was soll ich sagen, das Alter holt ihn nicht wahr. Er ist nicht mehr der Vernünftigste im Kopf. Oh, das tut mir sehr leid zu hören. Ich kann gerne einen Trank brauen, der seine geistige Gesundheit wiederherstellt. Ah, nein, das Ding. Das ist, man möchte ja auch nicht unnötig lange sich quälen, nicht wahr? Aber es geht ja darum, wissen Sie, ich bin sein Auszubildender im Grunde, also der Großbauer im Ausbilden, da es eigentlich war. Ja. Und es ist jetzt nun schon sehr lange, dass er eigentlich mit mir zum Stadthalter möchte, um das schriftlich festzuhalten, sage ich mal, nicht wahr? Ja. Und dadurch, dass er aber leider geistig nicht mehr ganz auf der Höhe ist und leider ganz zu viele Fehler macht, die ich jetzt inzwischen für ihn ausgleiche, also ich mache quasi die ganze Arbeit, nicht wahr? Das wäre dann so ein Trank, einfach um ihn für eine kurze Zeit dazu zu bringen, dass er das tut, was gezappt werden muss. Das wäre sehr freundlich. Ich würde einfach morgen Sie nochmal belästigen, wenn das gerecht ist. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Und dann schauen wir nochmal. Ja, das ist ein guter Plan. Wie heißt euer Meister, wenn ich fragen darf? Das ist der Herr Biblasius Aerikus. Wieso? Ach, es hat mich nur interessiert. Ich bin neu in der Stadt und tatsächlich erst heute angekommen und da erkundige ich mich einfach auf den Namen. Es wäre gelogen zu sagen, dass ich mir alle merken würde, aber nachfragen schadet ja nicht. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Aber wenn Sie hier Leute über einen verwirrten Mann sprechen hören, der ohne Hose durch die Stadt geht oder solche Dinge, dann ist es in der Regel Fall eher... Und ich denke, das werde ich mir merken können. Ja. Deswegen, ja, es ist schon leider sehr weit gekommen. Er ist schon recht auffällig, könnte man sagen. Ja, 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 ja. Einträgsam vielleicht. Ja, gutes Wort. Ja, sehr gut. Dann machen wir das doch so. Dann komme ich morgen auf Sie zu. Ich habe da Angst, dass Sie das überhaupt in Betracht ziehen. Sehr gerne. Sowohl alle natürlich. Sehr gerne. Und dann wünsche ich Ihnen einen wundervollen Abend. Ebenso, ebenso. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Hallo, Herr Mönch. Nun, möchten wir weitergehen, Lise? Verzeih, ich habe gerade eine Notiz in meinem Buch gemacht. Mhm. Das große Mod-Buch, in dem ich Dinge aufschreibe, um mich an sie zu erinnern. Ich verstehe. Ein solches Buch wollte ich auch führen. Ja. Das heißt, du kennst deinen Meister? Ja, durchaus. Er ist der bekannte Großbauer hier, also jeder kennt ihn. Und ist das einem eher unsympathisch? Er spalt in meiner Hand. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Er ist nur eigen. Einprägsam. Manchmal ein wenig verwirrt, durchaus. Das mag stimmen. Oh, was für ein schöner Sonnenuntergang. Nicht wahr? Rastalot kann wunderschön sein. Oh, was ist hier los? Der König? Oh. Jubeil! Eure Majestät! Jubeil hat gesagt, zum Völkermeister abspielen! Eure Wohreitlichkeit, die Flatterbärme... Es findet eine Wahl statt? Moment. Ich dachte, ihr seid der Bünder, aber... Welche neue Sitte? Ich meine, ja, ich... Wer ist denn wahlberechtigt? Eine Wahl? Wahrscheinlich nur der König. Vermutlich. Ja, seine Majestät. Der Herr von wem ist hierhin? Seid gegrüßt! Und wer steht zu euch? Ich habe euch noch gar nicht in der Taverne gesehen. Jetzt ist die Wahl! Ja, meine Verwandtschaft ist dafür ja viel dort, nicht wahr? Ja, das ist korrekt. Wer wird dann nun gewählt? Von der Politik? Er will der König wahrscheinlich gleich. Wem wird er denn erwählt? Vom König? Natürlich! Ja, könntest du mir doch mal anwählen. Wahrscheinlich per Akklamation. Wir werden den neuen Bürgermeister hier bejubeln, wie es sich gehört. Das ist eine gute Frage. Das ist schon von einer Wahl. Das klingt sehr demokratisch. Der König wählt einen neuen Bürgermeister aus. Der König wählt einen neuen Bürgermeister aus? Ja. Oh. Ich wähle einen neuen Bürgermeister. Eine Wahl in Rostalot, dass ich das noch erleben darf. Es ist halt nur eine Stimme, die Stimme des Königs. Nun, aber es ist doch auch die einzige Stimme, die hier zählt, nicht wahr? Korrekt. Aber auf jeden Fall ein historischer Moment. Gut, dass wir hier sind. Hast du mich jetzt auf dem Bauer verarscht? Wenn euch irgendjemand erzählt hat, nur ihr Bürgermeister, Bürgermeister. Oh, Fragonias wird gewählt. Der König wählt. Die erste Wahl in Rostalot. Stellt sich der Astibald nochmal auf? Ah, Astibald, sehr gut. Ja, wir wohnen hier gerade einen großen historischen Moment bei. Dein erster... Heute schon, heute ist super. Chronistischer... Das Bier ballert. Moment. Ach, unser König. Das Bier, es ballert. So, aber was geschieht jetzt hier nun? Wollen wir mal nachsehen? Oh. Ah. Ich werde mich nur nach unten bequemen. Ach so. Gut, dass wir hier sind. Auf dich nie, auf dich nie. Das war mein Falli, da war oben. Oh, der König, der König. Ja. Ja. Braucht euch nicht vor Rangerius von Weberlichingen zu verbeugen. Alles gut. Hoch, lieber König. Was ist mit dem König? Hat der Bauchschmerzen? Hat der König Bauchschmerzen? Ich kann ihn heilen. Ich habe keine Bauchschmerzen, noch nicht, obwohl dieser erste Tag bisher schon sehr, sehr anstrengend war. Die Bauchschmerzen, sie bahnen sich gar an. Jawohl. Wer ist denn, wer ist denn nun Bürgermeister? Wen können wir bejubeln? Präventiv Heilkräuter verkauft? Dies wird sich nun herausstellen. Gorkenstein, ich übergebe an euch. Eure Majestät, wie sieht es denn aus mit dem Hause Flatterberg? Hat euer Dina etwas in Erfahrung bringen können? Alle Kandidaten mögen vortreten. Wer jetzt nicht vortritt, der möge für immer zurücktreten. Drakonia wage es nicht. Wo ist der König? Das ist deine Chance. Meine Chance? Geh einfach nach vorne. Ja, ich sehe dich da. Ich kann nicht so viel zu tun. Erwählen wir uns hier das große Haus, das ist sogar ein Adelszikel. Ich habe hier einen kleinen Brief der Königlichen Verwaltungsstelle. Sehr geehrte Frau Teddes Pferdepfuß, nach eingehender Beratung und sorgfältiger Prüfung alle eingereichten Kandidaturen für die anstehende Bürgermeisterwahl müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Bewerbung nicht weiter berücksichtigt werden kann. Während wir die Initiative jedes Bürgers sich für das Wohl der Gemeinschaft engagieren zu wollen, grundsätzlich begrüßen, gibt es gewisse unkonventionelle Aspekte in Ihrem Vorhaben, die uns zu dieser Entscheidung geführt haben. Es mag Ihnen vielleicht entgegnet sein, dass Sie in Traditionen ungeschriebenen Regeln des Wahlprozesses eine Erfahrung, Adelszikel ist hervorragend, Adelszikel ist notwendig, so Kleinigkeit, mit freundlichen Grüßen die königliche Verwahrungsstelle, Prüfungsstelle. Schön formuliert. Hört, hört. Ja, ja, ein Asisch-Titel ist wichtig. Ich gehe Kandidaten ein. Ich sehe Herrn Rangerius von Weberlichingen. Mein Gott, da ist der. Das macht Herr Rangerius da. Dann haben wir den Kandidaten Nicodäus von Flatterberg. Ich wollte mal eben kurz was zu snacken. Herr Weberth von, wie war Ihr Name? Mein Name ist Wilbald Erben von Bommhoff. Wilbald, natürlich. Noch nie. Und wer ist hier? Der ist ja doch der Hofner eingefunden, um ein Leben zu sehen. Wenn wir jede Bürgermeisterwahl beiwohnen, snack ich was. Jeder steht nicht zur Wahl. Oh mein König, du hast ihm zu wahlentlich. Natürlich ist er nicht aderlich. Den hätte ich aber gewählt. Sieht so lustig aus. Was ist denn? Da lacht doch jemand. Die heutige Bürgermeisterwahl soll entschieden werden. Die heutige Bürgermeisterwahl soll entschieden werden in einem Beleidigungsduell. Lise, schau mal oben auf dem Dach. Großartig, großartig. Sehr schön. Klingt super. Beleidigungsduell. Das kannst du. Das Volk stimmt ab, der Empfänger ist, würde ich diese Aufgabe annehmen. Ich würde alle Beleidigungen in Empfang nehmen. Ich liebe Beleidigungsduellen. Also ich meine, ich bin die Person, die es dann verdient hätte, beleidigt zu werden, weil ich nur ein Diener der Diener der Dienerschaft bin. Recht. Das unterstütze ich. Nun, so entscheide ich in meiner königlichen Willkür, dass wir dabei bleiben, dass die Kandidaten sich alle gegenseitig beleidigen und zusätzlich in einer Bonusrunde auch noch Astibald beleidigen sollen. Juche, froh Lockett. Jubel. 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 Aufgrund von mangelnder Geduld wird es ein ganz simples K.O.-System geben. Jene, die sich beleidigen und vortreten, die fangen an. Zwei Kandidaten zum Start. Wer möchte? Nicodäus von Flatterberg und Rangerius in Runde eins. Der Verlierer scheidet aus. Auf das Wort des Königs geht es los. Moment, schreien wir uns gegenseitig die Beleidigungen ins Gesicht oder einer nach dem anderen? Einer nach dem anderen. Ich würde es gut finden, wenn die Beleidigungen tricky wären vielleicht. Ich kriege den Vortritt. Ein bisschen Raffinesse. Ich kriege den Vortritt. Ich kriege den Vortritt. Nun, äh, so, äh, leget los. Der Mann mit der Blonden Tolle fang er an. So beginnen Sie. Danke mein König. Also, Herr Rangerius von Weberlichlingen, ähm, wie ich mitbekommen habe, haben Sie ein ziemlich starkes Alkoholproblem und schaffen es ja nichtmals irgendetwas in sich zu behalten, was annäherndweise Nahrung isst, ohne es gleich wieder auszukotzen. Oh, damit kann ich helfen. Ich hätte einen Trank gegen die Übelkeit nicht. Nein? In Ordnung. Das hat natürlich gesagt. Aha. Also, mir hat sich dieser Rangerius als Mauritius vorgestellt, falls sie das mal erwähnen darf. Rangerius. So, äh, trage er nun seine Beleidigung vor. Aber... Dies ist relativ einfach, Nicodäus. Wie mir zu Ohren kam, mag die Familie von Flatterberg ihren verstoßenen Astibald viel lieber als den Nicodäus. Oh, nein. 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 Ich bin sogar ich schlimm. Wahrlich, wahrlich. Oh. War es dies? Ich bin dezent, äh... Eure Majestät, ich würde drei Runden vorschlagen, um den Gewinner zu ermitteln. Er kann sich hier nicht zurückhalten. Vangerius, ich habe euch eine Stärkung hingeworfen. Oh. Die Voraussetzung für die nächste Runde ist mehr Vulgarizität. Die ist leer. Das ist auch gut. So konzentriert dich, danach bekommst du was. Nicodäus beginne er. Danke Eure Hoheit. Ähm, naja, viel Antworten kann man nicht erwarten, da dieser Mann einen Zustand hat von einer leeren Weinflasche. Also viel Luft. Oh. Danke für die Erklärung. Da geht nicht mehr. Da geht nicht mehr. Der hat schlecht gefuchtet. Ja, 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 ja. Äußerst vulgär. Das war weder vulgär noch... Das war keine Beleidigung, Mensch. Letztes Jahr flog bei so einer Darbietung noch Dung. Richtig. Dung. 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 gewählt werden wollte und gewaltig im haus vorbeigegangen das war ich mir nicht sicher ob der fisch stand da oder ob es doch ihr haus war so denn die letzte runde die alles entscheidende und einzig entscheidende letzte runde und es wurde vom könig der wunsch maximaler vulgarizität geäußert ein weißer könig die worte meines kontrahenten was ich hier gehört habe oder oder was was grund ist hier so die ganze zeit oder sitzt er auf dem boden hat der mann gerade den kot aufgesammelt vom boden der mann hat gerade ich habe vorhin bei den fernberg gegessen und da ist dieser kothaufen durchaus das normale ich wurde ich wurde von ein paar nicht so gut wir stimmen mit ruhe wir stimmen ab mit einem applaus und einem tobenden ich probiere es erst ein schrei wir gucken einfach mal was für wen hier zusammenkommt wir fangen an mit nico deus von flatterberg wir fahren fort mit rangerios von weberlichingen entschuldige kurz wo genau tut es weh an meinen füßen die haben mir in meine füße gestochen in die füße kannst du dir das vorstellen ich weiß nicht ich weiß nicht wie schrecklich ich kümmere mich darum da geht irgendwas vor sich da hinten am ich sag's dir du bist geheilt normalerweise würde dich das geld kosten aber du bist teil der familie dankeschön tausend dank sehr gerne sehr gerne auf jeden fall sehr gespannt der bürgermeister wird hat es besser gemacht aber naja so soll nun unfairerweise will bald erben antreten gegen rangerios der schon eine runde bestreiten musste will bald noch nicht so lege los ich liebe es wenn sich in restaurant alles sammeln so ich darf ja anfangen beim schweine rennen sitze ich auf deinem rücken das war nicht mal kreativ lieber twitch chat könnt ihr mir noch mal sagen wie maurice charakter in game halt als moris weber nach topf kapitel nicht nur okay rangerios er ist am zuge nun nun ich mir auf diesen auf diesen wunderbaren schweine witz da fällt mir nahezu gar nichts ein da ich den vorher schon einmal gebracht habe aber es ist ja auch gar kein problem wer wessen mutter eine dirne ist da kann man doch gar nichts anderes zu sagen denn genau so kommt ihr über den billiger pöbel anhängen danke sehr vielen vielen dank versuch's mir zu merken aber ich mag inicht du rikiere mich Nobel gerade nein ich Pobel neste er stellt sich über euch прин切 alle mit ins spiel geht er jetzt seine mutter Das ist mein Pferd, das heißt Weberlichen ins Mutter und ihr dürft alle auf ihr reiten. Okay. Unlustig, sehr unlustig, ekelhaft, ekelhaft. Das arme Team. Nun, was ist eure Antwort darauf, Rangerius? Ich bin für Frau von Schlatterberg. Oh, da hinten! Meine Frau, äh, weil ich da aber nicht für den Körper. Meine Frau, ähm, ähm, was? Deine Frau! Ist das Zagonia? Ja. Jetzt nochmal, du schaffst das! Wir glauben an dich, Rangerius. Da ist Zagonia. Meine Frau hat mich genommen, obwohl ich ein elendiger Säufer bin, und ihr seid weiterhin Single. Was soll das wohl bedeuten über sie? Oh! Oh mein Gott! Für wahr! Für wahr! Das hat er nicht gesagt. Du hast mich gleichzeitig mitbeleid! Nein, das war schon gut so! Die Moris auch einfach versucht, die Menge zu beeinflussen, der kleine Wicht. Es wird nun abgestimmelt. Wer hier der Anwesenden ist für Wilbald von Erben von Bohnenbomhoff? Ich fand beide Beleidigungen sehr schlecht. Ah, das Pferd war schon gut! Bravo! Ja, das Pferd! Jawoll! Ja, das Pferd! Ja, das Pferd! Ja, das Pferd gewinnt! Ja, das Pferd! Wer der Anwesenden hier ist dafür, dass Rangerius dieses Duell gewonnen hat? Nein! Rangerius! Weberlichingen! Kreativität, Schlagfertigkeit und Säuferei! Was will man mehr an einem Bürgermeister? Ach, Mauritius! Jetzt seid ihr für eure Brüder! Die Sippschaft des Kandidaten nicht mehr jubeln lassen, Herr König! Nun besser als Bohnhoff. Ein starker Samen muss Vorteile bringen! Äußerst eindeutig geht auch dieses Duell an Rangerius! Rangerius, ich bin so stolz auf dich! Das ist doch ja alles gekauft! Ich enthalte dich! Er schreibt mir und schweigt stillvoll! Er hat den Pöbel beleidigt! Uh, richtig! Rangerius hat den Pöbel beleidigt! Der kann doch nicht Bürgermeister werden! Nein! Er ist auch dafür, dass die Menschen hier stillschweigen! Wenn ich sagen, sie sollen gar schwer stillschweigen! Er sorgt erstmal für Ordnung hier! Ruhe, verdammt! So! Da nun Rangerius alle Duelle hier für sich entschieden hat bei diesem Kampf um den Bürgermeistertitel, ich jedoch äußerst gelangweilt war von diesen äußerst langweiligen Beleidigungen, entscheide ich in meiner ganzen königlichen Willkür, dass es eine Bonusrunde gibt und Rangerius noch gegen den allseits beliebten Astibald von Flatterberg antreten muss! Oh mein Gott, Astibald! Oh nein! Oh mein Gott, Astibald! Astibald! Was kommen die denn da hinten? Oh mein Assistent für Bürgermeister! Oh Sprit! Oh Sprit! Gerade, was ich bei uns einkleiden hat lassen! Uh, uh! Bonusrunde! Der wahre Bürgermeister! Der wahre Bürgermeister! Der wahre Bürgermeister! Der wahre Bürgermeister! Der einzige Runde entscheidet hier über Sieg oder Niederlage! So strenget euch an! Kann Astibald ein Assistent und Bürgermeister sein? Wollte nur mal vor drei Stunden noch im Ehr sein! Ich glaube nicht! Ich glaube, dass die nur zur Belustigung ist! Mein Assistent! Ich verliere meinen Assistent! Ich warnte euch, dass auf jeden kein Verlass ist! Oh Gott, das ist alles so ein Chaos! Das ist alles so ein Chaos! So Danny, Vangerius, euch gebührt die Ehre! Oh, wie nett! Nun, ich sehe, man hat euch im Käfig hängen lassen, so wie eure Familie euch hat hängen lassen! Jaaaa, 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 ist okay, ist okay! Wie viel Geld haben wir heute verdient? Wir haben noch 18 Münzen! Wir müssen morgen erst anfangen, Leute auszunehmen! Was ist euer Konter? Ähm, ich muss zugeben, dass es keinen gibt! Das, was hier gerade gesagt wurde, stimmt! Ich habe euch hängen lassen! Jeden Einzelnen! Und ich hätte es niemals verdient, auch nur ansatzweise Teil der Entscheidung zu sein, wenn es um die neuesten Bürgermeisterwahlen geht! Ich bin ein Schwein und ihr seid alle meine Meister! Oink oink! Wer nur ans Volk denkt! Die beste Beleidigung! Die beste Beleidigung! Er sieht jetzt alles aus! Was? 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 Das ist... Wah... Der war auch wirklich... Den König, die Befehle sagen! Okay, okay, okay! Das war ja gar keine Beleidigung! Eure Meisterin Ignoriert eure Befehle schon wieder! Er hat sich selbst beleidigt! Er hat sich selbst beleidigt! Er dreht euch den Rücken zu! Ohhhh! Was war ein Philosoph? Was passiert hier? Nun denn, äh, um diese Farce hier zu einem Ende zu bringen, entscheide ich nun letztendlich final darüber, wer den Titel des Bürgermeisters innehaben soll! Dies kann natürlich niemand Geringeres sein als Wilbald Erbenspferd, welche die Mutter von Weberlichingen ist, was wiederum Ragerius zum Bürgermeister macht. Ja, ich habe keine Ahnung, wer er ist, aber Jubel. Okay. Was, die beiden seid nicht traurig zu einem anderen Geringer ausmacht. Dann nenne ich euch zum Bürgermeister von Rasterlot. Das kann ja nur gut gehen. Nicht, wie er weint. Ich sehe viele Subventionen für die Taverne in der Zukunft dieser Stadt. Ach, Tragonia. Wunderbar. Lass uns, lass uns gehen. In den Greifenhorst, in den Greifenhorst. In den Greifenhorst. Du hast zu runter auf die Webelichen. Die beste Taverne der Kloppen. Tragonia, hast du noch etwas von den Pelzen oder hast du sie alle in der Taverne verkauft? Ich konnte sie alle verkaufen für ein sehr teures Geld. Wie großartig. Äh. Ich geb dir ein bisschen was ab. Warte. Ich behalte nur ein paar Minzen für was Zeichen. König wird wissen, was er tut. Immer wieder nur der Adel. Die Versammlung ist aufgelöst. Tragonia, das ist großartig. Ich danke dir. Ja. Nun muss ich... Während nun alle da abgelenkt sind, können wir ein klein wenig... Delektivieren gehen? Was möchtest du delektivieren? Hallo, Herr B. Wo ist denn der Bote? Nein, 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 nein. Wir suchen gar nichts. Gar nichts suchen wir. Gar nichts suchen wir. Wir suchen nichts. Nein, 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 nein. Wir merken, dass ich in meinem Inventar auf einmal eine Kartoffel saßt habe. Ja. Kann man diese anpflanzen versprochen? Kann man das. Nun, wenn ihr ein Bauer seid, könnt ihr sie anpflanzen. Aber ich überlege jetzt, ob ich bei den Wehberlichen anfange, weil ich jetzt sonst nichts mehr habe bei euch. Nun, ich würde nicht behaupten, dass ich gerade bäuerliche Fähigkeiten hätte, aber ich dachte, probieren könnte man das ja mal. Hm, vielleicht könnt ihr es dem Großbauern verkaufen, aber ich hörte, er ist in letzter Zeit nicht besonders zurechnungsfähig. Au. So, ich habe eine Idee. Wir könnten uns noch mal ganz schlimm in Gefahr bringen und dann kommt der Geist noch mal und dann könnten wir ihn noch mal fragen, wo genau dieses... Nein, Dragonia. Nein? Wir bringen uns nicht ganz schlimm in Gefahr. Ja. Ja, und der Geist merkt auch, ob das aufrichtige Hilfe nötig ist. Also, ich bitte dich. Welch furchtbare Idee. Ein bisschen frustrant. Aber wir haben überhaupt gar keinen Anhaltspunkt, wo wir gucken könnten. Doch, das... Das Herz. Nein, natürlich nicht. Aber wo ist denn das Herz? Im Schloss? Ich kenne nur einen Menschen, der weiß, wo das Herz sein könnte. Der Meister war jetzt ja dort. Okay. Dann sprich, dann sprich du doch mit dem Meister darüber. Das werde ich, das werde ich tun, durchaus, wenn er morgen kommt, um den Trank zu holen. Weil, stell dir mal vor, liebe Leser, wie es wäre, einfach unseren größten Wunsch zu erfüllen. Was wäre denn dein größter Wunsch, Dragonia? Mein größter Herzenswunsch. Das hört sich nach einer sehr guten Buchidee an. Wahrhaftig, jemand sollte es niederschreiben. Ich wünschte es an, weil du nur niemanden. Nun, ähm... Mein größter Wunsch wäre, das Geld für dich zusammenzubringen, liebe Lise. Ach, Dragonia. Du bist so gut zu mir, du bist so eine tolle Schwester. Ich habe das Gefühl, ich bin dir etwas schuldig, weißt du? Wofür? Ich will Spaß haben und dann bleibe ich der Großbauer und dann kann ich euch immer besuchen. Für alles. Du warst immer für mich da. Ja, ja, ja. Ich habe mein Bestes gegeben. Das hast du. Deswegen müssen wir dieses Herz finden. Das werden wir, das werden wir. Ich werde den Meister morgen dazu befragen und dann wissen wir mehr. Die Frage ist doch, was machen wir mit den heutigen Tagen noch? Ach, ich meine, mir ist ehrlich nicht nach Feiern zu tun. Wir brauchen eine Heilerin, wir müssen die Stadt machen. Wir brauchen eine Heilerin. Ja, ich bin hier. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Wohin? Bitte? Oh, was ist geschehen? Man hat mir einen Dolch in den Bauch gerammt. Oh, ich sehe schon, er steckt recht tief. Oh nein. Sieh doch nicht. Warten Sie, lassen Sie mich... Ja, können Sie sich noch ein Stückchen zurückbeugen? Könnten Sie das Blut in diesem Gefäß hier auffangen? Der Mann hier hat ein Messer. Ja, klar. Kein Problem. Dieser Mann hier hat ein Messer. Er hat ein Messer. Geht es Ihnen besser? Jesus hat ein Messer. Hab Dank. Ich habe viel Platz verloren. Der Pastor, wurden Sie von dem hier abgestochen? Ich bin ein bisschen näher zum Vater. Ich bin ein bisschen schwach. Wache, wache. Das ist in Ordnung. Er hat ein Messer. Er hat ein Messer. Er hat ein... Er hat das Messer. Er hat das Messer. Ja, Sie sollten doch nicht alleine gehen. Damit hat er vorher schon angegriffen. Damit hat er vorher schon angegriffen. Es ist keine Gefährdung. Was bin ich euch? Was bin ich euch schuldig für eure Hilfe? Ich stehe tief in eurer Schuld. Das macht Zehntaler. Was ist denn hier los? Ein Geist. Wobei es die Kirche, wir könnten sie ausnehmen. Der Pastor darf nicht sterben. Er wird nicht sterben. Ich bin hier. Er wird nicht sterben, natürlich noch nicht. Es ist nicht so, dass wir da draußen im Sumpf waren und eine Art Geist den Vater angegriffen hat. Nein, ihr seid absolut in Sicherheit. Ja, 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 ja. Ihr solltet keine Angst haben, nachts draußen rumzulaufen. Nichts wird passieren. Außer vielleicht, dass ihr stirbt. Gibt Geld jetzt. Der Pastor verletzt. Ich würde, ich würde wirklich gerne... Ich würde wirklich gerne... Nein. Sie ist gerade so beschäftigt und ähm... Ja, das, das verstehe ich. Ihr, ihr könnt mir die Bezahlung morgen bringen. Ich werde euch aufsuchen morgen und werde mit der Bezahlung kommen. Ich danke euch. Ich danke euch. Habt Dank. Liebe Motz, schreibt es auf. Der Pastor schuldet mir zehn Geld. Also... Und morgen werde ich sagen... Sind Sie die Heiderin, die sagen... Ja, ja, das bin ich. Ähm, der, der Mäster sucht mich. Der Mäster sucht mich. Wo ist er denn? Warum? Wie wäre es? Ähm, er ist eben hier ins Dorf gekommen, ähm, wo er jetzt hingelaufen ist, weiß ich nicht. In Ordnung. Ich... Ich... Ich gehe in meine Hütte, er kann mich dort aufsuchen. Er sucht auch... Er sucht auch... Er sucht auch ihre, ähm, Novize. Ja, ich... Ich gehe in meine Hütte und er darf mich dort aufsuchen. Ich muss Bescheid wissen. Ähm, dann berichte ich Ihnen das. Danke. Ich danke euch. Rana, ich... Ich muss eben in meine Hütte einen Trank brauen. Wollt ihr mir mit eurer fachkundigen Expertise zur Seite stehen? Es ist sehr eilig, doch. Hexe! Nun, in der Brauerei wird auch ein Trank gebraut. Das bedeutet nicht gleich Hexerei. Weil, wenn Raz jetzt den Trank schon direkt will, also der Mäster, dann sollte ich den aus der Kiste holen, denn mir wurde gesagt, dass, äh, er, ähm, dort deponiert wurde. Was ziemlich cool ist. Also, die Spielleitung ist wirklich richtig, richtig toll. Die, äh, haben mir jetzt den gewünschten Trank mit den gewünschten Optionen und Modifikaturen in, äh, ich sehe gar nichts, aber ich weiß, dass hier irgendwo mein, mein Zuhause ist, äh, in die Kiste gelegt. Und die werde ich jetzt abholen. Und ihr glaubt, ich brauche eine Fackel? Ich weiß ganz genau, wo ich hin muss. Denn ich kenne meinen Weg nach Hause. Guck mal, meine Tür leuchtet. Das ist so schön, ey. So, in der Kiste unten. Ich glaub, Rana hat sich verlaufen. Ha, das ist die falsche Kiste. In welcher, vielleicht dann doch in der Kiste oben. Muss ich erstmal alle Kisten durchsuchen. Irgendwo, vielleicht haben sie es in die abgeschlossene Kiste gelegt, damit niemand anderes drankommt. Und da ist es nicht drin. Meine, also meine Wohnung hat viele Kisten. Ja, da ist er. Der Stärkungstrank. So. Wahrscheinlich hat Rana, also Froschi, sich jetzt ultra verlaufen. Kann ich hier, hab ich hier eigentlich so einen Arbeitstisch? Ja, das ist mein Arbeitstisch, ne? Hier kann ich so ein bisschen rüdeln, 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 rüdeln. Warum hab ich... Warum liegt hier eine Säge? Und hier ist Klee. Ich liebe Klee. Ist da ein vierplättiges dabei? Das wär so cool, aber ich seh keins. Oh, schade. Oh, schaut mal. Voll das schöne Bild auch. So. Ist da eine Pizza in seinem Bauch? Ich glaub, da ist eine Pizza in seinem Bauch. Hier wird der Arm abgeschnitten. Alles wie immer. Sieht auch vertrauenswürdig aus, muss ich sagen, ne? Sieht absolut vertrauenswürdig aus. Ich könnte aus Versehen etwas absägen und dann wieder annähen. Ach, der Twitch hat die besten Ideen. Guck mal, es bewegt sich. Süß. Okay. Dann gehen wir mal den Meister suchen, würde ich sagen. Flipp. Damit Jani mal in mein Haus kommt. Lauf ich in die richtige Richtung. Ich hab Rana verloren. Ich hab Rana verloren. Wahrscheinlich irrt sie jetzt irgendwo umher. Rana? Rana? Sie ist bestimmt zurück zum Marktplatz gelaufen, weil sie klug ist. Aber ich wurde dieses Jahr an Tag 1 als Heilerin schon häufiger gebraucht als letztes Jahr in der ganzen Staffel. Also das Heilungssystem haben sie sehr, sehr cool geändert. Also das Heilungssystem haben sie sehr, sehr cool geändert. So. Aufgelesen. Natürlich, natürlich. Wurde gut aufgehalten. Nun. Wollen wir gehen? Ich habe den Trank bereits gebraut, wenn ich ehrlich bin. Oh. Du bist aber flink. Ja, nun gilt es den Meister aufzufinden. Er rennt schon wieder. Er rennt. Ich gehe. Hast du Dragonia gesehen? Mh, nein. Sie scheint aber auch einen flinken Geist zu haben. Ja, durchaus. Sehr sprunghaft. Es ist sehr schwierig, mit ihr Schritt zu halten. Das habe ich durchaus bemerkt. Dort rollt ein Kürbis. Und der vorhin gebeten worden ist, oder? Bitte? Ja. Ja, nein, der Trank, um den der Meister mich bat. Im Auftrag des Königs. Hallo. Ich war eigentlich gerade am schönen Werden. Hallo. Ah, da ist er. Können wir wohl zusammenfalten? Verschieben. Nennen wir es verschieben. Meister. Bald. Bald ist es so weit. Ja, da seid ihr. Ich habe euch gesucht. So schnell erledigt sich ein Blick auf die Karte in meiner Erinnerung. Ja, ich... Mir wurde gesagt, dass ihr nach mir... Ich weiß nicht mehr, welches Zeichen war, deswegen nein. Alles gut. Werte Heilerinnen, wir haben... Oh, verzeihung. Werte Heilerinnen, wir haben wichtige... Ein wichtiges Anliegen an euch. Ja. Wer will, dass ich... Mir bestimmt gleich wieder einfällt. Oh, ich verstehe. Aber Meister, ich habe den Trank, um den ihr mich gebeten habt, in der Zwischenzeit gebraut. Oh. Hat sich denn das zusammen gebraut? Hahaha. Nun, David, wir haben versucht, ein Konstrukt zu generieren, mit dem wir etwas unfreundliche Prinzessinnen freundlicher machen können und vielleicht auch ein wenig unachtsamer gegenüber Farben, sodass nicht jeder von uns hinter Pink tragen muss. Das war ja auch immer klar. Okay. In der Tat. Die Heilerin war so frei, uns eine Kostprobe zu geben. Allerdings... Möchte das noch jemand testen? Macht ihr das nicht selbst, Meister? Nein, nein, ich benötige mein Farbwahrnehmungs... Davidoff, eure Garderobe scheint mir sehr einfarbig zu sein. Ihr könnt schwer in der Farbgebung daneben greifen. Wird ihr so freundlich, das Gebräu einmal zu euch zu nehmen und zu testen, ob es wirklich eine Art Glücksgefühl, Positivität und Farbenblindheit hervorruft? Naja, was soll's. Sehr gut. Dort ist das. Ja, ja, Moment. Also, falls ihr keinen Unterschied zur Normal feststellen solltest, weil alles grau ist, dann wird es wohl funktionieren. Also, schnabuliere ich mir das jetzt ins Gesicht, oder wie? Das war aber mit der Sohn. Das ist weg. Mh. 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 Fühlt ihr Freundlichkeit, Glücksgefühl und ein Verblassen der Farben? Äh. Ne, eigentlich alles wie sonst auch immer. Mh. 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 Welche Farbe hat mein G-Rock? Definitiv keine Flecken, aber ich würde sagen grau. Er sieht keine Farben. Ja, eigentlich sehe ich ziemlich gute Farben da drüben. Das ist rot. Das ist rot. Und da ist es ein bisschen so gelblich. Also Farben sehe ich noch ganz gut, glaube ich. Okay, Wetterheilern, ich befürchte, wir müssen die Wirkung noch derastisch verstärken. Das könnte gefährlich werden. Das ist okay. Also sämtliche Nebenwirkungen, die passieren können, müssen wir in Kauf nehmen. Nebenwirkungen? Es, ja, es gibt immer Nebenwirkungen. Aber mir ist kein Schwanz gewachsen, oder? Da würde ich mir keine Sorgen machen. Ihr hattet keinen und ihr will. Da ist aber kein Schwanz jetzt, ne? Ich wollte nur sicher gehen. Auf welcher Seite? Guckt er jetzt selbst nach oder sollen wir gucken? Nun, also ich bin zwar eine Seherin, aber ich will auch nicht alles sehen. Das habe ich irgendwie schon öfters gehört heute. Nun, ich denke, wir werden einfach die Wirkungen potenzieren müssen. Ich werde den Trank ein paar Mal gegen die Tischkante schlagen. Das sollte das Übrige tun. So, wo ist Astibald? Astibald! Und sollte es Nebenwirkungen geben, werden wir die sicher herausfinden. Ja. Ja, ich gehe jederzeit zur Verfügung. Das ist gar kein Problem. Astibald! Sehr gut. Wir werden noch auf euer Angebot zurückkommen. Nach drinnen und nach Astibald krähen. Ich weiß nicht, wie ich... Astibald! Ich weiß es ja nicht. Ähm... Ja, okay. Ähm... Ich werde noch versuchen, unsere Prinzessinnen zusammenzukratzen aus den entlegenen Ecken unseres... ... ... ... Hast du dort? Aber... Und da geht er dahin. Weshalb wolltet ihr mich eigentlich sprechen, Meister? Nun, ähm... Ich hatte da eine Idee. Habt ihr Astibald gesehen? Ich wünschte, aber nein. Ich war gar nicht gemeint, aber okay. Ich ähm... Ich suche Astibald meinen Diener. Ja? Es ist schon sehr laut. Ich ähm... Unsere Wache ist leider immer noch verletzt. Wie sieht er aus? Er hat blondes, lockiges Haar. Er sieht aus... Naja, ein fernber Wort würde man sagen, wie Jesus. ...Leute vergessen lässt. Vergessen? Ja... Fuchten Sie mal nicht so mit Ihrem... ...mit Ihrem Piekser hier so rum. Von... Von welcher Zeitspanne des Vergessens reden wir? Immer nicht so laut mit deiner Stimme hier rum. Und hier, wie haben wir es zum Schloss? Vielleicht... ...von... ...sagen wir mal... ...wie lang könnte man das machen? Hm, so... Je häufiger ich es gegen die Tischkante schlage, desto stärker wird der Drang. Reden wir mal von, äh... Zwei Tagen. Zwei Tage? Ich werde mein Bestmöglichstes tun. Ah, das wäre sehr gut. Lasst mich es kurz in mein Mod-Buch schreiben. Mhm. Ich... Ich sehe. Meister, gäbe es die Möglichkeit, dass wir noch einmal im Vertrauen miteinander sprechen. Ja, aber natürlich, äh... Wir, äh... Ich, äh... Ich bin sofort wieder bei euch. Meister? Nun, äh... Wie kann ich euch helfen? Erinnert ihr euch noch an... ...das Herz? Wie kann ich euch helfen? Nun, letztes... Letz... Oh, verzeiht. Ich habe vergessen, meinen Mund zu öffnen. Äh... Erinnert ihr euch noch an... ...das Herz von Rastalot? Ja, daran erinnere ich mich. An das Herz von Rastalot. Und wisst ihr auch noch, wo es sich befand? Ich bräuchte es für ein paar Trankzutaten, bräuchte ich Pilze, die dort in der Nähe wachsen. Es brennt Feuer! Nun, ich, äh... Oh, ein Feuer? Können Sie versuchen, es eventuell aufzutreiben, wenn ihr es unbedingt braucht. Nun, ich brauche nicht das Herz. Ich brauche den Ort, an dem sich das Herz befand. Oh, also, soweit mir das bekannt ist, befindet sich das Herz noch immer in der Schatzkammer des, äh, Königs. Oh, aber dort taucht das nicht auf, oder? Oh, ich müsste dann vielleicht einfach noch mal ein paar Nachforschungen anstellen. Gibt es ein zweites Herz? Wo sich das Herz endgültig befindet. Das Herz der fliegenden Insel? Ich glaube, wir sind allein, ihr könnt lauter sprechen. Ja. Gibt es denn ein zweites Herz in Rastalot? Hatte die Insel ein Herz? Im Moment noch keins. Also, es gibt geheimes Wissen im Inneren der Mauer, aber ich bin natürlich, ich darf natürlich nicht frei darüber sprechen. Das ist das kleine Problem. Das verstehe ich wohl. Also, ihr braucht nur den Aufenthaltsort des Herzens? Korrekt. Und wenn ihr den Aufenthaltsort kennt, fühltet ihr euch selbstverständlich auf die Suche? Tut mir leid. Königliches Problem. Der König möchte einen geistbekämpfenden Apfel kaufen. Dafür bräuchten wir 15 Taler. Wir, wir... Ja. Ich danke euch vielmals. Aber bitte nicht auf sie kommen. Ich meine, wir müssen los. Das ist ein anderes Thema. Da wieder. Also ehrlich. Nun. Hallo. Hallo. Nun. Geben wir uns in Richtung unserer Häuser? Ja, es war ein gar aufregender Tag. Konntest du etwas herausfinden? Ich möchte gerne noch einmal einen Blick auf das Brett werfen. Auf das Brett. Jedenes Brett wird erst am morgigen Tage befüllt. Ja, ich verstehe. Aber es sieht sehr schön aus. Habt Dank. Es sieht aus wie ein Brett. Es sieht aus wie ein schönes Brett. Nun, ja, also... Der Meister wird morgen auf uns zukommen und mir verraten, wo sich das Herz befindet. Und wenn wir wissen, wo das Herz sich befindet. Ja, er weiß, wo es ist. Oh, was für erfreuliche Neuigkeiten. Und er wird es mir morgen verraten. Und dann verrate ich es dir, Rana. Und dann begeben wir zwei uns auf die Suche. Lise, du bist ein Genie. Das habe ich sofort gesehen. Und guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Was, äh... Was macht ihr denn hier, wenn ich fragen darf? Wir haben unser schöner Brett angesehen. Oh. Da ist aber nichts drauf. Ja, das haben wir auch mit Bedauern festgestellt. Wem habe ich das, wenn ich fragen darf? Ich bin Rukibert. Und hier... Guten Abend. Ich bin Rana, Frau Schana. Ich bin die Seherin in der Stadt. Die Seherin? Die Seherin? Ja, sie kann hervorragende Weissagungen legen. Ich würde euch stark empfehlen, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Oh. Sie sieht, was morgen ist. Und sie kann euch auch mit Geisterproblemen und sonstigen Dingen helfen. Und ich habe ihre Fähigkeiten gesehen und es war ganz und gar erstaunlich. So freundlich, liebe Lise. Also könnt ihr jetzt sehen, was morgen passiert oder wie soll ich das verstehen? Ich kann ein paar Dinge wissen, ja. Ich kann ein paar Dinge sehen und muss aber auch nicht alles sagen. Also, nun, das kommt ja ganz drauf an, was man dafür als Gegenleistung erhält, nicht wahr? Was wollen sie als Gegenleistung? Nun, entlohnt werden wäre nicht schlecht für meine Dienste. Hm. Was möchtet ihr denn wissen? Vielleicht kann ich euch eine kleine Kostprobe geben. Ja, das wäre toll. Nun, was möchtet ihr denn wissen? In welchem Bereich möchtet ihr die Zukunft sehen? Nun, ich sage mal so. Ich, also mir wurde heute mein Teiler geklort. Mein Vermögen wurde mir gestohlen. Oh, das tut mir leid, zu hören. Könnten Sie vielleicht sehen, wer das war? Ja, dann ist er für uns ja nicht mehr zu gebrauchen, wenn er kein Geld hat. Allerdings richtet sich mein Blick eher in die Zukunft als in die Vergangenheit. Können Sie mir dann wenigstens sagen, ob ich mein Vermögen wiederbekommen werde oder ob ich alles verloren habe? Also, ich sehe einen steinernen Weg vor Ihnen und da warten noch sehr viele Herausforderungen, aber ich sehe auch Glück und ich denke auch gute Chancen wieder zu Reichtum zu gelangen. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es das verschwundene Geld ist oder ob es neue Einkünfte sein werden, aber Sie werden Glück erfahren. Das kann ich Ihnen sagen. Und wie sieht es mit Liebe aus? Werde ich meine Traumfrau finden? Werde ich eine Familie haben? Er will ja alles wissen. Er erfordert einen sehr weiten Blick in die Zukunft und ich denke, ein bisschen mehr Zeit. Was halten Sie davon, wenn Sie mich möglicherweise in meinem Haus aussuchen? Da habe ich auch ein paar mehr Möglichkeiten. Und kann ein bisschen mehr Einblick in Ihr Leben erhalten. Das mache ich. Wo finde ich Ihr Haus? Es ist direkt neben dem der Heilerin, hinter der Mühle. Hinter der Mühle. Neben der Heilerin. Genau, in Richtung... Ja, neben der Heilerin. Am Ende des Dorfes. Bei den Bauernhäusern. Ich werde vorbeischauen. Ich werde auf jeden Fall auf euch zukommen. Das freut mich. Dann möchte ich nun das erst mal belohnen. Oh, vielen Dank. Rala zieht die Leute ab. Aber gerne doch. Dann hinter ihn. Auf bald. Ich danke Ihnen. Warum? Das war großartig. Ich habe meist Saatgut bekommen, dass... Mach das. Alex, das klingt super. Ich hoffe, ich kann das weiterverkaufen. Aber ich denke, wenn er mich am nächsten Tag besucht... Ja, ich würde ihn jetzt hinschicken. Ja, bestimmt. Verdammte Scheiße. Wo hast du denn einen Kack-Sperr her? Und unter uns, liebe Lise. Gibt doch auch Liebeskräuter, nicht wahr? Ah, durchaus. Dass sie die Minna ein wenig anregen können. Oh, das wäre aber... Nun, das würde den Willen mancher Personen verändern und das... Rana. Gut, in welche Richtung geht es da hin? Nun, ich wollte zumindest darüber gesprochen haben. Wir sehen, was kommt. Ja, wir sehen was. Ich möchte den richtigen Weg gehen. Hallo, Mervin. Wer noch mal ist Pipi-Ziegestatt? Ich denke, wir sollten auf jeden Fall in Richtung eures Kaktusses gehen nun. Ja, lass uns so. Mann, Kaktus gehen. Was ein Tag. Hui. Was ein Tag. Sehr aufregend. Und die Menschen sind noch immer so voller Energie. Ich glaube, du warst gerade unterwegs und hast gebraut, aber plötzlich stand ein halbnackter Mann auf dem Marktplatz. Das muss Blasius gewesen sein. Er sei von einem Geist beschworen worden. Kennst du ihn? Das muss Blasius gewesen sein, der Großbauer, von dem wir heute gehört haben. Ah, ich verstehe. Also, ist er nicht ganz von Sinnen? Ach, das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Nun. Und eine Art Soldat sprach von Gefahren draußen in der Wildnis und bat mich, sich mit ihm zu treffen um 21.30 Uhr, um mit ihm rauszugehen. Oh, kannst du das hören, liebe Lise? Oh, am morgigen Tage? Kannst du noch was sehen, liebe Lise? Natürlich kann ich noch etwas sehen. Ah, dann folge ich deine Stimme. Ich kenne den Weg zu meinem Haus. Komma, Versagerin, Komma, Versagerin. Ja, hallo. Hallo im Dunkeln, Hasslinger. Ihr erinnert euch an der Stelle mit den Geistern? Seid ihr fündig geworden? Ich sehe leider nicht mehr so viel. Ja, es ist dunkel. In der Tat, ja. Es war sehr verhellend und sehr bereichernd dort draußen im Wald. Ja, ihr hattet recht. Es war ein sehr, äh, was soll ich sagen? Dieser Ort hat uns begeistert. So kann man es nennen. Sehr, sehr geistreich von euch. Ihr werdet bald eine Kundin haben, die ich euch an die Tür geführt habe. Aber ihr wart wohl gerade geistlich woanders. Oh, das stimmt wohl. Die Prinzessin von Rastalot, äh, die junge Prinzessin Lalina, ist wohl sehr, sehr erpicht darauf, ihre Zukunft zu erfahren. Oh, das freut mich, das freut mich. Dann werde ich spannend sein. Was immer ihr in eurer Zukunft liest, es wäre von größtem, sagen wir, ihr würdet mir eine Freude machen, wenn die Worte Phönix aus der Asche darin vorkämen. Oh, ich gebe mir Mühe. Ich mir bemerken kann. Zeichnet. Euer Leiden. Ich werde es bezahlen, so es denn gelungen ist. Das ist verständlich. Das ist verständlich. Eine Hand ist die andere. Vielen lieben Dank. Auch für euren Ratschlag. Das war wirklich eine sehr interessante Begegnung heute. Sehr schön. Ich kenne noch mehr solche Orte. Oh, ich werde nochmals auf euch kommen. Unter dieser Insel. Unter dieser Insel? Ja. Ja, Frau Krimmel. Unter der Insel. Schlecht. Was meint ihr damit? Nun, lassen wir es bei einem Rätsel des Abends und vielleicht eine Auflösung der nächsten Tage. Das klingt hervorragend. Heute war wirklich ein aufregender Tag. Nein, es ist so dunkel hier. So. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich muss mit dem Schwein hier durch. Ja. Der Augechen muss hier durch. Ich verstehe. Da ist die Kurve. Es wird wirklich sehr dunkel. Wir vertragen es aufeinander mal. Das klingt nach einer guten Idee. Ich bin hoher voll. Königsausgabe. Das kann ich mir merken. Noch eine wunderschöne Nacht wünsche ich euch. Euch auch, die Damen. Auf bald. Da habt ihr euch wohl. So, liebe Lise, ich folge dir. Dragonia, Rana, lauf einfach zur Ampel. Zur Lampe. Was ist eine Ampel? Eine Lampe. Ach, du hast dich verstanden. Das weiß ich nicht. Das seltsame Wort kam mir gerade so in den Sinn. Ach, manchmal ist das so. Manchmal kommen die Worte aus der Zukunft in unsere Köpfe. Das klingt nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh, ich dachte, wenigstens eine von uns weiß, wo wir sind. Ich, ähm, das wird ja ein interessanter Abend. Ich, ähm, hatte es nicht zufällig eine Fackel für euch. Zufällig nicht, nein. Okay, ähm, nun habt ihr einen Anhaltspunkt, in welche Richtung wir gehen können. Ich habe überhaupt keinen Schimmer. Ich, wo kommen wir her? Das dort? Von hier, aus dieser Richtung. Das ist der Marktplatz. Nun, dann müssen wir hier nach rechts abbiegen. Und dann... Ich fürchte, die liebe Lise ist mit einer ähnlichen Orientierung gesegnet wie ich. Müsste hier... Irgendwo... Oh, ich bin gestürzt. Oh, wo bist du? Ich bin hinabgestürzt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Rana! Ähm, mir geht es ähnlich. Ich bin ebenso in der Nacht mit dir gefolgt. Ich glaube, ich habe einen Nachtnerv getrunken. Oh nein! Ist der eingeklemmt? Ja. Vielleicht ist es schon. Nun... Oh, meiner ist ebenfalls eingeklemmt. Rana, ich weiß nicht, wie wir hier herauskommen. Es ist sehr dunkel. Ähm, vielleicht können wir um Hilfe rufen. Um... So, hilfet uns! Hilfe! Hilfe! So, helfet uns! Es ist sehr dunkel! Hilfe! Aber in der Dunkelheit zu sehen, ist sehr viel schwer. Rana, hier ist... Oh! Wer ruft? Hallo? Wir sind hinabgestürzt. Wo sind wir? Vielen, vielen Dank. So, komm, lasst euch helfen. Nehmt den Stein. Danke. Danke. Selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Ich... Ich habe vergessen, wie man an eine Leiter hinaufsteigt. Alles gut. Ich bin ja hier, um zu helfen. Wir auch die Stadt wachen. So, kommt hoch. Ich danke euch vielmals, dass ihr uns zur Hilfe gekommen seid. Oh, ich danke euch. Nun würde es euch etwas ausmachen, uns möglicherweise zu begleiten. Es ist sehr dunkel und ich fürchte, ohne viel Leben können wir... ...in weitere Löcher fallen. Dann bleibt lieber auf den Wegen und auf alles, was beleuchtet ist. Solche schönen Frauen wie ihr, das wäre doch fatal, wenn sie vielleicht von uns gehen würden. Bitte, passt bitte auf euch auf, bitte. Und Nacht ist es wirklich sehr gefährlich. Danke. Auch ihr enthält euch am Licht. Vielen, 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 vielen Dank. So weise Worte. Geht es euch allen gut? Ja. Ja. Das ist alles in Ordnung. Wir haben gerettet von... 20 Hilfe-Rufe, aber gut. Herzlichen Dank. Nun, ich bin die Heilerin. Ich habe mich selbst verarmtet. Wir sind sehr wohl Schreiber des Königs. Wunderbar. Wir sind sehr wohl Schreiber des Königs. Gekonnt. Nun, Rana, soll lass uns zurück zum Marktplatz gehen und vielleicht den beleuchteten Weg nach Hause nehmen. Genügend Abenteuer für heute nicht wahrnehmen. Aber wahrlich, wahrlich, wahrlich. Manche Löcher sollte man ignorieren. Ja, nicht alle Löcher bringen Gutes. Eine Lektion, die ich heute zum ersten Mal erfahren habe. Sehr weise. Nun, ich denke, wir sind den falschen Weg gelaufen. Wir müssen hier am Gasthaus entlang. Ach, ich habe das falsche Gebäude gewählt. Verzeih. Das ist nicht schlimm. Das wäre mir genauso passiert. Aber ich kenne den Weg nach Hause. Ich wäre nicht alleine in dem Loch gewesen zu sein. Ein abenteuerliches Erlebnis. Dragonia hätte es geliebt. Ach, in der Tat. Das ist einfach absurd. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Wege sind nicht alle beleuchtet. Ah, oh doch. Doch, doch. Der Weg nach Hause führt durchs Licht. Und irgendwo hier... ...steht... ...mein... ...Haus. So war mir... ...doch. Oh ja, ich denke, wenn hier die Mühle ist... ...direkt hinten dran und dann auf der rechten Seite. Ja, 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 hier. Ich hoffe, dass das dein Haus ist, weil das bedeutet, dass das auf der linken Seite mein Haus ist. Hier? Nein, doch. Doch, hier ist mein Haus. Oh. Oh. Wie schön, wir haben zurückgefunden. Liebe Lise, ich danke dir für das heutige Abenteuer. Das war wirklich großartig. Können wir noch bei dir einen Tee trinken? Ich habe dein Zuhause noch gar nicht gesehen. Oh, super gerne. Sehr, sehr gerne. Ich kann zwar nicht mit solch hübschen Bildern prallen wie du, aber ein paar hübsche Gemälde hängen auch an meinen Wänden. Ich bin sehr gespannt. Oh, welch schöne Tür. Ich habe gerne eins. Oder? Oh. Ich bin auch. Oh, wie wunderhübsch es aussieht. Ich liebe Kerzen. Oh, und ihr habt wundervolle Bilder. Ich habe meine so schöne Atmosphäre. Vielen Dank. Ja, ich bin auch ein großer Fan des Mondes. Ist dies eure Großmutter? Freund des Mondes. Nun, ich würde eher sagen Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter. Mhm. Aber ja. Ich verstehe. Das ist ein Erbstück. Wunderschön. Ja, dies ist die Küche. Ich habe schon mit Staunen festgestellt, dass sich ganze drei Teekessel darin befinden. Oh. Nun, dann würde es ja kein Problem darstellen, einen Tee zu kochen. Nun, ich wünsche, dem wäre so. Leider bin ich nicht so kundig wie ihr im Teekochen. Aber vielleicht könnt ihr mir was beidringen. Ich soll euch das Tee kochen. Ihr nehmt ein paar Kräuter und gebt ihnen das heiße Wasser. Mhm. Und dann macht ihr Feuer. Es brennt gar kein Feuer im Kamin. Es brennt kein Feuer. Und irgendwie scheinen die Teekessel auch angewachsen. Oh. Oh, das kenne ich. Das kenne ich. Manchmal passiert das, wenn Gegenstände zu lange irgendwo stehen. Dann wachsen sie fest. Leben sie fest. Ja. Das ist wirklich sehr schön hier. Vielen lieben Dank. Hast du ein Lieblingsgemälde, Rana? Oh, da fragst du mich was. Ich denke, es ist das Mondbild hier hinten. Weißt du, ich bin ein großer Freund des Mondes. Es scheint so viel mystisches, aber auch Naturverbundenheit. Und weißt du, der Mond ist irgendwie, ja, der Mond ist auch nur eine Art von Geist, der uns begleitet. Und der zwar immer da ist, aber nicht immer sichtbar. Hat er zwei Schwänze? Du stellst wie immer die interessantesten Fragen. Nun, ich würde behaupten, manchmal gibt es bei Gemälden auch künstlerische Freiheit. Und, ähm, zu den zwei Schwänden kann ich nicht viel sagen. Und das unter seinem Gesicht sind die gespreizten Beine. Nicht wahr? Ja, dem, äh, wenn du mich so fragst, das, ähm, hat ganz den Anschein. Ich verstehe, warum es dein Lieblingsbild ist. Mond hat Bedürfnisse. Ja, es ist wunderschön. Der Gesichtsdruck ergibt jetzt irgendwie auch einen ganz anderen... Er sieht beseelt aus. Ich, äh, ich finde es sehr spannend, Gemälde zu deuten, Lise, das, äh... Er sieht nahezu begeistert aus. Vielleicht wohnt wirklich ein Geist in ihm. Das kann durchaus sein. Äh, nun, was ich dir vorhin noch berichten wollte, ist, dass ein Mann auf mich zukam mit einem Speer. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Und er erzählte, dass draußen Gefahren lauern sind. Mhm. Und er bat mich darum, mich mit ihm zu treffen, um, ich glaube, 21.30 Uhr, um mit ihm raus in den Wald zu gehen. Morgen? Und, ähm, ja, er sprach von Geistern. War es ein großer Speer? Es war ein großer Speer. War es ein schöner Speer? Nun, es war dunkel. Dementsprechend denke ich, das hat mich beeinflusst. Aber es schien auch ein sehr schöner Speer zu sein. Und die wichtigste Frage von allen. Konnte er damit umgehen? Dazu kann ich morgen wahrscheinlich mehr sagen. Dann solltest du dich morgen Abend mit ihm treffen, um herauszufinden, ob er mit seinem Speer umgehen kann. Weise Worte, wie immer, liebe Lise. Ja. Ach, dabei bist du doch die, mit den weißen Worten und Vorhersagen. Ach, naja, ich wünschte, das wäre immer so. Weißt du, unter uns gesagt, meine Familie hat mich hergeschickt. Es ist Tradition, ab einem gewissen Alter auf eigenen Beinen zu stehen und in eine fremde Stadt zu reisen, um sich dort, ja, selbstständig zu machen und dem Handwerk nachzugehen. Und, ähm, nun ja, dieses Alter habe ich erreicht. Deswegen, deswegen bin ich nach Rastalot gekommen. Aber weshalb ausgerechnet Rastalot? Nun, ich bin dort hingegangen, wohin mich meine Füße getragen haben. Auf einer Insel? Kannst du über Wasser laufen? Hm, nun, das ist eine berechtigte Frage. Ich denke, mit Füßen kann man noch schwimmen. Das ist wahr. Wie bist du nach Rastalot gekommen? Oh, äh... Wurste schon immer hier? Nein, Dragonia und ich kamen vor einem Jahr erst hier an. Es war eine wilde, wilde Reise. Wir kamen hierher, weil wir etwas, nun, Abstand zu unseren Eltern wollten. Und eine Insel erschien uns da sehr, sehr sicher. Oder, hast du wahrscheinlich recht, kein gutes Verhältnis zueinander? Hm, na doch, doch, durchaus. Unsere Mutter ist leider auf tragische Art und Weise verstorben, spricht Dragonia am besten niemals darauf an. Sie hat starke Schuldgefühle und leider auch berechtigt. Oh, magst du erzählen, was passiert ist? Ich, das ist ein, das ist wirklich, lass es uns an einen anderen Tag verschieben. Nun gut, ich wollte deine Gefühle nicht so sehr erfüllen, das tut mir sehr leid. Ach, alles in Ordnung. Klingt nach einer sehr traurigen Geschichte. Ja, ich, so Dragonias Vater weiß ich nicht viel zu sagen. Und nun, mein Vater hat in eine falsche, nicht existente Taverne investiert und dadurch 2000 Goldstücke verloren, hat sich hoch verschuldet und steckt jetzt in der Klemme. Ich weiß nicht, ob ich sage, dass wir ein schlechtes Verhältnis haben, aber es ist der erste Brief, den er mir je geschrieben hat, seitdem ich in Rostalot wohne. Und er beinhaltet die Frage nach 2000 Goldstücken. Oh, das heißt, ihr habt keinen, ihr steht euch nicht nah und er bittet euch um so viel Geld? Ja, aber ich kann nicht Nein sagen. Ich weiß, dass er... Ihr seid sehr groß. Ja, es ist Familie, nicht wahr? Familie sucht man sich teilweise zwar schon aus, aber dennoch kann ich ihm nicht im Stich lassen. Er ist im Herzen eigentlich ein guter Mensch. Er schreibt nur nicht so gerne. Nun, Lise, ich sehe sehr viel Liebe in deinem Herzen. Und auch wenn man sich von mir nicht aussuchen kann, ich bin sehr froh vom Gefühl her ein Stückchen davon hier in der Nachbarschaft. Wen habt ihr denn heute alles kennengelernt? Oh, da fragt ihr mich was. Leider habe ich ein sehr schlechtes Namensgedächtnis, aber ein Panterissante Gestalten waren dabei. Neben euch und eurer Schwester habe ich die Besitzer in der neuen Taverne kennengelernt. Oh, es gibt eine neue Taverne? Ja, und ich denke, wir haben einen Spitzen vor dem Fenster. Möchtet ihr uns gesellschaftlich? Eine Sache, die ich möchte, ist euch eine Fackel verkaufen. Habt ihr schon eine Fackel? Nein, das wäre tatsächlich sehr praktisch. Na, dann komme ich schon mal rum. Andere Richtung. Wir sind an der anderen Seite. Ah, hier, jawohl. Hallöchen, Schreinerei Patsimir. Also Patsimir ist mein Name, meine Schreinerei heißt wie ich. Ja, ich habe tatsächlich gerade Fackeln im Angebot. Zehn Taler das Stück. Zehn Taler das Stück. Nun. Aber Sie haben Glück, denn heute gibt es nur heute zwei zum Preis von einer. Also, Frau Fackel, fünf Taler. Dann dieses Angebot würde ich annehmen. Danke Ihnen vielmals. Lise rückt kein Geld aus, das ist ganz schön teuer. Wie seid ihr an die Fackeln gekommen, wenn ich fragen darf? Ich stelle sie her. Wirklich? Welch herausragendes Handwerk. Ich bin der Schreiner. Dankeschön. Gehabt euch Dank, oder so. Bitteschön. Habt Dank. Ich wünsche Ihnen einen genüsslichen Abend. Gleichfalls. Okay. Nun, wo liegen die Fackeln? Hinter Ihnen. Achso, ich glaube Ihre Kollegin hat sie schon... Ah. Lise, hast du sie schon aufgesagt? Nein, habe ich nicht. Nun, Sie wollten uns doch nicht übers Ohr hauen? Nein, auf keinen Fall. Ich habe gerade eigentlich schon angeflammelt. Ich hoffe, Sie wollen mich jetzt nicht übers Ohr hauen. Nein, nicht immerhin habe ich Ihnen zuerst das Geld hingelübt. Ja, haben Sie auch recht. Kommen Sie her. Vielleicht ist es der magische Bode. Alter, Rana. Was für... Oh, Rana, das ist so großzügig von dir. Damit uns so ein Missgeschick wie heute nicht noch einmal passiert. Ich sage Ihnen, wie es ist. Am Ende ist es mir auch scheißegal, wenn Sie jetzt vier Fackeln haben. Ich verdiene damit ein scheiß Geld. Alles klar. Super. Einen schönen Abend. Ja. Meldung zu sich. Einen schönen Abend. Tschüss. Wo sind die... Oh falsch. Wo sind die fehlenden Fackeln nur hin? Ja, wenn wir Glück haben, dann finden wir sie noch. Bitte? Nun, ich... Wir haben ja jetzt eine Fackel und können... Oh. Vielleicht mit der Fackel danach suchen. Ich habe sie tatsächlich fliegen sehen und dann waren sie vor Ort. Waren sie weg? Nun, manche Geister beanspruchen auch mancherlei Gegenstände für sich. Das kann natürlich sein. Hat dort jemand geklopft? Ich hoffe nicht an unserer Tür. Nun, also du hast sie nicht eingesteckt. Ich habe sie nicht eingesteckt. Ich hätte sie getraut. Das wüsste ich. Nun gut. Nun gut. Ja, aber es ist doch schön und ein wenig Schicksal ist, eine Fackel zu bekommen, weil wir damit solche Löcher von heute meiden können. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber uns wurde ja direkt geholfen von der Stadtwache. Fühlst du dich denn wohl hier in Rastalot? Ich fühle mich sehr wohl und ich bin wirklich dankbar über einen solch freundlichen App. Vielen lieben Dank für deine ganze Hilfe, liebe Lise. Also wirklich, das weiß ich sehr. Jederzeit, jederzeit. Es gibt durchaus ein paar nun einzigartige Gestalten in diesem Örtchen. Aber es ist... Kann nicht umhin, das zu bemerken. Es ist nun auf eigene Art ganz spannend. Ich meine, wir haben Beleidigungsduelle. Das ist eine rastalotische Erfindung, tatsächlich eine große Kunst. Oh ja, ich hörte schon davon. Ich fand das großartig. Auch wenn ich bei manchen Beleidigungen schon dachte, da habe ich auch schon bessere Beleidigungen gehört. Ja, stimmt. Heute war wirklich dafür, dass es um die Bürgermeisterschaft ging, ja, ein unterdurchschnittliches Beleidigungsduell. Aber du solltest den König hören. Der König ist darin wirklich fantastisch. Oder Mauritius von Weberlichen. Der kann Beleidigungen von sich geben. Da wird einem ganz anders. Oh, da hast du mich aber neugierig gestimmt. Nun. Ich hoffe, das bekomme ich nochmal zu Gesicht, beziehungsweise zu hören. Den König solltest du nicht herausfordern, aber vielleicht triffst du Mauritius. Ich habe gehört, er nimmt sehr gerne Beleidigungsduelle entgegen. Vielleicht kann ich ja auch jemandem voraussagen, dass er eine gute Chance in einem Duell hätte. Dann könnte ich das Ganze mit ansehen als Seherin und müsste nicht selber mich duellieren. Oh, Rana, das ist eine hervorragende Idee. Bist du denn gut in Beleidigungen? Nun, mal so, mal so, würde ich meinen. Probier es doch einfach mal. Ich soll dich beleidigen? Nun, es ist hier eine gute Tradition. Oh Gott, das wird schlimm. Du, kreativ sein auf die Schnelle. Ich probiere es. Aber nicht beleidigt sein, okay? Nein, nein, natürlich nicht. Oh, Ruchi kann ich beleidigen. Du bist nun auch sehr klein gebaut und riechst wie ein ganz schrecklich Kraut, das mich nicht vom Hocker haut. Oh, ein Dreier... Das wird doch ganz schön vorlaut. Oh, eine vierzeilige Beleidigung, das war großartig. Das war wirklich dein erstes Mal? Das war mein erster Versuch, ja. Oh, wow. Das ist beeindruckend. Die Poesie der gereimten Beleidigungen wird hier in Rastalot noch nicht so oft verwendet, aber sie ist gerade stark im Kommen. Ja, das klingt nach einer Eigenschaft, die ich mir gerne zu eigen machen möchte. Ich denke, das wird viel Spaß machen. Ich denke doch auch, ich denke doch auch. Nun... Das denke ich auch. Ähm... Oh. Seid ihr auch gut in Beleidigungen? Natürlich. Daran könnt ihr auf jeden Fall. Oh, ein Beleidigungsduell. Rana, dein erstes Beleidigungsduell. Was ist denn los? Ähm... Ach Gott, Fiese. Ich glaube, ich habe gerade meine ganze Kreativität an dir ausgelassen. Nein, Rana, du kannst das. Ein Beleidigungsduell? Machen Sie irgendwas mit Müller? Durch Fenster... Durch Fensterstarren kann er gut. Doch, äh... Zum Reinkommen fehlt ihm wohl der Mut. Er scheint ein kleiner Mann zu sein. Und noch dazu sehr, sehr unrein. Oho, 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 oho. So höret, so höret. Ich bin nicht so gut in Beleidigungen. Ich kann höchstens sagen, mein Sack ist groß. Ich bin der Müller. Aus ihrer Frisur mache ich mir einen Füller. Wenn, äh, ihre Haare so glänzen wie mein Arsch, dann gebe ich vielleicht noch mal einen zum Arsch. Nee, das war so... Ein Barsch vielleicht? Ein Barsch. Ja, das wäre es gewesen. Ach, das war doch gar nicht so schlecht. Nein, das war in Ordnung. Ein sehr erhalterndes, äh... Ja, eine sehr erhaltende Eigenschaft. Nun, also... Ich bin, worauf freut das noch zukünftig, ähm... Die Frage ist, wen wollt ihr beleidigen? Ach, wir üben nur ein wenig für Beleidigungsduelle. Ah, verstehe. Zur Unterhaltung. Wie man es hier auf, was er dazu tut. Verstehe. Ist nun gut, die Damen. Dann, äh, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Eine wunderschöne Nacht. Brotbrauchen kommt vorbei, ne? Beim Müller, bei mir. Bei Zorrobert. Rotz, rotz. Aber sehr, sehr gerne. Glaubt euch wohl, die Damen. Eine wunderschöne Nacht, wünsche ich. Beleidigungsduelle. Nun, es scheint ein Hobby zu sein, durch Fenster zu gucken in Rusty, Leute, wie Bescheid. Aber gleich liegt es auch an deinem Fenster, Rana. Es ist wunderschön. Nun, wollen viele Reihen sehen bei der Seherin, was? Nun, sie sollte lieber mal hereinkommen und deine Dienste nutzen. Das stimmt wohl, in der Tat. Morgen ist auch noch ein Tag. Ich freue mich drauf und bin sehr gespannt, was uns morgen für Abenteuer erwarten. Wir haben ja heute schon so einiges erlebt, nicht wahr? Durchaus, durchaus. Hui, war das eine... Ach, das war aufregend. In der Tat. Und ich freue mich drauf, das Rätsel mit dir zu lösen. Es wird spannend. Ich gehe jetzt schlafen und wir sehen uns morgen bei Sonnenaufgang. Wir sehen uns bei Sonnenaufgang. Ich freue mich sehr darauf, liebe Lise. Lass uns gerne auf der Straße zwischen unseren Häusern treffen. Das klingt schön. Und falls du ohnmächtig wirst, morgen früh komme ich vorbei und kümmere mich erneut. Das klingt nach einer guten Idee. Ich bin bei dir wohl gut aufgehoben mit der Nachbarschaft. Auf jeden Fall. Schlaf schön, Rana. Du auch. Unterhellende Träume wünsche ich dir. Und vergiss nicht, die Tür zu schließen. Nachts wird hier oft... Also, frage einfach nicht, was hier in Rastalot so passiert. Bei denen in die Fensterstarre kann ich mir das denken. Ja, schließ lieber ab. Nun denn, gehabt dich wohl. Gehabt dich wohl. Oh Gott, was war das denn für ein Tag in Rastalot? Heilige Scheiße. Wir haben den Geist getroffen. Wir haben den Kapitalismus entdeckt. Wir haben angefangen, Leute abzuzocken. Das ist doch absurd. Das ist doch wirklich absurd. Es sind so viele Dinge passiert. Ich mag mein Haus richtig gerne. Es ist so schön. So, wir legen uns jetzt schon mal hier ins Bett. Und dann beenden wir Tag 1. Wie lege ich mich hin? Hallo, ich will in mein Bett. Ich komme nicht rein. So. Dann beenden wir Tag 1 in Rastalot. Und wir sagen, wir sehen uns morgen zu Tag 2 wieder. nachdem 4 5